Kapitel 1 Mond, herrlicher Mond, voller, feister, rotglühender Mond, die Nacht taghell, Mondschein strömt über die Landschaft und birgt Entzücken, Entzücken, Entzücken. Mit sich bringt er den volltönenden Klang der tropischen Nacht, die sanfte, wilde Stimme des Windes, der über die Härchen an deinem Arm streicht, das hohle Klagen des Sternenlichts, das zähneknirschende Bellen des Mondlichts jenseits des Wassers. Alles weckt das Verlangen, oh, das symphonische Kreischen von tausend verborgenen Stimmen, der Ruf des Verlangens im Innern, das Wesen, der stille Beobachter, das kalte, ruhige Ding, der, der lacht, der Mondtänzer, das Ich, das nicht ich war, das Ding, das spottete und lachte und seinen Hunger herausschrie, sein Verlangen, und das Verlangen war jetzt sehr stark, argwöhnisch, kalt, schlängelnd, ungeheuerlich, knisternd, überwältigend und auf dem Sprung, sehr stark, sehr gewillt, und doch wartete es und lauerte, und es hieß mich warten und lauern. Schon seit fünf Wochen hatte ich gewartet und den Priester beobachtet. Das Verlangen hatte mich gequält, gereizt, mich gedrängt, jemanden zu finden, den Nächsten zu finden, den Priester. Seit drei Wochen wußte ich, dass er es war, dass er der Nächste war. Wir gehörten dem dunklen Passagier, er und ich gemeinsam. Und während dieser drei Wochen hatte ich gegen den Druck gekämpft, das wachsende Verlangen, das in mir aufstieg wie eine riesige Welle, die über den Sand donnert und nicht abeppt, sondern mit jedem Ticken der Uhr in diesen leuchtenden Nächten anschwillt. Aber es war auch eine Zeit der Umsicht, Zeit, um sicher zu gehen. Ich war mir des Priesters nicht gewiss, nein, lange Zeit war ich nicht sicher. Zeit, um Gewissheit zu erlangen, dass es richtig getan werden konnte, ordentlich, säuberlich erledigt, alles geklärt. Ich konnte nicht gefasst werden, nicht jetzt. Ich hatte zu hart gearbeitet, zu lange, um es gelingen zu lassen, um mein kleines, glückliches Leben zu schützen. Und ich hatte zu viel Vergnügen daran, um jetzt aufzuhören. Und so war ich immer achtsam, immer ordentlich, mit meinen Vorbereitungen immer der Zeit voraus, damit es richtig war. Und wenn es richtig ist, nimm dir noch einmal die Zeit, alles zu überprüfen. Es war die Methode Harry. Gott segne ihn, jenen weitsichtigen, vollkommenen Polizisten, meinen Adoptivvater. Du musst immer sicher sein, immer achtsam, immer präziser, hatte er gesagt. Und seit einer Woche war ich mir sicher, dass alles so Harry richtig war, wie es nur sein konnte. Und als ich an diesem Abend mein Büro verließ, wusste ich, dass es soweit war. Dieser Abend war der Abend. Dieser Abend war anders. An diesem Abend würde es geschehen, musste es geschehen, so wie es zuvor geschehen war, so wie es wieder geschehen würde und wieder. Und heute Abend würde es dem Priester passieren. Sein Name war Vater Donovan. Er unterrichtete Musik im St. Anthony's Waisenhaus in Homestead, Florida. Ja, die Kinder liebten ihn. Und selbstverständlich liebte er die Kinder. Oh ja, sogar sehr. Er hatte ihnen sein ganzes Leben gewidmet, hatte Kreolisch und Spanisch gelernt, hatte Musik studiert. Alles für die Kinder. Alles, was er tat, alles war für die Kinder, alles. Ich beobachtete ihn an diesem Abend, wie ich ihn schon an so vielen Abenden beobachtet hatte. Beobachtete, wie er im Eingang des Waisenhauses noch einmal stehen blieb, um sich mit einem schwarzen Mädchen zu unterhalten, das ihm nach draußen gefolgt war. Sie war klein, nicht älter als acht und zierlich für ihr Alter. Er setzte sich auf die Stufen und redete fünf Minuten lang mit ihr. Sie setzte sich auch und hüpfte auf und ab. Sie lachten. Sie kuschelte sich an ihn, er streichelte ihr Haar. Eine Nonne kam heraus und blieb im Eingang stehen, schaute kurz auf sie hinunter, bevor sie sprach. Dann lächelte sie und streckte die Hand aus. Das Mädchen drückte ihren Kopf an den Priester, Vater Donovan umarmte sie, stand auf und gab dem Mädchen einen Gute-Nacht-Kuss. Die Nonne lachte und sagte etwas zu Vater Donovan. Er antwortete. Und dann machte er sich auf den Weg zu seinem Wagen. Endlich! Ich machte mich bereit, zuzuschlagen und noch nicht. Der Kombi des Hausmeisters stand fünf Meter vor der Tür entfernt. Als Vater Donovan daran vorbeiging, glitt die Schiebetür auf. Ein Mann stieg aus, zog an seiner Zigarette und grüßte den Priester. Er lehnte sich an den Kombi und unterhielt sich mit dem Priester. Glück! Wieder Glück! In diesen Nächten hatte ich immer Glück. Ich hatte den Mann nicht gesehen, keine Ahnung gehabt, dass er dort war, aber er hätte mich gesehen, wenn ich nicht Glück gehabt hätte. Ich holte Tiefluft, atmete langsam und ruhig wieder aus, eiskalt. Es war nur eine Kleinigkeit. Ansonsten hatte ich nichts übersehen. Ich hatte es trotzdem richtig gemacht, so, wie es gemacht werden musste. Es würde richtig sein. Jetzt! Vater Donovan war wieder auf dem Weg zu seinem Auto. Einmal drehte er sich um und rief etwas. Der Hausmeister winkte vom Eingang des Waisenhauses, drückte dann seine Zigarette aus und verschwand im Gebäude. Weg! Glück! Wieder Glück! Vater Donovan kramte nach seinen Schlüsseln, schloss die Fahrertür auf und stieg ein. Ich hörte, wie er den Schlüssel hineinsteckte, hörte den Motor anspringen. Und dann? Jetzt! Ich richtete mich auf dem Rücksitz auf und ließ die Schlinge um seinen Hals gleiten. Eine rasche, geschmeidige, anmutige Drehung und die Windungen einer reichsfesten Angelschnur lagen eng an. Er zuckte ein paar Mal zusammen und das war's. Du gehörst jetzt mir, erklärte ich ihm. Und er erstarrte, so tadellos und vollkommen, als hätte er geübt, fast als hätte er die andere Stimme in mir vernommen, den lachenden Beobachter in meinem Innern. Du genau das, was ich dir sage, befahl ich. Er keuchte kurz auf und sein Blick irrte zum Rückspiegel. Mein Gesicht war dort, wartete auf ihn, eingehüllt in die weiße Seidenmaske, die nur meine Augen zeigte. Verstehst du mich? fragte ich. Die Seide der Maske umspielte meine Lippen, während ich sprach. Vater Donovan sagte nichts, starrte auf meine Augen. Ich zog die Schlinge enger. Verstehst du mich? wiederholte ich etwas leiser. Dieses Mal nickte er. Seine Hand flatterte zur Schlinge, nicht sicher, was geschehen würde, wenn er versuchte, sie zu lockern. Sein Gesicht verfärbte sich. Dunkelrot. Ich lockerte die Schlinge. Sei artig, sagte ich, dann lebst du länger. Er atmete tief ein. Ich konnte die Luft in seiner Kehle rasseln hören. Er hustete und holte wieder Luft, aber er blieb ruhig sitzen und machte keinen Fluchtversuch. Das war sehr gut. Wir fuhren. Vater Donovan folgte meinen Anweisungen. Keine Tricks, kein Zögern. Wir fuhren nach Süden durch Florida City und nahmen die Car Town Road. Ich konnte erkennen, wie nervös ihn diese Straße machte, aber er widersprach nicht. Er versuchte, nicht mit mir zu reden. Er ließ beide Hände am Steuer, bleich und so verkrampft, dass die Knöchel weiß hervortraten. Das war ebenfalls sehr gut. Wir fuhren weitere fünf Minuten in Richtung Süden, ohne einen Laut, bis auf das Singen der Reifen und den Wind und den großartigen Mond über uns, der seine machtvolle Musik in meinen Adern erschallen ließ und dem aufmerksamen Beobachter, der leise im harten Pulsschlag der Nacht lachte. »Bieg hier ab«, sagte ich schließlich. Der Blick des Priesters flog zum Rückspiegel, wo er meine Augen fand. Die Panik versuchte, sich ihren Weg hinaus zu kralen, sein Gesicht hinab in seinen Mund, um zu schreien, doch »Bieg ab«, befahl ich, und er bog ab. Er sank in sich zusammen, als ob er dies die ganze Zeit erwartet, schon immer damit gerechnet hätte. Und er bog ab. Der schmale Feldweg war kaum zu erkennen. Man mußte schon wissen, dass er da war, und ich wußte es. Ich war bereits hier gewesen. Der zweieinhalb Meilen lange Weg schlängelte sich durch hohes Gras, knickte dreimal ab, führte zwischen Bäumen hindurch, entlang eines kleinen Kanals, tief in den Sumpf auf eine Lichtung. Vor fünfzig Jahren hatte dort jemand ein Haus gebaut. Ein Großteil davon war immer noch da. Es war ziemlich groß, drei Zimmer, die Hälfte des Daches noch vorhanden, der Ort seit vielen Jahren völlig verlassen. Abgesehen vom alten Gemüsegarten an der Seite, dort gab es Anzeichen dafür, dass jemand vor sehr kurzer Zeit gegraben hatte. »Halt den Wagen an«, sagte ich, als die Scheinwerfer das brüchige Haus erfassten. Vater Danovan gehorchte ruckartig. Die Angst hatte ihn überwältigt, Verstand und Glieder waren vollkommen erstarrt. »Stell den Motor ab«, befahl ich ihm, und er tat es. Plötzlich war es sehr still. Ein kleines Etwas schilbte in den Bäumen, der Wind strich über das Gras und dann wieder, Stille. Ein so tiefes Schweigen, dass es beinahe das Dröhnen der nächtlichen Musik erstickte, die in meinem Geheimen selbst hämmerte. »Steig aus«, sagte ich. Vater Danovan rührte sich nicht. Sein Blick war auf den Gemüsegarten gerichtet. Dort waren ein paar kleine Erdhügel zu erkennen. Die aufgehäufte Erde wirkte im Mondlicht sehr dunkel. Vater Danovan mußte sie noch schwärzer erscheinen, und er rührte sich noch immer nicht. Ich riß heftig an der Schlinge, heftiger, als er glaubte, es überleben zu können, heftiger, als er geahnt hatte, dass es ihm passieren könnte. Sein Rücken krümmte sich gegen den Sitz, die Adern auf seiner Stirn schwollen an, und er glaubte, sterben zu müssen. Aber er tat es nicht, noch nicht. Tatsächlich würde es noch einige Zeit dauern. Ich trat die Wagentür auf, zerrte ihn hinter mir her, nur um ihn meine Kraft spüren zu lassen. Er stürzte auf den sandigen Weg und wandte sich wie eine verletzte Schlange. Der dunkle Passagier lachte und war begeistert, und ich spielte meine Rolle. Ich setzte einen Stiefel auf Vater Donovans Brust und zog die Schlinge fest. Du wirst mir zuhören und tun, was ich dir sage, befahl ich. Du musst. Ich beugte mich hinunter und lockerte sanft die Schlinge. Du solltest das wissen, es ist wichtig, sagte ich. Und er hörte mich. Seine Augen, Blut unterlaufen und voller Schmerz, aus denen die Tränen über sein Gesicht liefen, seine Augen trafen meine in einem Augenblick des Verstehens, und alles, was passieren würde, war dort, damit er es sehen konnte. Und er sah es. Und er wußte, wie wichtig es für ihn war, genau richtig zu sein. Er begann zu verstehen. Steh jetzt auf, sagte ich. Langsam, sehr langsam, seinen Blick in meinen getaucht, stand Vater Donovan auf. So standen wir eine Weile mit verschränkten Blicken, wurden zu einer Person mit einem Verlangen und dann begann er zu zittern. Er hob eine Hand zum Gesicht, dann ließ er sie auf halbem Weg wieder fallen. Ins Haus, sagte ich ganz, ganz leise. Ins Haus, wo alles vorbereitet war. Vater Donovan senkte den Blick. Er hob ihn wieder, um mich anzusehen, aber er konnte nichts mehr erkennen. Er wandte sich zum Haus, hielt aber inne, als er die dunklen Erdhügel im Garten wieder erblickte. Und er wollte mich anschauen, aber er konnte es nicht, nicht nachdem er erneut diese schwarzen, vom Mondlicht beschienenen Erdhügel angesehen hatte. Er ging zum Haus und ich hielt seine Leine. Er ging gehorsam mit gesenktem Kopf ein braves, gefügiges Opfer, die fünfbrüchigen Stufen hoch, über die schmale Veranda zur geschlossenen Eingangstür. Vater Donovan blieb stehen. Er schaute nicht hoch. Er sah mich nicht an. Durch die Tür, sagte ich, in meinem weichen Kommandoton. Vater Donovan zitterte. Geh jetzt durch die Tür, wiederholte ich. Aber er konnte nicht. Ich langte an ihm vorbei und drückte die Tür auf. Ich schob den Priester mit dem Fuß hinein, er stolperte, fing sich wieder und stand mit zusammengekniffenen Augen im Innern. Ich schloss die Tür. Ich hatte auf dem Fußboden neben der Tür eine batteriegetriebene Lampe stehen lassen und schaltete sie ein. Sieh mal, flüsterte ich. Vater Donovan öffnete langsam vorsichtig ein Auge. Er erstarrte. Für Vater Donovan blieb die Zeit stehen. Nein, sagte er. Ja, erwiderte ich. Oh nein, sagte er. Oh doch, wiederholte ich. Er kreischte, nein, ich riß an der Schlinge, sein Schrei brach ab, und er fiel auf die Knie. Ein feuchtes, krechzendes Wimmern entrang sich ihm und er bedeckte sein Gesicht. Ja, sagte ich. Eine furchtbare Schweinerei, nicht wahr? Er benutzte sein gesamtes Gesicht, um die Augen zu schließen. Er konnte nicht hinsehen, nicht jetzt, nicht so. Ich konnte ihm keinen Vorwurf daraus machen, wirklich nicht. Es war eine furchtbare Schweinerei. Der Gedanke daran beruhigte mich, seit ich sie für ihn arrangiert hatte. Aber er musste es sehen. Er musste, nicht nur für mich, nicht nur für den dunklen Passagier, für ihn. Er musste hinsehen, und er tat es nicht. Öffne die Augen, Vater Donovan, sagte ich. Bitte, wimmerte er leise und schreck erfüllt. Es ging mir schrecklich auf die Nerven. Das durfte ich's nicht. Eiskalte Kontrolle, aber es nervte mich, dieses Jammern angesichts der Schweinerei auf dem Fußboden, und ich trat ihm die Beine weg. Ich zog heftig an der Schlinge und packte ihn mit der rechten Hand am Nacken. Dann donnerte ich sein Gesicht auf die widerlichen, verzogenen Bohlen. Es blutete ein wenig, und das machte mich zörniger. Mach sie auf, sagte ich. Mach die Augen auf, mach sie auf, jetzt, schau hin! Und ich zog seinen Kopf an den Haaren hoch. Tu, was ich sage, befahl ich. Sieh hin, oder ich schneide dir die Lieder weg. Ich war sehr überzeugend. Und so tat er es. Er tat, wie ihm geheißen. Er sah hin. Ich hatte hart gearbeitet, um es richtig hinzukriegen, aber man muss mit dem zurechtkommen, was man hat. Ich hätte es nicht fertiggebracht, wenn sie nicht lange genug dort gelegen hätten, um völlig vertrocknet zu sein. Aber sie waren so unglaublich schmutzig. Den gröbsten Schmutz hatte ich entfernen können, aber einige der Leichen hatten sehr lange in der Gartenerde gelegen, und man konnte nicht unterscheiden, wo der Schmutz begann und die Leiche aufhörte. Wenn man nicht darüber nachdenkt, kann man es nie wirklich sagen. So schmutzig. Es waren sieben. Sieben kleine Leichen, sieben extra schmutzige Waisenkinder, ausgebreitet auf den Plastikduschvorhängen, die ordentlicher sind und nicht lecken. Sieben gerade Linien, die quer durch den Raum wiesen, direkt auf Vater Donovan, damit er es wußte. Er würde sich zu ihnen gesellen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, begann er. Ich riß heftig an der Schlinge. Nichts davon, Vater, nicht jetzt. Jetzt ist die Zeit für die ganze Wahrheit. Bitte, geuchte er. Ja, bittel mich an, das ist gut, viel besser. Ich riß wieder. Meinst du, das sind alle, sieben Leichen? Haben sie gebettelt? Er hatte nichts zu sagen. Glaubst du, das sind alle, Vater? Nur sieben habe ich alle gefunden. Oh Gott, rasselte er. Sein Schmerz klang gut in meinen Ohren. Und was ist mit den anderen Städten, Vater? Was ist mit Fyretville? Möchtest du gerne über Fyretville reden? Er keuchte nur schluchzend. Keine Antwort. Und was ist mit East Orange? Waren es drei? Oder ist mir einer entgangen? Es ist so schwierig, sicher zu sein. Waren es vier in East Orange, Vater? Vater Donovan versuchte zu schreien. Für einen guten Schrei war von seiner Kehle nicht genug übrig, aber es saß echtes Gefühl dahinter, was für die miserable Technik entschädigte. Dann fiel er nach vorn aufs Gesicht und ich ließ ihn eine Weile flennen, bevor ich ihn wieder hoch auf die Füße zog. Er war nicht gefasst, hatte sich nicht unter Kontrolle. Seine Blase hatte sich entleert und auf seinem Kinn glänzte Speichel. Bitte, flehte er, ich konnte nichts dagegen tun, ich konnte mich nicht dagegen wehren, bitte, Sie müssen das verstehen. Ich verstehe es, Vater, sagte ich. Und in meinem Tonfall lag etwas, die Stimme des Passagiers, und der Klang ließ ihn erstarren. Er hob langsam den Kopf und erwiderte meinen Blick. Und was er in meinen Augen las, ließ ihn ganz ruhig werden. Ich verstehe es vollkommen, versicherte ich ihm. Während ich mich ganz dicht zu seinem Gesicht beugte. Der Schweiß auf seinen Wangen verwandelte sich in Eis. Siehst du, sagte ich, ich kann mich auch nicht dagegen wehren. Wir standen nun sehr nahe zusammen, berührten uns fast, und seine Verkommenheit war auf einmal zu viel. Ich riß an der Schlinge und trat ihm wieder die Beine weg. Vater Donovan krachte zu Boden. Aber Kinder, sagte ich, so etwas könnte ich Kinder niemals antun. Ich drückte meinen harten, sauberen Stiefel in seinen Nacken und presste sein Gesicht auf den Boden. Anders als du, Vater, niemals Kinder, ich muss Leute wie dich finden. Was bist du, flüsterte Vater Donovan. Der Anfang, sagte ich, und das Ende begegnet einem Vernichtervater. Ich hielt die Nadel bereit, und sie glitt in seinen Nacken wie vorgesehen. Die verkrampften Muskeln leisteten leichten Widerstand, aber der Priester nicht. Ich drückte auf den Kolben, und die Spritze leerte sich, erfüllte Vater Donovan mit rascher, reinlicher Ruhe. Augenblicke, Augenblicke nur, und sein Kopf begann zu schwimmen, sein Gesicht wandte sich mir zu. Sah er mich wirklich? Sah er die doppelten Gummihandschuhe, den schützenden Overell, die schlüpfrige Seidenmaske? Sah er mich wirklich? Oder geschah das in dem anderen Raum, dem Raum des Passagiers, dem sauberen Raum? Vor zwei Nächten gestrichen und gescheuert, geschrubbt, ausgesprüht und so sauber wie möglich geputzt, und in der Mitte des Raumes, dessen Fenster mit dicken, weißen Gummilaken abgedichtet waren, unter den Lampen in der Mitte des Raumes erkannte er mich schließlich dort an dem Tisch, den ich gebaut hatte, in den Kartons mit weißen Müllsäcken, den Flaschen mit Chemikalien und der kleinen Reihe Sägen und Messer? Sah er mich endlich? Oder sah er jene sieben unsauberen kleinen Erhebungen und wer weiß wie viele mehr? Sah er zuletzt sich selbst, unfähig zu schreien, wie er sich in eine Schweinerei, wie die im Garten verwandelte? Natürlich würde er das nicht. Seine Vorstellungskraft gestattete ihm nicht, sich selbst als die gleiche Spezies zu betrachten, und in gewisser Weise hatte er recht. Er würde sich niemals in die Schweinerei verwandeln, zu der er die Kinder zugerichtet hatte. Ich würde das niemals tun, konnte es nicht zulassen. Ich bin nicht wie Vater Donovan, ich bin kein solches Ungeheuer, ich bin ein sauberes Ungeheuer. Sauberkeit kostet natürlich Zeit. Aber sie ist es wert. Es lohnt sich, den dunklen Passagier glücklich zu machen, ihn für eine lange Zeit zu besänftigen. Lohnt sich, es richtig zu machen und ordentlich. Eine Schweinerei aus dieser Welt zu schaffen. Ein paar ordentlich verschnürte Müllsäcke mehr und meine kleine Ecke der Welt ist ein ordentlicherer und sauberer Ort, ein besserer Ort. Mir blieben etwa acht Stunden, bevor ich verschwunden sein musste. Ich würde sie brauchen, um alles richtig zu machen. Ich fesselte den Priester mit Paketband auf den Tisch und schnitt seine Kleidung herunter. Rasch erledigte ich die vorbereiteten Arbeiten. Rasieren, Schruppen, alles wegschneiden, was unordentlich abstand. Wie immer spürte ich die wundervolle, langsam einsetzende Erlösung durch meine ganzen Körperströmen. Sie würde mich durchfließen, während ich arbeitete, würde ansteigen und mich mitreißen, bis zum eigentlichen Ende, wenn das Verlangen unter Priester gemeinsam in der verebbenden Flut verschwanden. Und in dem Moment, bevor ich mit der ernsthaften Arbeit begann, schlug Vater Danovan die Augen auf und sah mich an. Jetzt gab es keine Furcht mehr. Das geschieht manchmal. Er sah direkt zu mir hoch und seine Lippen bewegten sich. Was? fragte ich. Ich beugte den Kopf ein wenig hinunter. Ich kann dich nicht hören. Ich hörte ihn atmen, langsam und friedlich. Und dann sagte er es noch einmal, bevor er die Augen schloss. Gern geschehen, erwiderte ich und fuhr mit der Arbeit fort. Kapitel 2 Um halb fünf morgens war der Priester entsorgt. Mir ging es viel besser. Das tut es danach immer. Morden vermittelt mir ein gutes Gefühl. Es löst die Spannungen in Dahlindex, das dunklen Wesen. Es ist eine köstliche Befreiung. Ein notwendiges Aufdrehen aller hydraulischen Ventile im Innern. Ich genieße meine Arbeit. Tut mir leid, wenn sie das stört. Oh ja, echt, sehr leid. Aber so ist es. Und natürlich ist es nicht einfach Mord. Es muss auf die richtige Weise erledigt werden. Zur rechten Zeit mit dem richtigen Gefährten. Sehr kompliziert, aber sehr notwendig. Und immer irgendwie erschöpfend. Deshalb war ich müde. Aber die Anspannung der letzten Woche hatte mich verlassen. Die kalte Stimme des dunklen Passagiers war verstummt und ich konnte wieder ich selbst sein. Der schrullige, komische, unbekümmerte, innerlich tote Dexter. Nicht länger Dexter mit dem Messer Dexter der Rächer. Bis zum nächsten Mal. Ich schaffte alle Leichen samt ihrem neuen Nachbarn zurück in den Garten und säuberte das kleine, zusammenfallende Haus so gut ich konnte. Ich lud meine Sachen in den Wagen des Priesters und fuhr in Richtung Süden zu dem kleinen Seitenkanal, wo ich mit meinem Boot angelegt hatte. Einem fünf Meter langen Fischerboot mit geringem Tiefgang und starkem Motor. Ich schob den Wagen hinter meinem Boot in den Kanal und kletterte an Bord. Ich sah zu, wie das Auto sank und dann verschwand. Dann warf ich den Außenborder an und steuerte aus dem Kanal in Richtung Norden über die Bucht. Die Sonne ging gerade auf und spiegelte sich im Wasser. Ich setzte meine fröhlichste Miene auf. Nur ein weiterer Fischer am frühen Morgen, der von der Arbeit heimkehrte. Schnappergefällig? Um halb sieben war ich zurück in meiner Wohnung in Coconut Grove. Ich zog den Objektträger aus meiner Tasche. Ein einfacher, sauberer Streifen Glas. Nun befand sich darauf ein einziger Tropfen vom Blut des Priesters genau in der Mitte. Sauber und ordentlich. Mittlerweile getrocknet. Bereit, unter das Mikroskop geschoben zu werden, wenn ich mich erinnern wollte. Ich legte den Träger zu den übrigen. Sechsunddreißig. Saubere und ordentliche, sehr trockene Tropfen Blut. Ich duschte extra lang, ließ das heiße, heiße Wasser die letzte Anspannung fortspülen und die Knoten in meiner Muskulatur lockern, schrubbte auch die letzten kleinen an mir haftenden Spuren vom Geruch des Priesters und des Gartens des kleinen Hauses im Sumpf ab. Kinder! Ich hätte ihn zweimal umbringen sollen. Was auch immer mich zu dem machte, was ich bin, machte mich hohl, innerlich leer, unfähig zu Gefühlen. Sie scheinen nicht besonders wichtig zu sein. Ich bin verdammt sicher, dass die meisten Leute eine ganze Menge täglicher Kontakte nur vortäuschen. Ich täusche eben alles vor. Ich bin sehr gut darin und Gefühle sind niemals vorhanden, aber ich mag Kinder. Ich kann niemals eigene haben, weil Sex für mich völlig ausscheidet, wenn ich mir das vorstelle, diese Dinge zu tun. Wie kann man nur? Wo bleibt der Sinn für Würde, aber Kinder? Kinder sind etwas Besonderes. Vater Donovan verdiente zu sterben. Dem Kurt Harry wurde Genüge getan, ihm und dem dunklen Passagier. Um Viertel nach sieben fühlte ich mich wieder sauber. Ich trank Kaffee, aß Müsli und fuhr zur Arbeit. Das Gebäude, in dem ich arbeite, ist eines dieser großen, modernen Dinger, weiß, mit Unmengen von Glas in der Nähe des Flughafens. Mein Labor liegt im zweiten Stock, im hinteren Teil. Ich habe ein kleines Büro, das an das Labor grenzt. Es ist nicht gerade groß, aber es gehört mir. Ein Kabuff neben dem Hauptlabor für Blutuntersuchungen. Alles meins. Der Zutritt ist niemandem gestattet. Niemand, mit dem ich teilen muss. Niemand, der meinen Bereich in Unordnung bringt. Ein Schreibtisch samt Stuhl, ein weiterer Stuhl für Besucher, falls sie nicht zu groß sind. Computer, Regal, Aktenschrank, Telefon, Anrufbeantworter. Ein Anrufbeantworter, der blinkte, als ich hereinkam. Eine Nachricht für mich ist nicht gerade ein alltägliches Ereignis. Aus irgendeinem Grunde gibt es auf der Welt nur wenige Menschen, die einem Blutspurenanalytiker während der Arbeitszeit etwas mitzuteilen haben. Zu diesen wenigen Menschen, die mir etwas zu sagen haben, gehört Deborah Morgan, meine Adoptivschwester. Ein Kopf, wie ihr Vater. Die Nachricht stammte von ihr. Ich drückte auf den Knopf und hörte blecherne Tejano-Musik, dann Deborahs Stimme. Dexter, bitte, sobald du da bist, ich bin an einem Tatort draußen im Tamier-Mitrail beim Hotel Katschike. Eine kurze Pause. Ich hörte, wie sie die Hand auf die Sprechmuschel legte und etwas zu jemandem sagte, dann erneut ein Schwall mexikanischer Musik und sie war wieder dran. Kannst du sofort herkommen, bitte, Dex. Sie legte auf. Ich habe keine Familie. Ich meine, soweit ich weiß. Sicher gibt es dort draußen irgendwo Menschen, die mit dem gleichen genetischen Material versehen sind wie ich. Ich bedauere sie, aber ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe es nicht versucht und sie haben nicht versucht, mich zu finden. Ich wurde von Harry und Doris Morgan, Deborahs Eltern, adoptiert und großgezogen. Und angesichts dessen, was ich bin, haben sie dabei wundervolle Arbeit geleistet, meinen sie nicht? Beide sind mittlerweile gestorben. Und so ist Depp der einzige Mensch ist es das Paradies, besonders für Kakerlaken. Reihen von Gebäude, die gleichzeitig schimmern und vermodern, leuchtendes Neon über uralten, verwahrlosten, vom Schwamm befallenen Gemäuern. Entweder fährt man nachts dorthin oder gar nicht, denn das Ganze bei Tageslicht zu betrachten, veranschaulicht einem die Grundlage unseres brüchigen Vertrags mit dem Leben. In jeder Großstadt existiert ein Areal wie dieses. Wenn ein schäckiger Zwerg mit fortgeschrittener Lepra Sex mit einem Känguru und einem Teenager-Kor sucht, wird er hier fündig werden, einschließlich eines Zimmers. Wenn er fertig ist, kann er die ganze Bande auf einen kubanischen Kaffee und ein Medianoche-Sandwich nach nebenan schleppen. Niemand wird sich daran stören, solange er Trinkgeld gibt. Deborah war in der letzten Zeit zu oft hier gewesen, ihre Meinung nicht meine. Es schien ein guter Ort zu sein, wenn man Polizist war und seine statistische Chance erhöhen wollte, jemanden bei etwas Illegalem zu ertappen. Deborah sah das anders, vielleicht, weil sie bei der Sitte war. Eine gut aussehende junge Frau von der Sitte am Tamiemi-Trail endet gewöhnlich als Köder am Haken, steht fast nackt draußen, um Männer zu fassen, die für Sex bezahlen wollen. Deborah hasste es. Sie konnte sich über Prostitution nicht aufregen, es sei denn als soziales Anliegen. Sie glaubte nicht, dass Schwänze zu fangen etwas mit Verbrechensbekämpfung zu tun hatte und außerdem hasste sie alles, was ihre Weiblichkeit und ihre üppige Figur überbetonte. Aber das wusste nur ich. Sie wollte ein Cop sein. Es war nicht ihre Schuld, dass sie eher wie das Playmate des Monats aussah. Schon als ich auf den Parkplatz abbog, den sich das Motel Katschike und sein Nachbar Titus Café Cubano teilen, konnte ich erkennen, dass sie augenblicklich eine verdammte Mengefigur bot. Sie trug einen neonrosa Schlauchtop, Satin-Shorts, schwarze Netzstrümpfe und Pfennigabsätze, direkt aus dem Kostümfundus für Hollywood-Nutten in 3D. Vor ein paar Jahren bekam irgendjemand im Büro der Sitte den Tipp, dass die Luden auf den Straßen sich über sie lustig machten. Es schien, dass die Jungs von der Sitte die Aufmachung aussuchten, in der ihre weiblichen Kollegen auf Beutefang gingen. Ihre Auswahl der Kleidungsstücke verriet erschreckend viel über ihre persönlichen Vorlieben im Bereich Perversionen, aber sie sahen nicht gerade nach Nuttenklamotten aus. Daher wusste jeder auf der Straße Bescheid, sobald ein neues Mädchen Marke und Waffe in ihrem Handtäschchen spazieren trug. Als Ergebnis des Tipps bestanden die Jungs von der Sitte darauf, dass die Mädchen, die undercover arbeiteten, ihre Ausstattung für den Job selbst aussuchen. Schließlich wissen Frauen sowieso besser, was ihnen steht, oder? Vielleicht tun das die meisten. Deborah nicht. Sie fühlte sich nur in Uniform richtig wohl. Sie hätten sie sehen sollen, was sie zu ihrem Abschlussball tragen wollte. Und jetzt? Ich hatte noch nie eine schöne Frau in einer so offenherzigen Kostümierung gesehen, die sexuell weniger attraktiv gewirkt hätte als Deborah. Aber sie hielt durch. Sie drängte die Menge zurück, ihre Marke hatte sie an das Schlauchtopp geheftet. Sie war deutlicher zu sehen, als die halbe Meile gelbes Absperrband, das bereits aufgespannt worden war, deutlicher auch, als die drei Streifenwagen, die mit flackerndem Blaulicht dort parkten. Das rosa Schlauchtopp leuchtete noch heller. Sie stand auf der anderen Seite des Parkplatzes und hielt den Technikern der Spurensicherung, die anscheinend den Müllcontainer des Cafés durchwühlten, die raunende Menge vom Leib. Ich war froh, dass ich zu einer anderen Abteilung gehörte. Der Gestank wehte quer über den Parkplatz in mein Wagenfenster, der stechende Geruch nach südamerikanischem Kaffeesatz, gemischt mit dem nachvergorenen Früchten und ranzigem Schweinefleisch. Der an der Einfahrt zum Parkplatz passierte Polizist war ein Typ, den ich kannte. Er winkte mich hinein und ich fand eine Lücke. »Deb«, grüßte ich, während ich hinüber spazierte, »nette Aufmachung, bringt deine Figur wirklich vorteilhaft zur Geltung. Verpiss dich«, erwiderte sie und errötete. »Bei einem ausgewachsenen Kopf ein seltener Anblick.« »Sie haben noch eine Nutte gefunden«, sagte sie. »Zumindest glauben Sie, dass es eine Nutte ist. Schwer zu sagen, wenn man die Reste sieht. Das ist die dritte in den letzten fünf Monaten, stellte ich fest. »Die fünfte«, korrigierte sie mich. »Oben in Broward gab es noch zwei.« Sie schüttelte den Kopf. »Offiziell behaupten diese Arschlöcher noch immer, es gäbe keine Verbindung.« »Sonst hätten Sie einen Haufen Papierkram zu erledigen«, bemerkte ich zuvorkommend. Depp zeigte mir die Zähne. »Wie wär's mit ein wenig verdammter, grundlegender Ermittlungsarbeit?« schnarrte sie. »Ein Idiot kann erkennen, dass diese Morde etwas miteinander zu tun haben.« Sie schauderte ein bisschen. Ich starrte sie erstaunt an. Sie war ein Kop. Tochter eines Kops. Solche Dinge ließen sie kalt. Als sie noch eine Anfängerin gewesen war und die älteren Polizisten ihr Streiche gespielt hatten, sie zeigten ihr die zerstückelten Leichen, die in Miami jeden Tag auftauchten, damit sie ihr Mittagessen erbrach, hatte sie nicht mit der Wimper gezuckt. Sie hatte alles gesehen, war da gewesen, hatte es erlebt und das T-Shirt gekauft, aber jetzt schauderte sie. Interessant. »Hier geht es um etwas Besonderes, oder?« fragte ich sie. »Es fällt in meine Zuständigkeit, wegen der Nutten.« Sie zeigte mit dem Finger auf mich. »Und das bedeutet, dass ich eine Chance habe, mitzumachen, aufzufallen und zur Mordkommission befördert zu werden.« Ich schenkte ihr mein fröhliches Lächeln. »Ehrgeizig, Deborah.« »Gottverdammt richtig,« bestätigte sie. »Ich will raus aus der Sitte und ich will raus aus diesem Nuttenaufzug. Ich will zur Mordkommission, Dexter, und das hier könnte meine Fahrkarte sein. Nur ein kleiner Durchbruch,« sie zögerte. Und dann sagte sie noch etwas absolut Erstaunliches. »Bitte hilf mir, Dex,« sagte sie. »Ich hasse es wirklich.« »Bitte?« »Debora? Hast du wirklich »Bitte« gesagt? Weißt du eigentlich, wie nervös mich das macht? »Hör auf mit dem Blödsinn, Dex!« »Aber, Deborah, wirklich!« »Hör auf«, habe ich gesagt. »Wirst du mir nun helfen oder nicht?« So formuliert und mit dem seltenen »Bitte,« das in der Luft hing, was konnte ich da anderes antworten als »Natürlich, Depp, das weißt du doch.« Sie faßte mich scharf ins Auge und nahm ihr »Bitte« zurück. »Ich weiß es nicht, Dexter. Was dich angeht, weiß ich gar nichts.« »Natürlich werde ich dir helfen, Depp«, wiederholte ich, wobei ich versuchte, verletzt zu klingen, und mit einer wirklich guten Imitation gekränkter Würde wandte ich mich zu den Mülltonnen und zu dem Rest der Laborraten um. Camilla Fick kroch durch den Müll und suchte nach Fingerabdrücken. Sie war eine stämmige Frau von 35 mit kurzen Haaren, die niemals auf meine luftigen, charmanten Komplimente zu reagieren schien. Aber als sie mich sah, richtete sie sich auf den Knien auf, errötete und sah zu, wie ich vorüberging, ohne ein Wort zu sagen. Sie schienen mich immer anzustarren und zu erröten. Auf der anderen Seite der Müllcontainer saß Vince Masuoka auf einem umgekehrten Milchkarton und stocherte in einer Handvoll Abfall herum. Er war halb Japaner und riß gern Witze darüber, dass er die kürzere Hälfte abbekommen hatte. Zumindest nannte er es Witze. Irgendetwas an Vince breitem asiatischen Lächeln war leicht daneben, als hätte er Lächeln aus einem Bilderbuch gelernt. Selbst wenn er die üblichen schmutzigen Witze über Polizisten riß, war ihm niemand wirklich böse. Andererseits lachte auch niemand, aber das konnte ihn nicht aufhalten. Er vollzog alle korrekten rituellen Gesten, aber er schien nur so zu tun, als ob. Ich glaube, darum mochte ich ihn. Noch ein Typ, der vorgab, ein menschliches Wesen zu sein. Genau wie ich. Nun, Dexter, fragte Vince, ohne den Kopf zu heben, was führt dich hierher? Ich wollte dabei zuschauen, wie echte Experten in einer absolut professionellen Atmosphäre arbeiten, erwiderte ich. Hast du welche gesehen? Ha, ha, machte er. Es sollte ein Lachen sein, aber es schien noch unechter als sein Lächeln. Du glaubst, wohl, du wärst in Boston. Er entdeckte etwas und hielt es blinzelnd ins Licht. Ernsthaft, warum bist du hier? Warum sollte ich nicht hier sein, Vince, sagte ich, und täuschte einen indignierten Ton vor. Es ist ein Tatort, oder nicht? Dein Job sind Blutspuren, antwortete er, warf weg, worauf auch immer er gestarrt hatte und suchte weiter. Ich weiß. Er sah mich mit seinem strahlendsten, falschen Lächeln an. Hier gibt es kein Blut, Dex. Mir wurde schwindelig. Was soll das heißen? Kein Blut drin, drauf oder drumherum, Dex. Überhaupt kein Blut. Die unheimlichste Angelegenheit, die du jemals gesehen hast, erwiderte er. Überhaupt kein Blut. Ich konnte hören, wie die Bemerkung in meinem Kopf wiederhallte und immer lauter wurde. Kein heißes, klebriges, ekliges Blut. Keine Spritzer, keine Flecken, überhaupt kein Blut. Warum hatte ich daran nicht gedacht? Es fühlte sich an, wie ein fehlendes Teil von etwas, von dem ich nicht gewusst hatte, dass es unvollständig war. Ich gebe nicht vor, zu verstehen, was es mit Dexter und Blut auf sich hat. Allein beim Gedanken daran beiße ich die Zähne zusammen und trotzdem habe ich es zu meiner Karriere, meinem Studium, meiner Arbeit gemacht. Offensichtlich handelt es sich hier um etwas sehr Tiefgründiges, aber ich finde es ein bisschen ermüdend, dem nachzugehen. Ich bin, was ich bin und ist es nicht ein wunderschöner Abend, um einen Kindermörder zu zerlegen. Aber das? Geht es dir gut, Dex? fragte Vince. Blendend, sagte ich. Wie hat er es gemacht? Kommt drauf an. Ich sah Vince an. Er starrte auf einer Handvoll Kaffeesatz, in dem er sorgfältig mit einem im Gummihandschuhen steckenden Finger herumrührte. Kommt worauf an, Vince? Darauf, wer er ist und was er macht, antwortete er. Ich schüttelte den Kopf. Man kann es mit der Unergründlichkeit auch übertreiben, sagte ich. Wie wird der Mörder das Blut los? Im Moment schwer zu sagen, erwiderte er. Wir haben nichts gefunden und die Leiche ist in keinem guten Zustand, deshalb wird es schwierig werden, etwas zu entdecken. Das klang nicht gerade spannend. Ich lasse gern eine ordentliche Leiche zurück. Kein Ärger, keine Unordnung, kein Tropfen des Blut. Falls es sich bei einem Killer nur um einen weiteren, an einem Knochen zerrenden Hund handelt, war ich nicht interessiert. Er wies mit dem Kopf auf eine sieben Meter entfernte Stelle. Da drüben, sagte er, bei La Guerta. Du meine Güte, sagte ich, hat La Guerta die Leitung? Er lächelte mich wieder falsch an. Der Killer hat Glück. Ich sah hinüber. Eine kleine Gruppe Menschen stand um einen Haufen Müllsäcke herum. Ich sehe nichts. Direkt da drüben, die Müllsäcke. In jedem steckt ein Leichenteil. Er hat das Opfer in Stücke geschnitten und die dann wie Weihnachtsgeschenke eingewickelt. Hast du jemals so was gesehen? Selbstverständlich hatte ich das. So mache ich es. Kapitel 3 Im gleisenden Sonnenschein von Miami hatte der Anblick eines Tatortes etwas seltsam, Fremdartiges und Entwaffnendes. Die bizarrsten Morde wirken antiseptisch, gestellt. Als befände man sich in einer neuen, gewagten Themenwelt von Disneyland. Darmerland. Komm und probier den Kühlschrank. Bitte erbrechen Sie Ihren Lansch nur in die dafür vorgesehenen Behälter. Nicht, dass der Anblick zerstückelter Leichen mich jemals gestört hätte. Oh nein, nicht im Mindesten. Ich habe leichte Vorbehalte gegenüber den Unsauberen, wenn sorglos mit Körperflüssigkeiten umgegangen wurde. Ekliges Zeug. Abgesehen davon ist es nicht schlimmer als der Anblick von Rippchen beim Fleischer. Aber Anfänger und Besucher neigen an Tatorten zum Kotzen. Und aus irgendeinem Grund kotzen sie hier unten viel weniger als oben im Norden. Die Sonne nimmt dem Ganzen den Stachel. Sie macht die Angelegenheit sauberer, lässt sie ordentlicher aussehen. Vielleicht ist das der Grund für meine Liebe zu Miami. Es ist so eine saubere Stadt. Und auch dieser Tag in Miami war bereits heiter und warm. Jeder, der eine Anzugjacke trug, sah sich nach einer Stelle zum Aufhängen um. Leider gab es keine solche Stelle auf diesem schmuddeligen kleinen Parkplatz. Hier standen nur fünf oder sechs Autos und der Müllcontainer. Man hatte ihnen eine Ecke nahe dem Café geschoben, vor eine rosa Stuckmauer, auf der Stacheldraht angebracht war. Dort befand sich der Hintereingang des Cafés. Eine mürrische junge Frau ging raus und rein und machte glänzende Geschäfte mit dem Verkauf von Café Cubano und Pastelas an die Polizisten und Techniker am Tatort. Die Hand voll erlesener Cops in Anzügen, die an Mordschauplätzen herumhängen, um entweder aufzufallen, Druck auszuüben oder sicherzugehen, dass sie wissen, was vor sich geht, mussten nun mit einem weiteren Problem jonglieren. Kaffee, Pastete, eine Anzugjacke. Die Bande von der Spurensicherung trug keine Anzüge. Hawaii-Hemden mit zwei Brusttaschen waren eher ihre Kragenweite. Ich trug selbst eins. Das sich wiederholende Muster bestand aus Voodoo-Trommlern und Palmen vor limonengrünem Hintergrund, stilvoll, aber praktisch. Ich wandte mich an das mir am nächsten stehende Hawaii-Hemd in dem Gewirr von Menschen rund um die Leiche. Es gehörte zu Angel Batista keine Verwandtschaft, wie er sich vorzustellen pflegte. Hi, ich bin Angel Batista keine Verwandtschaft. Er arbeitete für die Gerichtsmedizin. Im Augenblick kauerte er neben einem der Müllsäcke und spähte hinein. Ich gesellte mich zu ihm. Ich war selbst neugierig auf den Inhalt des Beutels. Alles, was Deborah eine Reaktion entlockte, war einen Blick wert. Angel, grüßte ich, als ich ihn erreichte. Was haben wir? Was meinst du mit wir, weißer Junge, fragte er. Hier gibt es kein Blut, du bist arbeitslos. Hörte ich bereits. Ich kauerte mich neben ihn. Ist es hier passiert, oder wurde sie hier nur abgeladen? Er wiegte den Kopf. Schwer zu sagen, der Container wird zweimal die Woche geleert, sie lag vielleicht schon zwei Tage hier drin. Ich schaute mich auf den Parkplatz um, sah dann hinüber zur schäbigen Fassade des El Katschike. Was ist mit dem Hotel? Angel zuckte die Achseln. Sie durchsuchen es noch, aber ich glaube nicht, dass Sie etwas finden werden. Die anderen Male hat er einfacher in den vorhandenen Container benutzt. Hu, sagte er plötzlich. Was? Er benutzte einen Bleistift, um den Plastesack auseinanderzuziehen. Sieh dir diesen Schnitt an! Das Ende eines ausgelösten Beins schaute heraus. Im gleißenden Sonnenlicht wirkte es bleich und ausgesprochen tot. Dieses Stück endete unter dem Knöchel. Der Fuß war sauber abgehackt worden. Darauf war ein kleiner Schmetterling eintätowiert, dessen einer Flügel zusammen mit dem Fuß abgetrennt worden war. Ich pfiff. Es war beinahe chirurgisch. Der Typ lieferte saubere Arbeit. Besser konnte ich es auch nicht. Sehr sauber, bemerkte ich. Und das war es, selbst abgesehen von der Perfektion des Schnitts. Ich hatte noch nie so sauberes, trockenes, ordentlich wirkendes, totes Fleisch gesehen. Wundervoll! Mecago and Dias auf sauber und ordentlich, sagte er. Es ist nicht fertig. Ich schaute an ihm vorbei, tiefer in den Sack. Nichts bewegte sich darin. Für mich sieht es ziemlich fertig aus, Angel. Schau her, forderte er mich auf. Er öffnete einen der anderen Säcke. Dieses Bein hat er in vier Stücke zerteilt, fast wie mit einem Lineal, hey? Und das hier? Er wies auf den ersten Knöchel, den ich so tief bewundert hatte. Das hier schneidet er nur in zwei Teile? Wie kommt das, hey? Ich weiß es ganz sicher nicht, sagte ich. Vielleicht kann sich Detective Laguerthe einen Reim darauf machen. Angel schaute mich einen Moment lang an und wir gaben uns beide große Mühe, keine Miene zu verziehen. Vielleicht, sagte er und machte sich wieder an die Arbeit. Warum gehst du nicht hin und fragst sie? Hasta luego, Angel, verabschiedete ich mich. Mit ziemlicher Sicherheit, antwortete er den Kopf über den Plastisack. Vor einigen Jahren waren Gerüchte im Umlauf gewesen, dass Detective Migdia Laguertha zur Mordkommission versetzt worden war, weil sie mit jemandem geschlafen hatte. Wenn man sie so ansah, konnte man es fast glauben. Alle erforderlichen Teile saßen bei ihr an den richtigen Stellen, um sie auf eine mürrische, aristokratische Weise attraktiv wirken zu lassen. Eine wahre Make-up-Künstlerin und sehr gut gekleidet Bloomingdale-chick. Aber die Gerüchte können nicht stimmen. Obwohl sie äußerlich sehr feminin wirkte, habe ich nie eine Frau getroffen, die innerlich maskuliner gewesen wäre. Sie war hart, ehrgeizig auf äußerst selbstsüchtige Weise und ihre einzige Schwäche schienen wie Models aussehende Männer zu sein, die ein paar Jahre jünger waren als sie. Deshalb bin ich sicher, dass Sex nicht der Grund für ihre Versetzung zur Mordkommission war. Sie arbeitet für die Mordkommission, weil sie Kubanerin ist, ihre Karten richtig ausspielt und weiß, wie man anderen in den Arsch kriecht. Diese Kombination bringt einen in Miami wesentlich weiter als Sex. La Guerta ist wirklich gut im Arschkriechen. Sie ist eine Weltklasse-Arschkriecherin. Sie ist bis zur gehobenen Position einer Mordermittlerin durch sämtliche Ärsche gekrochen. Unglücklicherweise handelt es sich dabei um einen Job, bei dem ihre Fähigkeiten zum rückwärtigen Schleimen nicht gefragt waren und sie war ein miserabler Detektiv. So etwas passiert? Inkompetenz wird häufig belohnt. Ich muss so oder so mit ihr arbeiten, also habe ich meinen nicht unbeträchtlichen Charme eingesetzt, damit sie mich mag. Einfacher, als man denkt. Jeder kann bezaubernd sein, wenn es ihm nichts ausmacht, nur so zu tun und all die dummen, offensichtlichen, Übelkeit erregenden Dinge zu sagen, die den meisten Menschen mit Gewissen nicht über die Lippen kommen. Glücklicherweise besitze ich kein Gewissen. Ich spreche sie aus. Während ich mich der kleinen Gruppe beim Café näherte, befragte La Guerta jemanden in Maschinengewehr Spanisch. Ich spreche Spanisch, außerdem verstehe ich ein wenig Kubanisch. Bei La Guerta verstand ich nur eins von zehn Wörtern. Der kubanische Dialekt ist die Verzweiflung der spanischsprachigen Welt. Der einzige Zweck des Sprechens scheint ein Rennen gegen eine unsichtbare Stoppuhr zu sein, um innerhalb von drei Sekunden so viel wie möglich herauszukriegen, ohne einen Konsonanten zu verwenden. Der Trick beim Verstehen besteht darin, zu wissen, was jemand sagen will, bevor er es tut. Das trägt zum Teil zu der Verschworenheit bei, über die sich die Nicht-Kubaner manchmal aufregen. Der Mann, den La Guerta löcherte, war kurz und breit, dunkel, mit indianischen Zügen und eindeutig eingeschüchtert von Dialekt, Tonfall und Dienstmarke. Er versuchte, sie nicht anzusehen, weshalb sie anscheinend noch schneller redete. »No, no hay nadie afuera«, sagte er leise, langsam, mit abgewandtem Blick. »Todas están en Café.« Niemand war draußen, alle waren im Café. »Donde estabas?« herrschte sie ihn an. »Wo waren Sie?« Der Mann blickte auf den Stapel Leichenteile und schaute rasch weg. »Cocina?« Die Küche. »Entonces, yo sacco la basura.« »Dann habe ich den Müll rausgebracht.« La Guerta machte weiter, bedrängte ihn verbal, stellte die falschen Fragen im falschen Ton, tyrannisierte und erniedrigte ihn, bis er allmählich das Grauen vergaß, das die Entdeckung der Leichenteile im Müllcontainer bei ihm ausgelöst hatte und sich mürrisch und unkooperativ verhielt. Eine echte Meisterleistung. Knöpf dir den Schlüsselzeugen vor und bring ihn gegen dich auf. Wenn man den Fall in den ersten entscheidenden Stunden versauen kann, spart das später eine Menge Zeit und Papierkram. Sie endete mit ein paar Drohungen und schickte den Mann fort. »Indio«, spuckte sie, als er außer Hörweite getrottet war. »Die muss es auch geben, Detective«, sagte ich. »Selbst dumme Bauern.« Sie schaute auf und ließ ihren Blick langsam an mir herabgleiten, während ich dort stand und mich nach dem Grund fragte. Hatte sie vergessen, wie ich aussah? Aber sie war fertig und lächelte mich strahlend an. Sie mochte mich wirklich, die Idiotin. »Olla, Dexter, was führt Sie hierher?« »Ich habe gehört, dass Sie hier sind und konnte mich nicht zurückhalten. Bitte, Detective, wollen Sie mich heiraten?« Sie kicherte. Die übrigen Beamten in Hörweite, wechselten einen Blick und sahen dann weg. »Ich kaufe keinen Schuh, den ich nicht anprobiert habe,« sagte La Guerta. »Egal, wie gut er aussieht.« Und obwohl ich mir der Wahrheit Ihres Ausspruchs gewiß war, erklärte es eigentlich nicht, warum sie sich während des Sprechens mit der Zunge über die Lippen fuhr. »Jetzt müssen Sie aber gehen, Sie lenken mich ab, ich muss ernsthaft arbeiten.« »Das sehe ich,« erwiderte ich. »Wissen Sie schon, wer der Killer ist?« Sie schnaubte. »Sie klingen wie ein Reporter. In einer Stunde werden diese Arschlöcher über mich herfallen.« »Was werden Sie ihnen sagen?« Sie sah hinunter auf die Leichenteile und runzelte die Stirn. Nicht, weil der Anblick ihr etwas ausmachte. Sie sah ihre Karriere, während sie versuchte, sich ihre Antworten für die Presse zurechtzulegen. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Killer einen Fehler macht und wir ihn erwischen.« »Bedeutet das,« unterbrach ich sie, »dass er bis jetzt keinen Fehler gemacht hat, Sie keine Anhaltspunkte haben und warten müssen, bis er wieder tötet, bevor Sie etwas unternehmen können?« Sie musterte mich scharf. »Ich habe es vergessen. Warum mag ich sie?« Ich zuckte nur die Achseln. Ich hatte keine Ahnung, aber sie offensichtlich auch nicht. »Was wir haben, ist Nada y Nada, dieser Gualte-Malteke.« Sie schnitt dem, sich entfernenden Indio, eine Grimasse, entdeckte die Leiche, als er den Müll aus dem Restaurant brachte. Die Müllsäcke waren ihm fremd, deshalb öffnete er einen, um nachzuschauen, ob was Interessantes drin war. Es war der Kopf. »Spitze!« murmelte ich. »Hä?« »Nichts!« Sie schaute mit gerunzelter Stirn umher. Vielleicht hoffte sie, ein Anhaltspunkt würde hervorhüpfen, damit sie ihn abknallen könnte. »Und das war's. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Nichts. Ich muss jetzt warten, bis die Freaks aus ihrer Abteilung fertig sind, bevor ich weitermachen kann.« »Detektiv!«, erklang eine Stimme hinter uns. Captain Matthews schlenderte in einer Wolke von Aramis Afterchief herüber. Was hieß? Dass die Reporter jeden Moment hier eintreffen würden. »Hallo, Captain!«, grüßte LaGuarda. »Ich habe Officer Morgan gebeten, peripher an dem Fall mitzuarbeiten,« sagte er. LaGuarda zuckte zusammen. »In ihrer Eigenschaft als Undercover-Agentin hat sie Zugang zu den Quellen innerhalb der Prostituierten-Gemeinschaft, die uns bei der Lösung des Falls von Nutzen sein könnten.« Der Mann redete wie ein Thesaurus, zu viele Jahre schriftlicher Berichte. »Captain, ich glaube nicht, dass das nötig sein wird,« sagte LaGuarda. Er zwinkerte und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Menschenführung ist eine Gabe.« »Entspannen Sie sich, Detective!« »Ihr Vorrecht, die Ermittlungen zu leiten, wird dadurch nicht in Frage gestellt. Sie wird sich nur dann bei Ihnen melden, wenn sie etwas zu berichten hat. Zeugen dieser Art. Ihr Vater war ein verdammt guter Polizist. In Ordnung?« Sein Blick wurde glasig und konzentrierte sich dann auf etwas am anderen Ende des Parkplatzes. Ich schaute hin. Der Übertragungswagen von Channel 7 rollte heran. »Entschuldigen Sie mich,« sagte Matthews. Er richtete seine Krawatte, setzte ein ernstes Gesicht auf und schlenderte hinüber. »Puta!« fluchte LaGuarda leise. Ich wusste nicht, ob diese Bemerkung eher generelle Natur war oder ob sie sich auf Depp bezog, aber ich hielt es ebenfalls für eine gute Gelegenheit, mich davon zu machen, bevor Detektive LaGuarda wieder einfiel, dass Officer Puta meine Schwester war. Als ich mich wieder zu Depp gesellte, schüttelte Matthews gerade Jerry Gonzales von Channel 7 die Hand. Jerry war Miamis führender Vertreter des Blut- und Tote-Bringen-Quote-Journalismus. Mein Lieblingstyp. Dieses Mal würde er eine Enttäuschung erleben. Ein leichter Schauer durchfuhr mich. Überhaupt kein Blut. »Dexter«, sagte Deborah und versuchte dabei, wie ein Kopf zu klingen, aber ich wusste, wie aufgeregt sie war. »Ich habe mit Captain Matthews gesprochen. Er lässt mich mitmachen. Hab ich gehört«, erwiderte ich. »Sei vorsichtig«. Sie zwinkerte. »Wie meinst du das?« »La Guerta«, sagte ich. Deborah schnaubte. »Die«, sagte sie. »Ja, die. Sie mag dich nicht und sie will nicht, dass du ihr ins Gehege kommst. Pech. Sie hat ihre Befehle vom Käpt'n. Und sie hat bereits fünf Minuten dafür verbracht, darüber nachzudenken, wie sie die umgehen kann. Pass lieber auf, Debs.« Sie zuckte nur die Achseln. »Was hast du herausgefunden?« fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Noch nichts. La Guerta ist mit ihrem Latein am Ende, aber Vince meint«, »Ich hielt inne.« Darüber auch nur zu reden schien mir zu intim. »Vince meinte was?« »Nur eine Kleinigkeit, Debs. Es ist ein Detail. Wer weiß schon, welche Bedeutung es hat. Niemand, wenn du nicht damit rausdrückst, Dexter. Es scheint kein Blut mehr in der Leiche zu sein. Überhaupt kein Blut.« Deborah schwieg einen Augenblick nachdenklich. Kein ehrfürchtiges Schweigen wie bei mir. Nur nachdenklich. »Okay«, sagte sie schließlich. »Ich gebe auf. Was bedeutet das?« »Zu früh, um etwas dazu zu sagen«, sagte ich. »Aber du glaubst, dass es eine Bedeutung hat?« Es bedeutete, ein leichtes Schwindelgefühl im Kopf. Den Einsetzenden drang, mehr über den Killer herauszufinden. Es bedeutete ein zunehmendes Kichern des dunklen Passagiers, der sobald nach dem Priester eigentlich hätte schweigen müssen. Aber das konnte ich Deborah voll kaum erklären, nicht wahr? Deshalb sagte ich nur, »Könnte sein, Depp. Wer weiß das schon so genau?« Sie musterte mich einen halben Moment lang scharf, dann zuckte sie die Achseln. »Gut, okay«, meinte sie. »Sonst noch was?« »Oh, eine ganze Menge«, antwortete ich. »Sehr saubere Arbeit mit der Klinge. Die Schnitte sind beinahe chirurgisch. Wenn Sie nichts im Hotel entdecken, was auch niemand erwartet, wurde die Leiche woanders getötet und hier entsorgt.« »Wo?« »Sehr gute Frage.« »Gute Polizeiarbeit besteht zur Hälfte aus dem Stellen der richtigen Fragen. Die andere Hälfte besteht aus Antworten. »Na dann?« »Niemand kennt bis jetzt das Wo-Depp. Und ich habe natürlich auch nicht alle forensischen Daten, aber du beginnst ein Gefühl dafür zu entwickeln,« beschwor sie mich. Ich sah sie an. Sie erwiderte meinen Blick. Ich hatte schon zuvor Eingebungen gehabt. Ich hatte in der Hinsicht einen gewissen Ruf. Meine Ahnungen waren häufig zutreffend und warum auch nicht? Oft weiß ich, wie die Mörder denken, ich denke genauso. Natürlich behielt ich nicht immer recht. Und ich wollte auch nicht, dass die Polizei jeden Serienmörder erwischte, der dort draußen sein Unwesen trieb. Was für ein Hobby sollte ich mir dann zulegen? Aber dieser hier? Welche Richtung sollte ich in dieser spannenden Eskapade einschlagen? »Sag es mir, Dexter«, drängte Deborah. »Hast du irgendwelche Ideen?« »Möglich«, sagte ich. »Es ist noch ein bisschen zu früh.« »Nun morgen«, sagte La Guerta hinter uns. »Wir drehten uns um.« »Wie ich sehe, sind Sie für echte Polizeiarbeit gekleidet.« Etwas in La Guertas Tonfall war wie ein Schlag ins Gesicht. Deborah wurde steif. »Detective«, erwiderte sie. »Haben Sie etwas herausgefunden?« Ihr Ton verriet, dass sie die Antwort kannte. Eine unfaire Bemerkung. Aber sie traf nicht. La Guerta winkte ab. »Es sind nur Huren«, sagte sie mit einem scharfen Blick auf Depp's Dekolleté, das durch ihrem Nuttenaufzug noch betont wurde. »Nur Nutten. Das Wichtigste ist, die Presse davon abzuhalten, hysterisch zu werden.« Sie schüttelte langsam wie ungläubig den Kopf und sah auf. »Angesichts dessen, was man mit Druck erreichen kann, sollte das einfach sein.« Und sie zwinkerte mir zu und schlenderte davon, hinüber zum Zaun, wo Captain Matthews ausgesprochen würdevoll mit Jerry Gonzales von Channel 7 sprach. »Miststück«, sagte Deborah. »Es tut mir leid, Depps. Soll ich lieber sagen, der zeigen wir's, oder mache ich jetzt weiter mit »Ich hab's dir ja gesagt«?« Sie funkelte mich an. »Verdammt, Dexter«, meinte sie, »ich wäre wirklich gern diejenige, der den Kerl findet.« Und wenn ich an dieses »Überhaupt kein Blut« dachte, »ich auch.« »Ich wollte ihn auch schrecklich gern finden.« Kapitel 4 An diesem Abend fuhr ich nach der Arbeit mit dem Boot hinaus, um Deboras Fragen zu entgehen und über meine Gefühle nachzudenken. Gefühle. Ich, Gefühle. Was für eine Vorstellung. Ich steuerte mein Fischerboot vorsichtig aus dem Kanal heraus, tuckerte mit geringer Geschwindigkeit an den letzten Häusern vorbei, die durch hohe Hecken und Maschendrahtzäune voneinander abgeschirmt wurden. Automatisch winkte und lächelte ich all den Nachbarn draußen in ihren ordentlich gestutzten Gärten am Kanalufer zu. Kinder spielten auf den manikürten Rasenflächen. Mom und Dad grillten oder faulenzten oder polierten den Stacheldraht, während sie mit Argus-Augen über ihre Brut wachten. Ich grüßte jeden. Einige winkten sogar zurück. Sie kannten mich, hatten mich schon früher vorbeifahren sehen, immer fröhlich, immer einen Gruß auf den Lippen. Er war immer so ein netter Mann, sehr freundlich, ich kann nicht glauben, dass er diese schrecklichen Dinge getan hat. Am Ausgang des Kanals drehte ich den Motor auf und nahm Kurs nach Südosten in Richtung Cape Florida. Der Wind in meinem Gesicht und der Geschmack der salzigen Gischt halfen mir, einen klaren Kopf zu bekommen. Ich fühlte mich sauber und etwas frischer. Es fiel mir wesentlich leichter, nachzudenken. Zum Teil lag es an der Ruhe und dem Frieden auf dem Wasser und zum Teil daran, dass die übrigen Boote mich scheinbar in bester Miami-Tradition umzubringen versuchten. Ich fand das sehr entspannend. Ich fühlte mich richtig zu Hause. Das ist mein Land. Das ist mein Volk. Während der Arbeitszeit hatte ich nur wenig forensische Neuigkeiten erfahren. Um die Mittagsstunde kam die Story in den Nachrichten. Nach der grausigen Entdeckung beim Motel Katschike flog der Deckel von den Nuttenmorden. Channel 7 hatte bei der Präsentation des hysterischen Grauens von Leichenteilen in einem Müllcontainer wundervolle Arbeit geleistet, ohne irgendetwas über sie zu sagen. Wie Detective Laguerta so scharfsinnig beobachtet hatte, handelte es sich nur um Nutten. Aber sobald der öffentliche Druck seitens der Medien anstieg, konnten es ebenso gut Senatorentöchter sein. Und so hatte das Department bei seinen Verteidigungsmanövern einen Gang zugelegt, da sie haargenau wussten, welche Art herzerweichenden Geschwätz es die mutige und furchtlose Infanterie der fünften Gewalt von sich geben würde. Depp hatte am Tatort ausgeharrt, bis der Käpt'n begann, sich wegen der Genehmigung zu vieler Überstunden Gedanken zu machen. Dann hatte man sie nach Hause geschickt. Gegen 14 Uhr begann sie mich anzurufen, um sich nach meinen Fortschritten zu erkundigen, die nur sehr gering waren. Im Hotel hatten sich keine Anhaltspunkte gefunden, auf dem Parkplatz waren so viele Reifenspuren, dass man sie nicht mehr unterscheiden konnte, keine Abdrücke oder Spuren im Müllcontainer, auf den Säcken oder Leichenteilen. Alles war vollkommen rein, selbst nach den Maßstäben des Gesundheitsamtes. Der einzige wichtige Anhaltspunkt des Tages war das linke Bein. Wie Angel bemerkt hatte, war das rechte in mehrere saubere Stücke geschnitten worden, an Hüfte, Knie und Knöchel durchtrennt. Aber das linke Bein nicht. Es waren nur zwei säuberlich verpackte Stücke. Aha, machte Detective La Guerta, das weibliche Genie. Jemand hatte den Mörder unterbrochen, ihn überrascht, ihn aufgeschreckt, so dass er die Operation nicht vollenden konnte, er geriet in Panik, als er gesehen wurde und sie konzentrierte alle Anstrengungen darauf, diesen Zeugen zu finden. La Guertas Unterbrechungstheorie warf nur ein winziges Problem auf. Es handelte sich nur um eine kleine Sache. Vielleicht war es nur Haarspalterei, aber die ganze Leiche war pedantisch gesäubert und verpackt worden, vermutlich nachdem sie zerstückelt worden war. Und dann hatte man sie zu den Müllcontainern gebracht, wobei der Mörder offensichtlich ausreichend Zeit und Konzentration besessen hatte, um keine Fehler zu begehen und keinerlei Spuren zu hinterlassen. Entweder hatte niemand La Guerta darauf aufmerksam gemacht oder, Wunder über Wunder, konnte es sein, dass niemand es bemerkt hatte. Möglich. Vieles bei der Polizeiarbeit ist reine Routine, das Zusammenfügen von Einzelheiten zu mustern. Und wenn das Musternagel neu war, konnten die Ermittler agieren wie drei blinde Männer, die einen Elefanten unter dem Mikroskop untersuchten. Aber da ich weder blind war noch Routine mir die Sicht verstellte, schien es mir wesentlich wahrscheinlicher, dass der Mörder einfach unbefriedigt war. Jede Menge Zeit, um zu arbeiten, aber dies war der fünfte Mord nach demselben Muster. Wurde das simple Zerlegen der Leiche allmählich langweilig? War unser Junge auf der Suche nach etwas anderem, frischem? Einer neuen Richtung, einem noch nicht ausprobierten Kick? Fast konnte ich seine Frustration spüren. So weit zu kommen, den Weg bis zum Ende gegangen zu sein, die Überreste für Geschenkpäckchen zerlegt zu haben und dann die plötzliche Erkenntnis, das ist es nicht, etwas stimmt einfach nicht. Coitus Interruptus. Es füllte ihn einfach nicht mehr aus. Er brauchte etwas anderes. Er versuchte, etwas auszudrücken und hatte das notwendige Vokabular noch nicht gefunden. Und meiner persönlichen Meinung nach, ich meine, wenn ich er wäre, würde ihn das außerordentlich frustrieren. Und sehr wahrscheinlich würde er weiterhin nach der Antwort suchen. Bald sollte Lacquerda doch nach einem Zeugen fahnden. Es gab keinen. Hier handelte es sich um ein kaltes, sorgfältig vorgehendes Ungeheuer, das mich total faszinierte. Und was sollte ich wegen dieser Faszination unternehmen? Ich war nicht sicher. Deshalb hatte ich mich auf mein Boot zurückgezogen. Ein Donzie kreuzte mit siebzig Meilen pro Stunde meine Bugwelle. Er verfehlte mich nur um ein paar Zoll. Ich winkte fröhlich und kehrte in die Gegenwart zurück. Ich näherte mich Stiltville, der zum größten Teil verlassenen Ansammlung alter Pfahlbauten in den Gewässern nahe Cape Florida. Ich beschrieb ziellos einen großen Kreis und ließ meine Gedanken wieder wandern. Was sollte ich tun? Ich musste mich jetzt entscheiden, bevor ich für Deborah zu nützlich wurde. Ich konnte ihr selbstverständlich helfen, den Fall zu lösen. Es gab keinen besseren dafür. Kein anderer dachte auch nur in die richtige Richtung. Aber wollte ich ihr helfen? Wollte ich, dass der Mörder gefasst wurde? Oder wollte ich ihn selbst finden und aufhalten? Und davon abgesehen, oh, was für ein bohrender kleiner Gedanke, wollte ich ihn überhaupt aufhalten? Was sollte ich tun? Zu meiner Rechten konnte ich im schwindenden Licht des Tages gerade noch Elliot Key erkennen und wie jedes Mal erinnerte mich das an meinen Campingausflug dorthin mit Harry Morgan, meinem Adoptivvater, dem guten Kopf. Du bist anders, Dexter. Ja, Harry, das bin ich mit Sicherheit. Aber du kannst lernen, diese Andersartigkeit zu kontrollieren und sie konstruktiv zu nutzen. In Ordnung, Harry, wenn du meinst, dass ich das tun sollte. Wie? Und er sagte es mir. Der Sternenhimmel über Florida ist mit keinem anderen Sternenhimmel zu vergleichen, wenn man vierzehn Jahre alt ist und mit seinem Dad selten geht, sogar wenn er nur der Adoptivvater ist. Und selbst dann erfüllt einen der Anblick dieser Sterne mit einer gewissen Befriedigung, da Gefühle nicht zur Debatte stehen. Du fühlst es nicht. Das ist einer der Gründe, warum du hier bist. Das Feuer glimmt nur noch, die Sterne leuchten außergewöhnlich hell und der liebe alte Adoptivpapi hat schon eine Weile geschwiegen, während er kleine Schlucke aus einem altmodischen Flachmann trinkt, den er aus einer Tasche seines Rucksacks gezogen hat. Er kann das nicht sehr gut, nicht so wie viele andere Kops, er ist nicht wirklich ein Trinker. Aber jetzt ist sie leer und wenn er jemals sagen will, was er sich vorgenommen hat, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Du bist anders, Dexter, sagt er. Ich wende den Blick von den leuchtenden Sternen. Rund um die kleine sandige Lichtung tanzen Schatten im letzten Glühen des Feuers. Einige wandern über Harrys Gesicht. Er ist mir fremd, als hätte ich ihn nie zuvor gesehen. Entschlossen, unglücklich, ein wenig betrunken. Wie meinst du das, Dad? Er weicht meinem Blick aus. Die Billups sagen, dass Buddy verschwunden ist, sagt er. Die lärmige kleine Töhle, die hat immer die ganze Nacht gekläfft, Mom konnte nicht schlafen. Mom brauchte ihren Schlaf. Wenn man an Krebs stirbt, braucht man viel Ruhe, und die bekam sie nicht, solange der schreckliche kleine Köter von gegenüber jedem Blatt hinterher kläffte, das den Bürgersteig entlang wehte. Ich habe das Grab gefunden, sagte Harry. Es liegen eine Menge Knochen drin, Dexter, nicht nur Buddies. Was soll ich schaukelt auf den Wellen. Die Lichter von Miami sind rechts, ein weiches, weißes Glühen. Ich kann nicht einschätzen, worauf Harry hinaus will, was er hören möchte. Aber mein Adoptivvater ist sehr direkt, und was ihn angeht, ist die Wahrheit immer eine gute Idee. Er weiß sowieso immer alles oder findet es heraus. Anderthalb Jahre, sage ich. Harry nickt. Warum hast du damit angefangen? Eine sehr gute Frage, die mich im Alter von 14 überfordert. Es ist einfach eine Art Ich muss es einfach, versichere ich ihm. Selbst damals, so jung und schon so geschmeidig. Hörst du eine Stimme, will er wissen? Etwas oder jemand, der dir befiehlt, etwas zu tun, und dann musst du es machen? Äh, erwidere ich mit der Eloquenz eines 14-Jährigen. Nicht unbedingt. Erzähl es mir, sagt Harry. Oh, ein Mond, ein guter feister Mond, etwas größeres, das man anstarren kann. Ich umkrampfe eine weitere Handvoll Kiefernadeln. Mein Gesicht brennt, als hätte Dad mich aufgefordert, von Sexfantasien zu erzählen, was auf gewisse Weise es eine Art du weißt schon ein Wesen, sage ich, in mir beobachtet mich, vielleicht lachend, aber nicht wirklich eine Stimme, einfach, ein vielsagendes Teenager Achselzucken, aber Harry scheint einen Sinn darin zu erkennen. Und dieses Etwas, es zwingt dich zu töten. Hoch über unseren Köpfen kriecht langsam ein behäbiger Jet vorüber. Nein, es zwingt mich nicht, erwidere ich. Es lässt das nur wie eine gute Idee aussehen. Hast du jemals etwas anderes töten wollen, etwas Größeres als einen Hund? Ich versuche etwas im Hals zu stecken. Ich räuspere mich. Ja, sage ich, einen Menschen. Niemand speziell, der hat einfach... Ich zucke wieder die Achseln. Warum hast du es nicht getan? Weil ich dachte, es würde euch nicht gefallen, dir und Mom. Das ist alles, was dich davon abgehalten hat. Ich wollte nicht, dass du wütend auf mich bist. Du weißt schon, enttäuscht. Ich werfe einen verstohlenen Blick auf Harry. Er sieht mich unbewegt an. Sind wir deshalb hier, Dad, um darüber zu reden? Ja, sagt Harry. Wir müssen dich in den Griff kriegen. In den Griff kriegen, ja, klar. Eine typische Harry-Vorstellung über Lebensführung, mit Krankenhausfluren und gewienerten Schuhen. Und selbst damals wusste ich, ab und an jemanden abzuschlachten, würde früher oder später meinem ordentlichen Leben in die Quere kommen. Wie? Frage ich, und er mustert mich lange und intensiv. Und als er erkennt, dass ich ihm Schritt für Schritt gefolgt bin, nickt er. Braver Junge, sagt er. Nun, und im Widerspruch zu dieser Ankündigung vergeht lange Zeit, bis er wieder zu sprechen beginnt. Ich beobachte die Lichter eines vorüberfahrenden Bootes, vielleicht zweihundert Meter von unserer kleinen Bucht entfernt. Nun, sagt Harry wieder, und ich sehe ihn an. Aber jetzt schaut er weg, über das ersterbende Feuer in die Zukunft irgendwo da draußen. Es geht so, erklärt er. Ich höre aufmerksam zu. So beginnt Harry, wenn er einem eine grundlegende Wahrheit mitteilt. Als er mir zeigte, wie man einen Curveball wirft und den Angelhaken auswirft. Es geht so, sagte er immer. Werde alt, Dexter. Er wartete auf meinen Widerspruch, aber ich sage nichts, und er nickte. Ich glaube, dass man die Dinge anders sieht, wenn man älter wird, fährt er fort. Nicht unbedingt, weil man nachsichtiger wird oder die Dinge im Graubereich statt schwarz-weiß sieht. Ich bin wirklich überzeugt, dass ich vieles anders verstehe. Besser. Er sieht mich an. Harrys Blick. Aufrichtige Liebe aus blauen Augen. Okay, sage ich. Vor zehn Jahren hätte ich dich noch in irgendeine Anstalt gebracht, sagte er, und ich zwinkere. Das hätte beinahe weh getan, wenn ich nicht schon selbst daran gedacht hätte. Heute, sagte er, weiß ich es, glaube ich, besser. Ich weiß, was du bist, und ich weiß, dass du ein guter Junge bist. Nein, sage ich, es kommt leise und schwach heraus, aber Harry hört es. Doch, sagte er energisch, du bist ein guter Junge, Dex, das weiß ich. Ich weiß es. Nun fast zu sich selbst, vielleicht um der Wirkung willen, und dann senkt er seinen Blick in meinen. Sonst würde es dich nicht kümmern, was ich denke oder was Mom denkt. Du würdest es einfach tun. Du kannst es nicht ändern, das weiß ich, weil er hält inne und sieht mich einen Moment lang an. Es bereitet mir Unbehagen. Woran kannst du dich von früher noch erinnern, fragte er. Du weißt schon, bevor wir dich angenommen haben. Es tut immer noch weh, aber ich weiß nicht warum. Ich war erst vier. An gar nichts. Gut, sagt er. Niemand sollte sich an so etwas erinnern. Und Zeit seines Lebens werde ich von ihm nicht mehr darüber erfahren. Aber auch wenn du dich nicht erinnerst Dex es hat dir etwas angetan. Diese Dinge haben dich zu dem gemacht was du bist. Ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen. Und befremdlicherweise schenkte mir ein kleines fast schüchternes Harry lächeln. Ich habe mit so etwas gerechnet. Was mit dir geschehen ist, als du ein kleines Kind warst, hat dich geformt. Ich habe versucht, es wieder gut zu es gibt dir den Wunsch einzutöten und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst es nicht ändern, aber sagt er und schaut wieder weg. Wohin kann ich nicht sagen? Aber du kannst es kanalisieren, kontrollieren, auswählen. Er formuliert jetzt sehr sorgfältig, sorgfältiger, als ich es jemals bei ihm gehört habe. Wählen was oder wen du tötest. Und er lächelt mich auf eine Weise an, die ich niemals zuvor gesehen habe. Ein Lächeln so trost und freudlos wie die Asche des ersterbenden Feuers. Es gibt viele Menschen, die es verdient haben, Dex. Und mit diesen wenigen Worten gab er meinem ganzen Leben Gestalt, meinem Wesen, meinem wer und was ich bin. Dieser wunderbare, allessehende, allwissende Mann, Harry, mein Vater. Wäre ich nur fähig zu lieben, wie hätte ich Harry geliebt. Schon so lange her. Harry ist lange tot. Aber seine Lehren lebten weiter. Nicht, weil ich irgendwelche warmen, rührseligen Emotionen hegte, weil Harry recht hatte. Ich hatte das wieder und wieder bewiesen. Harry wusste Bescheid, und er war mein Lehrmeister. Sei achtsam, sagte Harry. Und er brachte mir bei, achtsam zu sein, wie es nur ein Kopf einem Killer beibringen konnte. Sorgfältig unter denen auszuwählen, die es verdient hatten, absolut sicher zu gehen und danach aufzuräumen, keine Spuren zu hinterlassen und immer jede emotionale Verwicklung zu vermeiden. Sie konnte zu Fehlern führen. Und vorsichtig zu sein, erstreckte sich selbstverständlich weit über das Töten hinaus. Vorsichtig zu sein hieß auch, ein vorsichtiges Leben zu führen, sich zu splitten, sich zu sozialisieren, das Leben zu imitieren, was ich alles sehr sorgfältig getan hatte. Ich war ein fast perfektes Hologramm. Über jeden Verdacht, jeden Vorwurf erhaben, gegen jegliche Verachtung gefeit ein ordentliches höfliches Ungeheuer der Junge von nebenan. Selbst Deborah ließ sich mindestens die Hälfte der Zeit täuschen. Natürlich glaubte sie auch, was sie glauben wollte. Und gerade jetzt glaubte sie, dass ich ihr bei der Aufklärung dieser Morde helfen, ihrer Karriere einen kräftigen Schub geben und sie aus ihrem Hollywood Nutten Aufzug in ein Schneiderkostüm katapultieren konnte. Und natürlich hatte sie recht, ich konnte ihr helfen, aber ich wollte nicht wirklich, weil ich es genoss, diesen anderen Mörder bei der Arbeit zu beobachten und eine Art ästhetische Verbindung mit ihm spürte oder emotionale Verwicklung. Schön, da war's. Ich verstieß ganz eindeutig gegen den Code Harry. Ich steuerte das Boot zurück zum Kanal. Es war mittlerweile vollkommen dunkel, aber ich orientierte mich an einem Funkturm, der ein paar grade westlich von meinem heimatlichen Gewässer stand. So sollte es sein. Harry hatte immer Recht gehabt. Er Teilungen ein, hatte Harry gesagt. Und das würde ich nicht. Ich würde Depp helfen. Kapitel 5 Am nächsten Morgen regnete es, und der Verkehr war irre, wie immer bei Regen in Miami. Einige Teilnehmer fuhren wegen der rutschigen Straßen sehr langsam, das machte einige der anderen wahnsinnig, die hupten, aus den Fenstern brüllten, auf dem Seitenstreifen beschleunigten und die Fäuste schüttelten, während sie Milchlaster auf den Seitenstreifen geprescht und hatte einen Bus voller Kinder einer katholischen Schule gerammt. Der Milchlaster überschlug sich und nun kauerten drei junge Mädchen in karierten Wollrücken mit benommener Miene in einer riesigen Milchlache. Der Verkehr stand fast eine Stunde still. Eines der Kinder wurde mit dem Hubschrauber ins Jackson Hospital geflogen. Die anderen hockten in ihren Uniformen in der Milch und sahen zu, wie die Erwachsenen einander anbrüllten. Ich schlich bedächtig voran und hörte Radio. Anscheinend war die Polizei dem Tamiami-Killer hart auf den Fersen, Einzelheiten wurden nicht genannt, aber Captain Matthews gab eine reizende Vorstellung. Bei ihm klang es so, als würde er persönlich die Verhaftung vornehmen, sobald er seinen Kaffee ausgetrunken hatte. Ich fuhr schließlich auf die Nebenstraßen ab und gab nur ein wenig mehr Gas. Ich hielt an einer Donutbude nicht weit vom Flughafen, ich kaufte eine Apfeltasche und einen Berliner, aber die Apfeltasche schaffte es nicht einmal bis ins Auto, mein Stoffwechsel arbeitet sehr rasch. Das kommt vom guten Leben. Als ich bei der Arbeit ankam, hatte der Regen aufgehört. Während ich die Lobby betrat, die Stechuhr bediente und nach oben ging, kam die Sonne heraus und vom Pflaster stieg Dampf auf. Depp wartete schon auf mich. Sie sah an diesem Morgen nicht glücklich aus. Natürlich sah sie sowieso nur noch selten glücklich aus, immerhin ist sie ein Kopf und die meisten von ihnen beherrschen den Trick einfach nicht. Sie verbringen während ihrer Arbeit zu viel Zeit mit dem Versuch nicht menschlich zu wirken, dadurch werden ihre Minen starr. Depp grüßte ich. Ich legte die knisternde weiße Gebäcktüte auf den Schreibtisch. Wo warst du gestern Abend? fragte sie. Ausgesprochen sauer, wie ich erwartet hatte. Bald würden diese Falten nicht mehr verschwinden und ein wunderbares Gesicht ruinieren. Tiefblaue von Intelligenz funkelnde Augen, eine Stupsnase mit einem Hauch Sommersprossen, umrahmt von schwarzem Haar, schöne Züge, die im Moment von sieben Pfund billigem Make-up verunstaltet wurden. Ich schaute sie voller Zuneigung an. Sie kam offensichtlich von der Arbeit, heute in einem spitzen Büstenhalter, Rosen Satern-Shorts und goldenen Stilettos. Mach dir darüber keine Gedanken, sagte ich. Wo warst du? Sie errötete. Tut mir leid, sagte ich. Klar, sicher. Ich setzte mich auf meinen Stuhl und hielt den Mund. Depp lässt es gern an mir aus. Dafür ist die Familie schließlich da. Warum wolltest du so dringend mit mir sprechen? Sie halten mich raus, sagte sie. Sie öffnete die Donautüte und spähte hinein. Was hast du erwartet? sagte ich. Du weißt, wie La Guerta zu dir steht. Sie zog den Berliner aus der Tüte und schlang ihn hinunter. Ich habe erwartet, sagte sie mit vollem Mund, dass man mich mitmachen lässt, wie es der Käpt'n angeordnet hat. Du hast keinen hohen Dienstgrad, sagte ich, und du bist undiplomatisch. Sie zerknüllte die Tüte und warf sie mir an den Kopf. Verdammt, Dexter fluchte sie, du weißt verdammt gut, dass ich verdient habe, zur Mordkommission versetzt zu werden. Stattdessen sie ließ ihren BH-Träger schnalzen und wies auf ihre spärliche Bekleidung. Diese Scheiße! Ich nickte. Obwohl sie dir gut steht, bemerkte ich. Sie zog eine grauenhafte Grimasse. Wut und Ekel kämpften um den verfügbaren Platz. Ich hasse es, sagte sie, ich schwöre, wenn ich das noch viel länger machen muss, werde ich wahnsinnig. Es ist noch ein wenig früh, so schnell kann ich die ganze Angelegenheit nicht klären, Depp. Scheiße, sagte sie. Was man auch sonst über die Polizeiarbeit sagen mochte, sie ruinierte Depps Vokabular. Sie bedachte mich mit einem kalten, harten Kopfblick, dem ersten, den sie jemals auf mich gerichtet hatte. Es war Fall musste nur einen Blick auf die Leiche werfen und weißt, wer es getan hat. Ich habe dich nie gefragt, wie du das machst, aber wenn dir bei diesem hier irgendeine Eingebung gekommen ist, dann will ich das wissen. Sie trat wütend gegen meinen Tisch und hinterließ eine kleine Delle. Gott verdammt, ich will raus aus diesen blöden Klamotten. Und wir sehnen uns alle nach Er lächelte noch breiter, dieses strahlende, aufgesetzte Bilderbuch Lächeln. Warum versuchen wir es nicht einmal? Und wovon träumst du nachts? erwiderte Depp und zog dabei einen schmollen Mund, den ich seit ihrem zwölften Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte. Vince wies mit dem Kopf auf die zerknüllte weiße Tüte auf meinem Schreibtisch. Du warst an der Reihe, Kumpel, was hast du mir mitgebracht? Wo ist es? Tut mir leid, Vince, entschuldete ich mich. Debbie hat einen Berliner inhaliert. Schön wär's, sagte er mit seinem aufgesetzten lüsternen Grinsen. Dann könnte ich an ihren Drops lutschen. Du schuldest mir einen riesen Donut Dex. Der einzige Riese, den du jemals haben wirst, spottete Depp. Was zählt, sind die Fähigkeiten des Bäckers und nicht die Größe des Donuts, versicherte ihr Vince. Bitte, flehte ich, ihr holt doch noch eine Stirnlappen zerrung, es ist zu früh, um so clever zu sein. Ah ha ha sagte Vince mit diesem furchtbaren aufgesetzten Lachen. Ah ha ha bis dann. Er zwinkerte mir zu. Denk an meinen Donut. Also was hast du bis jetzt herausgefunden? fragte Depp. Depp aufmischten. Einige Male schon hatte Deborah erlebt, wie ich rasch meinen sauberen Finger auf die Stelle legte, die andere übersehen hatten. Sie hatte niemals etwas dazu gesagt, aber meine Schwester ist ein verdammt guter Kopf und so ist sie schon seit einiger Zeit mir gegenüber misstrauisch. Sie weiß nicht warum, aber sie weiß, dass etwas nicht stimmt und hin und wieder macht sie sich deswegen ernsthaft Gedanken, denn trotz allem liebt sie mich. Das letzte lebendige Wesen auf der Erde, das mich liebt. Das ist kein Selbstmitleid, sondern klare, kühle Selbsterkenntnis. Ich bin nicht liebenswert. Harrys Plan folgend habe ich versucht, mich auf andere Menschen einzulassen, auf Beziehungen und sogar in meinen närrscheren Momenten auf Liebe, aber es funktioniert nicht. In mir ist etwas zerbrochen oder fehlt ganz und früher oder später kommt mir die andere Person auf die Schliche und es kommt wieder eine dieser Nächte. Ich kann nicht einmal Haustiere halten. Tiere verabscheuen mich. Einmal habe ich mir einen Hund gekauft. Er bellte und jaulte zwei Tage lang in permanenter unsinniger Wut mich an, bevor ich mich seiner entledigen mußte. Ich versuchte es mit einer Schildkröte. Ich streichelte sie einmal, danach wollte sie nicht wieder aus ihrem Panzer hervorkommen und nach ein paar Tagen starb sie. Sie starb lieber, als sich von mir anschauen oder berühren zu lassen. Niemand sonst liebt mich oder wird es jemals tun. Nicht einmal besonders nicht ich. Ich weiß, was ich bin und dieses Ding kann man nicht lieben. Ich stehe allein in der Welt, ganz allein, abgesehen von Deborah und natürlich abgesehen von dem Ding in meinem Innern, das nicht allzu oft zum Spielen herauskommt und auch nicht wirklich mit mir spielt, sondern jemanden anderen dazu braucht. Und so gut ich es vermag, kümmere ich mich um sie, um die liebe Deborah. Es ist vermutlich keine Liebe, aber ich zuvor daran etwas zu sagen. Nun sagte ich eigentlich ich wußte es, du hast doch etwas. Du darfst meine Trance nicht stören, Deborah, ich habe Kontakt zum Reich der Geister, spuck's aus, sagte sie. Es geht um dieses abgebrochene Zerlegen, Depp, das linke Bein. Was ist damit? La Guerta glaubt, dass der Killer gestört wurde, nervös wurde, seine Arbeit nicht zu Ende geben. Oh nein, du nicht auch noch, stimmte ich. Denk nach, Deborah, falls er gestört wurde, zu viel Angst hatte, um weiterzumachen. Die Verpackung, platzte sie heraus. Er hat trotzdem eine Menge Zeit aufgewendet, um die Leiche zu verpacken und sauber zu machen. Sie sah überrascht rein. Scheiße, nachdem er gestört worden war? Ich klatschte in die Hände und strahlte wollen. Falls genug Zeit bleibt, das Ritual aber nicht vollendet wird, und denk dran, Deborah, das Ritual ist nahezu alles, was folgern wir daraus? Um Himmels Willen, warum sagst du es mir nicht einfach, schnappte sie. Wo bliebe dann das Vergnügen? Sie atmete heftig aus. Verdammt, also gut, Dex, falls er nicht gestört wurde, es aber trotzdem nicht beendete. Scheiße, das Einwickeln war wichtiger als das Zerlegen? Ich bekam Mitleid mit ihr. Nein, Depp, denk nach. Das war die fünfte nach dem gleichen Muster. Vier linke Beine wurden vollständig zerlegt, aber jetzt Nummer fünf? Ich zuckte die Achseln und zog eine Augenbraue hoch. Ach, scheiße, Dexter, woher soll ich das wissen? Vielleicht brauchte er nur vier linke Beine, vielleicht, keine Ahnung, ich schwöre bei Gott, was? Ich lächelte und schüttelte den Kopf. Ich fand es so einleuchtend. Der Kitzel ist weg, Depp. Etwas stimmt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ein wesentlicher Teil des Zaubers, der es vollkommen macht, ist einfach nicht da. Und das hätte ich mir denken können. Jemand sollte es, meinst du nicht? Und deshalb bremste er sozusagen ab, suchte nach Inspiration und fand nichts. Sie runzelte die Stirn. Also ist er damit durch? Er wird es nicht wieder tun? Ich lachte. Oh mein Gott, nein, Depp, ganz im Gegenteil. Wenn du ein Priester wärst oder wahrhaft an Gott glaubtest, aber nicht die richtige Art finden könntest, ihn anzubeten, was würdest du tun? Es weiter versuchen, erwiderte sie, bis ich es richtig mache. Sie blickte mich scharf an. Oh Gott, das glaubst du also? Er wird es bald wieder tun? Es ist nur eine Ahnung, sagte ich bescheiden. Ich könnte mich irren, aber ich war sicher, dass ich mich nicht irrte. Wir sollten uns etwas ausdenken, wie wir ihn dann fassen können, sagte sie, und nicht nach einem Zeugen fahnden, den es gar nicht gibt. Sie stand auf und ging zur Tür. Ich rufe dich nachher an, tschüss. Und weg war sie. Ich zupfte an der weißen Papiertüte. Sie war leer, genau wie ich, eine glatte, knisternde Oberfläche und absolut nichts darin. Ich faltete die Tüte und legte sie in den Papierkorb neben meinem Schreibtisch. Heute Morgen musste einiges an Arbeit erledigt werden, echte, offizielle, polizeiliche Laborarbeit. Ich musste einen vor Gericht gehen würde, aber ich habe es gern, wenn alles, was ich anfasse, gut organisiert ist. Außerdem war dieser Fall interessant. Die Auswertung der Blutspuren war schwierig gewesen, arterielle Blutungen, mehrere Opfer, die sich offensichtlich umherbewegt hatten, und Abdrücke, die von einer Kettensäge stammen mußten. Es war fast unmöglich gewesen, den Angriffspunkt zu bestimmen. Um den ganzen Raum abzudecken, hatte ich fast zwei Flaschen Luminol verbraucht, das selbst die schwächsten Blutflecken sichtbar macht und mit zwölf Dollar pro Flasche erschreckend teuer ist. Ich mußte tatsächlich Fäden spinnen, um die primären Blutspuren nachvollziehen zu können, eine Technik, die alt genug ist, um wie Alchemie zu wirken. Die Muster der Spritzer waren erstaunlich, anschaulich. Leuchtende, Wüste, wilde Spritzer liefen über Wände, Möbel, Fernseher, Handtücher, Tagesdecken, Vorhänge, ein überwältigendes wildes Grauen, sprühenden Bluts. Selbst in Miami sollte man annehmen, dass jemand etwas gehört hatte. Zwei Menschen waren in einem eleganten, teuren Hotelzimmer mit einer Kettensäge bei lebendigem Leibe abgeschlachtet worden, und die Nachbarn hatten einfach den Fernseher lauter gedreht. Man könnte meinen, dass der und ich möchte wissen, wo sich das ganze Blut verbirgt. Meine beruflichen Motive liegen auf der Hand, sind mir aber nicht ganz so wichtig wie meine persönlichen. Vielleicht wird mir eines Tages ein vom staatlichen Strafverfolgungssystem beauftragter Psychiater bei der Klärung des Warum behilflich sein. Auf jeden Fall waren die Körperteile schon erkaltet, als wir am Tatort eintrafen, und wir würden den Typ mit den handgearbeiteten italienischen Mokasins in Größe 41 vermutlich niemals finden, Rechtshänder, übergewichtig, mit einer exzellenten Rückhand. Aber ich hatte durchgehalten und sehr gute Arbeit geleistet. Ich arbeite nicht mit dem Ziel, die bösen Buben zu schnappen. Warum sollte ich das wollen? Nein, ich arbeite, um Chaos in Ordnung zu verwandeln, um die ekligen Blutflecken dazu zu bringen, sich ordentlich zu benehmen und dann zu verschwinden. Andere mögen meine Arbeit nutzen, um Verbrecher zu fassen, von mir aus gern, aber es ist nicht wichtig. Falls ich jemals unvorsichtig genug bin, geschnappt zu werden, wird man von mir behaupten, dass ich ein soziopathisches Ungeheuer bin, ein kranker, verdrehter Dämon, nicht menschlich, und man wird mich vermutlich mit einem selbstgefälligen, selbstzufriedenen Grinsen auf den elektrischen Stuhl schicken. Falls Sie Größe 41 jemals fassen, wird man sagen, er sei aufgrund sozialer Einflüsse, denen er nichts entgegenzusetzen hatte, ein schlechter Mensch geworden, und er wird für zehn Jahre ins Gefängnis wandern, bis man ihn mit genug Geld für einen neuen Anzug und eine neue Kettensäge wieder auf freien Fuß setzt. Ich verstehe Harry mit jedem Arbeitstag besser. Kapitel 6 Freitagabend Rendezvousabend in Miami und ob Sie's glauben oder nicht, Rendezvousabend für Dexter. Seltsamerweise habe ich jemanden gefunden. Wie bitte? Tief toter Dexter trifft Dubitanten-Tussi? Sex unter Zombies? Hat mein Verlangen, das Leben zu imitieren, mich dazu gebracht, Orgasmen vorzutäuschen? Atmen Sie durch. Sex spielt dabei keine Rolle. Nach jahrenabscheulichen Fummelns und erniedrigender Versuche, normal zu wirken, habe ich endlich das perfekte Mädchen an Land gezogen. Rita war beinah so gestört wie ich. Sie hatte viel zu jung geheiratet und zehn Jahre damit verbracht, um der beiden Kinder willen, ihre Ehe am Leben zu erhalten. Der bezaubernde Lebensgefährte hatte ein paar kleine Probleme. Zunächst Alkohol, dann Heroin und, ob Sie es glauben oder nicht, schließlich Crack. Er schlug sie, der Mistkerl, zertrümmerte die Möbel, brüllte, warf Dinge nach ihr und stieß Drohungen aus. Dann vergewaltigte er sie, steckte sie mit irgendwelchen furchtbaren Fixerkrankheiten an, all das mit schöner Regelmäßigkeit, aber Rita hielt durch und kämpfte sich mit ihm durch zwei Entzüge. Dann fiel er eines Abends über die Kinder her und Rita zog endlich den Schlussstrich. Selbstverständlich war ihr Gesicht inzwischen abgeheilt und gebrochene Arme und Rippen sind für Miamis Ärzte Routine. Heute war Rita sehr vorzeigbar, genau das, was das Ungeheuer bestellt hatte. Die Scheidung war gültig, der Mistkerl weggesperrt und dann die Abgründe der menschlichen Seele. Irgendwie, irgendwann hatte die gute Rita beschlossen, sich wieder mit einem Mann zu treffen. Sie war sicher, das absolut Richtige zu tun, aber infolge der unausgesetzten Schläge, die sie von der Hand des geliebten Mannes erfahren hatte, war sie an Sex vollkommen desinteressiert. Sie suchte nur ein bisschen männliche Gesellschaft. Sie hatte nach genau dem richtigen Typ gesucht, sensibel, sanft und bereit zu warten. Natürlich dauerte das ziemlich lange. Sie suchte nach einem Fantasiemann, der mehr Interesse daran hatte, mit jemandem zu reden und ins Kino zu gehen, als dass er Sex brauchte, weil sie einfach noch nicht dazu bereit war. Sagte ich Fantasie? Nun ja, Männer sind nicht so. Die meisten Frauen mit zwei Kindern wissen das nach ihrer ersten Scheidung. Die arme Rita hatte zu jung und zu schlecht geheiratet, um diese wertvolle Lektion zu lernen. Und als Nebenprodukt der Erholung von ihrer schrecklichen Ehe hatte sie die romantische Vorstellung vom perfekten Gentleman entwickelt, der bis in alle Ewigkeit warten würde, dass sie sich wie eine kleine Blume entfaltet, anstatt zu begreifen, dass alle Männer Tiere sind. Nun gut, wirklich. Vielleicht hatte so ein Mann im viktorianischen England existiert, wo es an jeder Ecke ein Bordell gab, in dem er zwischen den blumigen Beteuerungen spannungsloser Liebe Dampf ablassen konnte, aber meines Wissens nicht im Miami des 21. Jahrhunderts. Und doch, ich konnte all das perfekt imitieren, und ich wollte es auch. An einer sexuellen Beziehung war ich nicht interessiert, ich brauchte einen Deckmantel. Rita war genau das, wonach ich Ausschau hielt. Sie war, wie gesagt, sehr vorzeigbar, klein, keck und couragiert, mit einer schlanken athletischen Figur, kurzen blonden Haaren und blauen Augen. Sie war eine Fitness Fanatikerin, verbrachte ihre gesamte Freizeit mit Laufen, Radfahren und solchem Zeug. Tatsächlich gehörte Schwitzen zu unseren bevorzugten Aktivitäten. Wir waren durch die Everglades geradelt, die 5000 Meter gelaufen und hatten sogar zusammen Gewichte gestemmt. Aber das Beste daran waren ihre beiden Kinder. Astor war acht, Cody fünf, und sie waren viel zu ruhig. Das war nur natürlich, Kinder, deren Eltern regelmäßig versuchen, sich gegenseitig mit Immobiliar zu erschlagen, neigen zu leichter Zurückgezogenheit. Jedes in einem Katastrophengebiet aufgewachsene Kind tut das. Aber man kann sie aus sich heraus locken. Nehmen Sie mich als Beispiel. Als jetzt stand ich hier, ein nützlicher Bürger, eine Säule der Gesellschaft. Vielleicht war das einer der Gründe für meine befremdliche Zuneigung zu Cody und Astor. Denn ich mochte sie wirklich. Und das verstand ich nicht. Ich weiß, was ich bin, und sehr viel über mich. Aber eine meiner Charaktereigenschaften, die mir echte Rätsel aufgibt, ist meine Haltung gegenüber Kindern. Ich mag sie. Sie sind mir wichtig. Sie zählen. Ich begreife es nicht wirklich. Es würde mir ehrlich nicht das geringste ausmachen, wenn jeder Mensch im Universum plötzlich den Geist aufgeben würde, abgesehen von mir und vielleicht Deborah. Andere Menschen sind mir unwichtiger als Gartenmöbel. Wie Psychiater es immer so nett formulieren, besitze ich keinen Sinn für die Realität des Anderen. Und dieses Wissen bedrückt mich nicht weiter. hatte ich langsam und behutsam Astor und Cody für mich eingenommen. Ich war in Ordnung. Ich würde ihnen nicht wehtun. Ich dachte an ihre Geburtstage, ihre Zeugnistermine, ihre Ferien. Ich konnte ihr Haus betreten und würde keinen Schaden anrichten. Man konnte mir vertrauen. Was für eine Ironie, ehrlich. Aber war ich der einzige Mann, dem sie wirklich vertrauen konnten. Rita hielt es für einen Teil meines langen, langsamen Werbens um sie. Zeig ihr, dass die Kinder dich mögen und wer weiß. Aber in Wahrheit bedeuteten sie mir mehr als sie. Vielleicht war es schon zu spät, aber ich wollte nicht, dass sie so wurden wie ich. An diesem Freitagabend öffnete Astor mir ihrer allzu ruhigen Art. Für sie bedeuteten zwei Worte ein langes Gespräch. Guten Abend, wunderschöne junge Dame, sagte ich in meiner besten Lord Mount Button Imitation. Sie sehen heute Abend besonders reizend aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Okay, sagte sie und hielt die Tür auf. Er ist da, sagte sie über die Schulter in die Dunkelheit um das Sofa. Ich trat an ihr vorbei ein. Cody stand direkt hinter ihr, als wollte er ihr für alle Fälle Rückendeckung geben. Cody, sagte ich. Ich gab ihm eine Rolle Neko waffeln. Er nahm sie, ohne mich aus den Augen zu lassen und ließ einfach die Hand wieder sinken, ohne die Süßigkeiten anzuschauen. Er würde sie erst öffnen, wenn ich fort war, und dann würde er sie mit seiner Schwester teilen. Dexter, rief Rita aus dem Nebenzimmer. Hier drin, erwiderte ich, kannst du diesen Kindern kein Benehmen beibringen? Nein, sagte Cody leise. Ein Witz, ich starrte ihn an. Was kam als nächstes? Würde er eines Tages singen, auf der Straße steppen, am Parteitag der Demokraten teilnehmen? Rita rauschte herein, während sie noch einen Kreolen an ihrem Ohr befestigte. praktisch schwereloses blaues Seidenkleid, das bis zur Mitte der Oberschenkel fiel und selbstverständlich ihre allerbesten Cross-Trainer von New Balance. Ich hatte nie zuvor eine Frau kennengelernt oder auch nur von einer gehört, die zu Verabredungen bequeme Schuhe trug. Das bezaubernde Geschaff. Hey hübscher, sagte Rita, ich muss nur noch kurz mit dem Babysitter sprechen, dann können wir los. Sie ging in die Küche, wo ich sie mit dem Nachbarmädchen, die den Job übernommen hatte, die Anweisungen durchgehen hörte, Schlafenszeit, Hausaufgaben, erlaubte und verbotene Sendungen im Fernsehen, Handynummer, Notrufnummer, was im Fall einer versehentlichen Vergiftung oder Enthauptung zu tun war. Cody und Astor starrten mich immer noch an. Seht ihr euch einen Film an? fragte Astor. Ich nickte. Wenn wir einen finden, bei dem wir nicht kotzen müssen? Jack, machte sie. Sie Ich spürte ein winziges Glühen der Befriedigung. Kotzt du im Kino? fragte Cody. Cody, sagte Astor. Tust du's? rote er. Nein, erwiderte ich, aber meistens würde ich gerne. Lass uns gehen, sagte Rita, die hereingesegelt war und sich hinunterbeugte, um jedes Kind auf die Wange zu küssen. Hört auf Alice, Schlafenszeit um neun. Wirst du wiederkommen? fragte Cody. Cody, natürlich komme ich wieder, sagte Rita. Ich meinte Dexter, sagte Cody. Dann schläfst du schon, sagte ich, aber ich guck noch mal rein, okay? Ich werde nicht schlafen, versicherte er entschlossen. Dann bleibe ich und spiel mit der Karten, sagte ich. Echt? Versprochen, Poker, der Gewinner darf die Pferde behalten. Dexter, mahnte Rita, die aber trotzdem lächelte. Du wirst dann schon schlafen, Tür hinaus. Ehrlich, murmelte sie, die beiden fressen dir aus der Hand. Der Film war nichts Besonderes. Ich musste nicht wirklich kotzen, aber als wir uns zu einem Abschlussgetränk in einem kleinen lokalen South Beach einfanden, hatte ich schon den größten Teil der Handlung vergessen. Ritas Idee, obwohl sie ihr ganzes Leben in Miami verbracht hatte, hielt sie South Beach für glamourös. Vielleicht lag es an den ganzen Rollerblades oder vielleicht glaubte sie, jeder Ort, an dem sich so viele Menschen mit schlechten Manieren herumtrieben, müsse glamourös sein. Auf jeden Fall warteten wir zwanzig Minuten auf einen kleinen Tisch und, nachdem wir uns gesetzt hatten, noch einmal zwanzig Minuten auf die Bedienung. Mich störte es nicht. Ich genoß es, gut aussehenden jungen Idioten dabei zuzusehen, wie sie einander beobachteten. Ein großartiger Zuschauersport. Hinterher schlenderten wir den Ocean Boulevard hinunter und plauderten zwanglos. Eine Kunst, in der ich mich auszeichne. Es war ein lieblicher Abend. Ein Viertel des Vollmonds, der an jenem Abend geleuchtet hatte, als Vater Donovan mein Gast war, fehlte schon. Als wir nach unserem Standardabend zurück zu Ritas Haus ins South Miami fuhren, kamen wir durch eine der weniger gesunden Gegenden von Coconut Grove. Ein blinkendes rotes Licht erregte meine Aufmerksamkeit und ich spähte eine Nebenstraße hinab. Ein Tatort. Das gelbe Band war bereits angebracht worden und mehrere Fahrzeuge hatte man hastig abgestellt. Das war er, dachte ich, und bevor ich auch nur wußte, was ich damit meinte, riß ich den Wagen herum und fuhr auf den Tatort zu. Wohin fahren wir? fragte Rita verständlicherweise. Ah, sagte ich, ich will nur nachsehen, ob ich gebraucht werde. Hast du keinen Pieper? Ich schenkte ihr mein gewinnendstes Freitagabend Lächeln. Sie wissen nicht immer, dass sie mich brauchen. Ich hätte vermutlich sowieso angehalten, um mit Rita anzugeben. Schließlich lag der Witz eines Deckmantels darin, ihn herzuzeigen. Aber in Wahrheit hätte mich die unwiderstehliche, leise, jammernde Stimme in meinem Ohr so oder so zum Halten bewegt. Das war er, und ich musste herausfinden, was er vorhatte. Ich ließ Rita im Wagen und eilte hinüber. Er hatte nichts Gutes im Sinn der Schlawine. Dort lag wieder der gleiche Stapel sorgfältig eingewickelter Leichenteile. Angel keine Verwandtschaft beugte sich in fast derselben Haltung sagte er, als ich ihn erreichte. Nicht ich, hoffe ich, sagte ich. Der Rest von uns beklagt sich, wenn er am Freitagabend arbeiten muss, bemerkte Angel. Du taust mit deiner Verabredung auf, und es ist immer noch nichts für dich dabei. Selber Typ, selbes Muster? Derselbe, sagte er. Er schlug den Kunststoff mit seinem Füller zurück. Wieder Knochen trocken, stellte er fest. Überhaupt kein Blut. Die Worte machten mich leicht schwindelig. Ich beugte mich vor, um einen Blick darauf zu werfen. Wieder waren die Leichenteile erstaunlich sauber und trocken. Sie hatten einen leichten Blauschimmer und schienen augenblicklich konserviert zu sein. Wunderbar. Die Schnitte variieren dieses Mal ein wenig, sagte Angel. An vier Stellen, er zeigte darauf. Sehr heftig hier, fast emotional, dann hier, nicht so stark, hier und hier dazwischen. Sehr hübsch, sagte ich. Und dann schau dir das an, sagte er. Er schob das blutleere Stück oben auf mit dem Stift zur Seite. Darunter schimmerte weiß ein weiteres Stück. Das Fleisch war der Länge nach sorgfältig abgeschält worden, um den sauberen Knochen freizulegen. Warum hat er das getan? fragte Angel leise. Ich holte Luft. Er experimentiert, sagte ich. Versucht den richtigen Weg zu finden. Und ich starrte auf den sauberen trockenen Abschnitt, bis mir bewusst wurde, dass Angel mich schon eine Weile ansah. Wie ein Kind, das mit seinem Essen spielt, beschrieb ich das ganze Rita, nachdem ich zum Auto zurückgekehrt war. Mein Gott, sagte Rita, das ist ja grauenhaft. Ich glaube, das richtige Wort wäre abscheulich, Ich lächelte sie beruhigend an. Bei meiner Arbeit gewöhnt man sich an so etwas, sagte ich. Wir machen Witze, um unseren Schmerz zu überspielen. Großer Gott, ich hoffe, sie kriegen diesen Irren bald. Ich dachte an die säuberlich aufgeschnittenen Leichenteile, die Vielfalt der Schnitte, die absolut wundervolle Blutlehre. Nicht zu bald, sagte ich. Was hast du gesagt, fragte sie. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass das allzu bald passiert. Der Killer ist extrem clever und der verantwortliche Detective interessiert sich mehr für die politischen Aspekte als für die Aufklärung der Morde. Sie sah mich an, um herauszufinden, ob ich Scherze machte. Dann saß sie eine Weile schweigend da, während wir die US-One herunter fuhren. Erst in South Miami sind. An die Art, wie du sie siehst, schloß sie schließlich. Sie erwischte mich kalt. Ich hatte das Schweigen genutzt, um über die säuberlich gestapelten Leichenteile nachzudenken, die wir gerade hinter uns gelassen hatten. Mein Verstand war gierig um die sauberen, trockenen, abgehackten Glieder gekreist, wie ein Adler auf der Suche nach einem Stück Fleisch zum herausreißen. Ritas Beobachtung kam so unerwartet. Ich konnte einen Augenblick lang nicht mal stottern. Wie meinst du das? brachte ich schließlich heraus. Sie runzelte die Stirn. Ich bin nicht sicher, nur wir alle nehmen an, dass Dinge auf gewisse Weise sind, so wie sie sein sollen, und dann sind sie es nie. Sie sind immer eher, ich weiß nicht, düsterer, menschlicher, wie das hier. Ich denke selbstverständlich, dass der Detektiv den Killer fassen möchte. Das ist es doch, was Detektivs tun. Und mir ist nie zuvor der Gedanke gekommen, dass es bei einem Mord um irgendetwas Politisches gehen könnte. Bei praktisch allem, sagte ich. Ich bog in ihre Straße ab und hielt vor ihrem hübschen unauffälligen Haus. Aber dir, sagte sie, sie schien weder zu registrieren, wo wir waren, noch was ich gesagt hatte. Dort setzt du an. Die meisten Menschen würden niemals so weit denken. Ich bin nicht im mindesten tiefgründig, Rita, wehrte ich ab. Ich parkte den Wagen in einer Lücke. Es ist irgendwie, irgendwie hat alles zwei Gesichter. Das eine ist das, was wir zu sehen vorgeben, das andere ist die Wirklichkeit und du weißt das und es ist wie ein Spiel für dich. Ich hatte keine Ahnung, was sie zu sagen versuchte. In Wahrheit hatte ich längst aufgegeben, es herausfinden zu wollen und war, während sie sprach, im Geist zurück zu dem neuesten Mord gewandert, zu der Sauberkeit des Fleisches, der improvisierten Qualität der Schnitte, dem vollständigen trockenen, fleckenlosen, makellosen Fehlen von Blut. Dexter, sagte Rita. Sie war. Ich hatte es nicht vorgehabt, an ihrem Parfüm lag es gewiss nicht, aber ich presste meine Lippen auf ihre und verharrte so einen langen Augenblick. Sie schob mich zurück. Nein, sagte sie, ich, nein, Dexter, in Ordnung, sagte ich, noch immer schockiert von dem, was ich getan hatte. Ich glaube, ich will nicht, ich bin nicht bereit für, verdammt, Dexter, sagte sie. Und ich wusste, dass ich darüber nachdenken und vielleicht enttäuscht sein sollte, weil ich nach anderthalb Jahren schwierigster Instandhaltungsarbeiten meinen Deckmantel zerstört hatte. Aber ich konnte an nichts anderes als an den säuberlichen Stapel Leichenteile denken. Kein Blut, überhaupt keins. Kapitel Sieben Der Körper ist exakt so ausgerichtet, wie es mir zusagt. Arme und Beine sind gefesselt, der Mund mit Klebeband geknebelt, so daß kein Geräusch und kein Speichel meine Arbeit störten. Und meine Hände halten das Messer so ruhig, daß ich sicher bin, dies hier wird gute Arbeit, sehr befriedigende, abgesehen davon, daß es kein Messer ist, sondern eine Art, abgesehen davon, daß es nicht meine Hand ist. Obwohl meine Hand sich mit der Hand bewegt, ist es nicht meine, in der die Klinge liegt, und der Raum ist wirklich sehr klein, so beengt, was sinnvoll scheint, weil er was ist? Und jetzt schwebe ich über diesem vollkommenen beengten Arbeitsplatz, dem verführerischen Körper, und zum ersten Mal spüre ich den eisigen Luftzug um mich herum und irgendwie auch durch mich hindurch. Und wenn ich nur meine Zähne spüren könnte, würden sie mit Sicherheit klappern, und meine Hand gleitet in perfekter Verschmelzung mit dieser anderen Hand in einem Bogen hoch, um den ersten perfekten Schnitt zu setzen, und natürlich erwache ich in meinem Apartment. Ich stehe vollkommen nackt an der Eingangstür. Schlafwandeln könnte ich verstehen, aber Schlafstrippen. Also wirklich. Ich stolpere zurück zu meinem kleinen Rollbett. Die Decken Lager hat die Raumtemperatur auf knapp 16 Grad abgekühlt. Gestern Abend schien das eine gute Idee zu sein. Nach dem, was zwischen Rita und mir vorgefallen war, war ich ein wenig durcheinander gewesen. Grotesk, wenn es überhaupt wirklich passiert war. Dexter der Herzensbrecher raubt Küsse. Und so hatte ich, nachdem ich wieder zu Hause angekommen war, lange und heiß geduscht und den Regler ganz nach unten geschoben, bevor ich ins Bett geklettert war. Ich gebe nicht vor, den Grund dafür zu kennen, aber in meinen schwärzesten Momenten empfinde ich Kälte als reinigend, nicht eigentlich erfrischend, aber notwendig. Und es war kalt, mittlerweile viel zu kalt für Kaffee und einen Tagesbeginn inmitten der letzten Traumsplitter. In der Regel erinnere ich mich nicht an meine Träume oder messe ihnen keine Bedeutung bei, wenn ich es doch einmal tue. schwebe ich über diesem vollkommenen beengten Arbeitsplatz und meine Hand gleitet in perfekter Verschmelzung mit dieser anderen Hand in einem Bogen hoch, um den ersten perfekten Schnitt zu setzen. Ich habe die entsprechende Fachliteratur gelesen. Vielleicht, weil ich selbst keiner bin, sind Menschen für mich äußerst interessant. Deshalb weiß ich alles über Symbolismus. Schweben ist eine Art des Fliegens und bedeutet Sex und das Messer? Ja, Herr Doktor, das Messer ist meine Mutter, ja? Wach auf, Dexter! Nur ein dummer, bedeutungsloser Traum. Das Telefon klingelte und ich fuhr beinahe aus der Haut. Wie steht's mit Frühstück bei Wolfis, erkundigte sich Deborah? Ich zahle. Es ist Samstag, erwiderte ich, wir kriegen niemals einen Platz. Ich fahr schon vor und halt uns einen Tisch hatten wir unser ganzes Leben bei jeder besonderen Gelegenheit dort gegessen. Warum Deborah meinte, heute wäre ein solcher Anlass, war mir schleierhaft, aber ich war sicher, dass sie mich bei Zeiten erleuchten würde. Deshalb duschte ich, zog meine Westen Sonntagsklamotten an und fuhr hinaus zum Beach. Der Verkehr auf dem kürzlich renovierten MacArthur Corsway war dünn und bald bahnte ich mir einen Weg durch die wuselnde Menge bei Wolfis. kannte. Rose, meine Liebe, grüßte ich sie und beugte mich vor, um ihre runzlige Wange zu küssen. Sie funkelte mich mit ihrem allzeit schlecht gelaunten Blick an. Meine wilde irische Rose. Dexter, krächzte sie mit ihrem dicken mitteleuropäischen Akzent. Schluss mit der Küsserei, wie irgendein Vegala. Vegala? Ist das irisch für Verlobter? fragte ich sie und glitt auf meinen Stuhl. Puh, machte sie und stapfte kopfschüttelnd in Richtung Küche. Ich glaube, sie mag mich, vertraute ich Deborah an. Jemand muss es ja tun, sagte Depp. Wie war deine Verabredung gestern Abend? Ich habe mich gut amüsiert, erwiderte ich. Du solltest das auch mal versuchen. Puh, machte Deborah. Du kannst nicht jeden Abend in Unterwäsche am Tamiami Trail stehen, Deborah. Du brauchst ein Leben. Ich brauche eine Versetzung, Es klingt sicher besser, wenn die Kinder sagen können, Mami ist bei der Mordkommission. Dexter um Himmels Willen, sagte sie. Das ist ein natürlicher Gedanke, Deborah. Neffen und Nichten, mehr kleine Morgens, warum nicht? Sie atmete langsam aus, ihr kleiner Kontrolltrick. Ich dachte, Mom wäre tot, bemerkte sie. Sie sendet durch mich, sagte ich, vom Kirschblunder aus. Prima, dann Beim abrupten Themenwechsel schlägt dich so schnell keiner. Es ist mein Ernst, sagte sie. Jetzt hast du mich endgültig geerdet. Wie meinst du das, Zellkristallisation? Durch Frost, sagte sie, Zellen, die durch Frost kristallisiert sind. Licht überflutete mein Gehirn. Natürlich, sagte ich, wundervoll. Und irgendwo in meinem Innern begann ein kleines Glöckchen zu klingeln. Kälte, saubere, reine Kälte und das kalte Messer, das beinahe brutzelte, als es in das warme Fleisch schnitt. Antiseptische, saubere Kälte, der Blutfluss langsam und hilflos, so vollkommen richtig und absolut notwendig. Kälte! Warum habe ich nicht, begann ich. Ich klappte den Mund zu, als mir Deborahs Gesichtsausdruck auffiel. Was? bohrte Deborah. Was meinst du mit natürlich? Ich schüttelte den Zuerst sag du mir, warum du das wissen willst. Sie musterte mich einen Moment lang scharf und atmete dann langsam wieder aus. Ich glaube, das weißt du, meinte sie schließlich. Es hat einen weiteren Mord gegeben. Stimmt, sagte ich, ich bin gestern dort vorbeigekommen. Nicht nur vorbei, wie ich gehört habe. Ich zuckte die Achseln. Metro Deid ist wirklich eine kleine Gemeinde. Also was hast du mit diesem natürlich gemeint? Nichts, erwiderte ich schließlich leicht verärgert. Das Fleisch an der Leiche sah einfach ein wenig anders aus. Wenn es der Kälte ausgesetzt war, ich streckte die Hände aus. Das ist alles in Ordnung? Wie kalt? Wie in einem Schlachthaus, sagte sie. Warum sollte er das tun? Weil es schön ist, dachte ich. Dadurch verlangsamt sich der Blutfluss, erklärte ich. Sie studierte mich. Ist das von Bedeutung? fragte sie. Ich holte tief und vielleicht ein wenig zittrig Luft. Ich konnte es ihr nicht nur niemals erklären, sie würde mich einsperren, wenn ich es auch nur versuchte. Es ist lebenswichtig, sagte ich. Aus irgendeinem Grunde war ich verlegen. Warum lebenswichtig? Es ähm, ich weiß nicht woher, kein Beweis, verstehst du? Sie schaute mich wieder lange an. Ich suchte nach einer Bemerkung, aber mir fiel nichts ein. Der geschmeidige Decks der Silberzunge mit trockenem Mund und um Worte verlegen. Scheiße, sagte sie schließlich. Das ist alles? Kälte verlangsamt den Blutfluss und das ist lebenswichtig? Komm schon, wozu soll das verdammt noch mal gut akkurat? Scheiße, sagte sie wieder. Rose servierte unseren Kaffee. Deborah trank einen Schluck. Gestern Abend wurde ich zur 72-Stunden-Besprechung eingeladen. Ich klatschte in die Hände. Wunderbar, du bist angekommen, wofür brauchst du mich noch? Metro Dade hatte die Angewohnheit, die Ermittlungsmannschaft geschätzte 72 Stunden nach einem Mord zusammenzurufen. Die Ermittlungsleiterin und ihre Mannschaft diskutierten den Fall mit dem Gerichtsmediziner und manchmal mit jemandem aus dem Büro der Staatsanwaltschaft. So waren alle auf dem gleichen Stand. Da Deborah eingeladen worden war, gehörte sie dazu. Sie funkelte mich an. Ich bin undiplomatisch Dexter. Ich spüre, wie La Guerta mich herausdrängt, aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Sucht sie immer noch nach ihrem geheimnisvollen Zeugen? Deborah nickte. Ehrlich? Selbst nach dem Mord gestern Abend? Sie sagt, das sei der Beweis dafür, die Schnitte komplett waren. Aber sie waren alle unterschiedlich, protestierte ich. Sie zuckte die Achseln. Und du hast vorgeschlagen? Depp wandte den Blick ab. Ich habe ihr gesagt, dass ich es für Zeitverschwendung hielte, nach einem Zeugen zu fahnden, wenn es offensichtlich ist, dass der Killer nicht unterbrochen wurde, sondern einfach nicht befriedigt war. Autsch! machte ich. Du hast wirklich sie merkte es nicht. Was du gesagt hast, klang vernünftig. Es ist offensichtlich und sie ignoriert mich. Schlimmer noch. Was könnte schlimmer sein, als ignoriert zu werden? erkundigte ich mich. Sie errötete. Ich habe hinterher ein paar Streifenbeamte dabei ertappt, wie sie sich über mich lustig machten. Ein Witz machte die Runde und der dreht sich um mich. Sie biß sich auf die Lippe und sah weg. Einstein, sagte sie. Ich fürchte, ich verstehe nicht, sagte ich. Wenn ich so viel Hirn wie Titten hätte, wäre ich Einstein, erklärte sie bitter. Ich räusperte mich, statt zu lachen. Das verbreiten sie über mich, fuhr Depp fort. Diese kleinen Sticheleien bleiben an einem Hängen und dann wird man nicht befördert, weil sie annehmen, dass jemand, der kleine Welle beschützerischer Wärme spült in mir hoch. Sie ist eine Idiotin. Soll ich ihr das sagen, Dexter? Wäre das diplomatisch? Unser Essen kam. Rose knallte die Teller vor uns auf den Tisch, als wäre sie von einem korrupten Richter dazu verurteilt worden, Kindermördernd das Frühstück zu servieren. Ich schenkte ihr ein gigantisches Lächeln und sie stapfte in sich hineinmurmelt davon. Ich aß einen Bissen und wand mich geistig wieder Deborahs Problem zu. Ich musste versuchen, auf diese Weise daran zu denken, Deborahs Problem, nicht diese faszinierenden Morde, nicht diese erstaunlich anziehende Modus operandi oder diese Dinge, die denen so ähnlich sind, die ich eines Tages selbst gern tun würde. Ich musste mich heraushalten, aber es zog mich unglaublich an. Selbst der Traum letzte Nacht mit der kalten Luft, reiner Zufall natürlich, aber irgendwie beunruhigend, weil der Mörder das Innerste dessen berührt hatte, worum es in meinen Morden ging. Mit seiner Arbeitsweise natürlich, nicht mit der Auswahl seiner Opfer. Er musste aufgehalten werden, selbstverständlich, keine Frage, diese armen Nutten, trotzdem, dieses Verlangen nach Kälte, sehr interessant, dem einmal nachzugehen, einen netten, düsteren, beengten Platz finden. Beengt? Woher stammte das? Mein Traum natürlich, aber das bedeutete, dass mein Unterbewusstsein mich zwingen wollte, darüber nachzudenken, nicht wahr? Und beengt fühlte sich irgendwie richtig an. Kalt und beengt. Kühltransporter, sagte ich. Ich öffnete die Augen. Deborah kämpfte heftig mit einem Mund voller Eier, bevor sie sprechen konnte. Was? Oh, nur eine Idee, keine echte Erkenntnis, fürchte ich, aber es würde doch Sinn ergeben. Was würde Sinn ergeben? fragte sie. Ich sah stirnrunzelnd hinunter auf meinen Teller, während ich mir auszumalen versuchte, wie es funktionierte. Er braucht eine kalte Umgebung, um den Blutfluss zu verlangsamen und weil es sauberer ist. Wie du meinst. Ich meine, und es muss beengt sein. Warum? Wo zum Teufel hast du das her beengt? Ich zog es vor, diese Frage zu überhören. Ein Kühltransporter würde diese Bedingungen erfüllen, und er ist beweglich, was die Müllentsorgung danach wesentlich vereinfacht. Deborah biß von einem Begel ab und dachte nach, während sie kaute. Also, sagte sie schließlich und schluckte, der Killer könnte Zugriff auf einen dieser Transporter haben oder einen eigenen besitzen? Hm, vielleicht. Aber der Mord gestern Abend war der erste, Also ist er losgegangen und hat sich einen Transporter gekauft. Vermutlich nicht, noch ist es nur ein Experiment, Kälte auszuprobieren, war vermutlich ein plötzlicher Einfall. Sie nickte. Und es wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, dass er damit seinen Lebensunterhalt verdient, stimmt's? Ich schenkte ihr mein glückliches Haifischgrinsen. Ach, Depp, wie schnell du heute morgen begreifst. Nein, ich fürchte, unser Freund ist viel zu schlau, um sich auf diese Weise mit den Morden in Verbindung bringen zu lassen. Deborah trank einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse ab und lehnte sich zurück. Demnach suchen wir nach einem gestohlenen Kühltransporter, sagte sie endlich. Ich fürchte, ja, sagte ich. Aber wie viele können das in den letzten 48 Stunden schon gewesen sein? In Miami? Sie Lass uns hoffen, daß es sich noch nicht herumgesprochen hat, sagte ich. Deborah schluckte den Rest ihres Begels hinunter. Ich prüfe es nach, sagte sie. Kapitel 8 Theoretisch lassen die 72 Stunden Besprechungen jedem Teilnehmer genug Zeit, sich in einen Fall einzuarbeiten, denn sie finden so früh statt, daß die Spuren noch nicht kalt sind. Und so versammelte sich am Montagmorgen wieder einmal das geniale Verbrechungsbekämpfungsteam unter seiner unübertrefflichen Leiterin Detekte Flaguerta im zweiten Stock. Ich schloss mich an. Ich erntete einige Seitenblicke und ein paar gutmütige Bemerkungen von den Kops, die mich kannten, nur simple fröhliche Scherze wie »Hey Blutjunge, wo hast du deinen Schrubber?« Das Salz der Erde diese Menschen und bald würde meine Deborah eine von ihnen sein. Mich im selben Raum aufhalten zu dürfen, erfüllte mich mit Stolz und Demut zugleich. Unglücklicherweise wurden meine Gefühle nicht von allen Anwesenden geteilt. »Was zum Teufel wollen Sie denn hier?« grunste Sergeant Doakes. Er war ein großer schwarzer Mann mit der gekränkten Aura permanenter Feindseligkeit. Er strahlte eine kalte Wildheit aus, die jemandem mit meinem Hobby sicherlich sehr gelegen kommen würde. Es war eine Schande, dass wir nicht befreundet sein konnten, aber aus irgendeinem Grund hasste er alle Labortechniker, und aus irgendeinem weiteren Grund hatte das immer besonders Dexter gegolten. Außerdem hielt er den Rekord der Metrodate im Bankdrücken. Damit verdiente er ein diplomatisches Lächeln. »Ich bin hier, um zuzuhören, Sergeant«, teilte ich ihm mit. »Niemand hat Sie hergebeten, verdammt noch mal«, sagte er. »Machen Sie, daß Sie rauskommen.« »Warum zum Teufel?« »Ich möchte niemandem Ungelegenheiten bereiten«, sagte ich, wobei ich mich ohne echte Überzeugung in Richtung Tür bewegte. »Es ist vollkommen in Ordnung«, beruhigte mich Laguertha mit einem Lächeln. Sie wandte sich Dux zu. »Er kann bleiben«, wiederholte sie. »Bei ihm überkommt mich eine verdammte Gänsehaut«, knurrte Dux. Ich begann, die tieferen Qualitäten des Mannes zu schätzen. Selbstverständlich überlief ihn eine verdammte Gänsehaut. Die einzig berechtigte Frage lautete, warum es ihm in einem Zimmer voller Kops, die genug Wissen besaßen, um in meiner Gegenwart eine verdammte Gänsehaut zu kriegen, als einzigem so ging. »Lasst uns anfangen«, forderte Laguertha sanft mit der Peitsche knallend und ließ keinerlei Zweifel daran, wer hier das Kommando hatte. Doakes ließ sich mit einem letzten schälen Blick zu mir auf seinen Stuhl sinken. Der erste Teil des Treffens war reiner Routine gewidmet. Berichten, taktischen Manövern, all den kleinen Dingen, die uns so menschlich machen. Zumindest diejenigen von uns die Menschen sind. Laguertha setzte die Beamten für Öffentlichkeitsarbeit darüber in Kenntnis, was an die Presse weitergegeben werden durfte und was nicht. Zu den Dingen, die sie weitergeben durften, gehörte auch ein Hochglanzfoto von Laguertha, das sie eigens für diesen Anlass hatte aufnehmen lassen. Es zeigte sie ernst und doch glamourös, eindringlich, aber zurückhaltend. Man konnte förmlich sehen, dass sie die Beförderung zum Lieutenant verdiente. Wenn Deborah doch nur über solche Presseagenten verfügen würde. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis wir zu den eigentlichen Morden kamen. Aber schließlich erkundigte sich Laguertha nach Berichten über die Fortschritte, die die Jagd auf ihren geheimnisvollen Zeugen machte. Niemand hatte etwas gefunden. Ich bemühte mich redlich überrascht zu wirken. Laguertha bedachte die Gruppe mit einem auffordernden Stirnrunzeln. Kommt schon, Leute, sagte sie, jemand muss doch etwas entdeckt haben. Aber dem war nicht so, und eine Pause entstanden, in der die Mannschaft ihre Fingernägel, den Fußboden, die Schalldämmung an der Decke betrachtete. Deborah räusperte sich. Ich, äh, sagte sie und räusperte sich noch einmal, ich hätte eine, ähm, eine Idee, eine andere Idee, vielleicht könnten wir es in einer etwas anderen Richtung versuchen. Bei ihr hörte es sich wie ein Zitat an, und das war es ja auch. Trotz meiner ganzen Bemühungen klang sie nicht sonderlich natürlich, aber immerhin hatte sie sich an meine sorgfältig komponierte, politisch korrekte Wortwahl gehalten. La Guerta zog eine künstlich perfektionierte Augenbraue hoch. Wahrhaftig? Eine Idee? Sie verzog das Gesicht, um anzudeuten, wie überrascht und entzückt sie war. Bitte, Sie müssen uns unbedingt daran teilhaben lassen, Officer ein, ich meine Officer Morgan. Doakes kicherte, ein reizender Mann. Deborah errötete, steckte aber nicht zurück. Die Zellkristallisation bei dem letzten Opfer. Ich möchte gern überprüfen, ob irgendwelche Kühltransporter innerhalb der letzten Woche als gestohlen gemeldet worden sind. Stille. Einhelliges, wortloses Schweigen. Das Schweigen der Kühe. Sie kapieren es nicht, die Betonköpfe, und Deborah konnte es ihnen nicht klar machen. Das Schweigen dehnte sich. Ein Schweigen, das La Guerta mit einem hübschen Stirnrunzeln noch steigerte. Ein verwirrter Blick durch den Raum, ob jemand anderes ihr folgen könnte, dann ein höflicher Blick zu Deborah. Kühltransporter? fragte La Guerta. Deborah wirkte total durcheinander, das arme Kind. Dieses Mädchen fand keinen Gefallen an öffentlichen Auftritten. Das ist richtig, sagte sie. La Guerta ließ die Antwort in der Luft schweben. Sie genoss es. Mhm, meinte sie. Deborahs Gesicht verfärbte sich. Kein gutes Zeichen. Ich räusperte mich und als das nicht half, hustete ich, laut genug, um sie daran zu erinnern, dass sie sich beherrschen musste. Sie schaute zu mir herüber, ebenso wie La Guerta. Entschuldigung, sagte ich, ich glaube, ich bekomme eine Erkältung. Kann man sich wirklich einen besseren Bruder wünschen? Die Kälte, platzte Deborah heraus, die an meiner Rettungsleine hing. Ein Kühltransporter könnte eventuell die Ursache für diese Art von Gewebeschäden gewesen sein, und er ist beweglich und deshalb schwerer zu fassen, und die Entsorgung der Leiche würde sich wesentlich einfacher gestalten. Deshalb, wenn einer gestohlen wurde, ein Transporter, ein Kühltransporter, das könnte uns weiterbringen. Nun, das war es zum größten Teil gewesen, und sie hatte es gesagt. Im Raum erblühte ein- oder zweimal gedankenvolles Stirnrunzeln. Ich konnte fast hören, wie die Gänge umgelegt wurden. Aber La Guerta nickte nur. Das ist eine sehr, ein sehr interessanter Gedanke, Officer, sagte sie. Sie betonte das Wort Officer nur ganz leicht, um uns alle daran zu erinnern, dass wir in einer Demokratie lebten, in der jeder frei heraus sprechen durfte, aber eigentlich. Aber ich glaube trotzdem, dass unsere beste Chance darin liegt, den Zeugen zu finden. Wir wissen, dass er dort draußen ist. Sie lächelte, ein taktisch schüchternes Lächeln. Oder sie, ergänzte sie, um zu zeigen, wie bissig sie sein konnte. Aber jemand hat etwas gesehen, wir wissen das aufgrund der Beweislage, deshalb wollen wir uns darauf konzentrieren und das Klammern an irgendwelche Strohhalme den Jungs drüben in Broward überlassen, okay? Sie machte eine Pause, um das durch den Raum laufende leise Kichern abklingen zu lassen. Aber ihre weitere Hilfe bei der Befragung der Nutten würde ich sehr zu schätzen wissen, Officer Morgan, man kennt sie dort draußen. Mein Gott, sie war gut. Sie hatte jedermann davon abgebracht, über Depps Vorschlag nachzudenken, Depp in ihre Schranken gewiesen und die Mannschaft mit dem Witz über unsere Rivalität mit Broward-Cunty wieder geschlossen hinter sich versammelt. Mit ein paar einfachen Worten. Mir war danach ihr zu applaudieren. Aber ich stand natürlich auf Seiten der armen Deborah und man hatte sie soeben überrollt. Einen Augenblick lang blieb ihr der Mund offen stehen. Dann schloss sie ihn wieder und ich beobachtete, wie die Muskeln an ihrem Kiefer sich verhärteten, als sie ihren Gesichtsausdruck auf Kopfneutral zurückschaltete. Auf ganz eigene Art eine ausgezeichnete Vorstellung, aber ehrlich, nicht von der gleichen Klasse wie die La Guertas. Der Rest des Treffens verlief ereignislos. Es war alles gesagt worden, deshalb endete es kurz nach La Guertas meisterhafter Abfuhr und wir fanden uns draußen im Flur wieder. Verdammt soll sie sein, murmelte Deborah leise. Verdammt, verdammt, verdammt! Unbedingt, pflichtete ich bei. Sie funkelte mich wütend an. Danke, Bruder, du warst eine echte Hilfe. Ich zog die Augenbrauen hoch. Aber wir hatten doch vereinbart, dass ich mich heraushalte, damit du die Anerkennung erntest. Sie knurrte, tolle Anerkennung, sie hat mich als Idiotin hingestellt. Bei allem Respekt, Schwester, du bist dir auf halbem Weg entgegengekommen. Deborah sah mich an, schaute fort, warf angeekelt die Hände hoch. Was hätte ich denn sagen sollen? Ich gehöre nicht mal zur Mannschaft, ich bin nur dabei, weil der Käpt'n angeordnet hat, mich mitmachen zu lassen. Aber er hat nicht gesagt, dass sie auf dich hören sollen, sagte ich. Und das tun sie nicht, und sie werden es auch nicht, bemerkte Deborah bitter. Statt mich in die Mordkommission zu bringen, zerstört es meine Karriere. Ich werde als Politesse enden, Dexter. Es gibt einen Ausweg, Depp, versicherte ich ihr, und in dem Blick, der sich wieder mir zuwandte, lag ungefähr ein Drittel Hoffnung. Welchen? fragte sie. Ich lächelte sie an, mit meinem tröstlichsten, herausforderndsten, ich bin nicht wirklich ein Heilächeln. Finde den Transporter, sagte ich. Drei Tage vergingen, bevor ich wieder von meiner lieben Adoptivschwester hörte. eine lange Zeit für sie, um nichts von sich hören zu lassen. Am Donnerstag, kurz nach dem Mittagessen, kam sie in mein Büro und wirkte stinkig. Ich habe ihn gefunden, verkündete sie, aber ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinte. Was gefunden, Depp? erkundigte ich mich. Den Born der Verdrießlichkeit? Den Transporter, sagte sie, den Kühltransporter. Das sind ja großartige Neuigkeiten, sagte ich. Warum siehst du dann so aus, als wolltest du demnächst Besten eine runterhauen? Weil es so ist, sagte sie und warf vier oder fünf zusammengeheftete Seiten auf meinen Schreibtisch. Sieh dir das an. Ich nahm sie auf und warf einen flüchtigen Blick auf das Deckblatt. Oh, sagte ich. Wie viele insgesamt? Dreiundzwanzig, antwortete sie. Im letzten Monat sind dreiundzwanzig Kühltransporter als gestohlen gemeldet worden. Die Jungs von der Streife drüben sagen, dass die meisten in irgendwelchen Kanälen wieder auftauchen, abgefackelt, um die Versicherungen zu kassieren. Niemand strengt sich besonders an, sie zu finden. Deshalb beschäftigt sich auch keiner besonders eingehend mit diesen hier, und auch in Zukunft wird es keiner tun. Willkommen in Miami, sagte ich. Deborah seufzte und nahm mir die Liste wieder ab. Dann ließ sie sich auf meinen Zusatzstuhl sinken, als hätte sie gerade ihr Skelett verloren. Ich habe keine Möglichkeit, alle zu überprüfen, nicht ganz allein. Es würde Monate dauern, verdammt Dexter, sagte sie. Was wollen wir jetzt machen? Ich schüttelte den Kopf. Es tut mir leid, Depp, sagte ich. Aber jetzt können wir nur noch abwarten. Das ist alles? Einfach abwarten? Das ist alles, sagte ich. Und das war's. Für zwei weitere Wochen war das alles. Wir warteten. Aber dann... Kapitel 9 Ich erwachte schweißgebadet, ohne genau zu wissen, wo ich war, aber absolut sicher, dass ein weiterer Mord kurz bevorstand. Irgendwo, ganz in der Nähe, suchte er nach der Nächsten, glitt durch die Stadt wie der Hai durchs Riff. Ich war so sicher, dass ich beinahe das Knirschen des Klebebands hören konnte. Er war dort draußen, näherte seinen dunklen Passagier, und dieser sprach zu meinem. Und im Schlaf war ich mit ihm unterwegs gewesen, ein phantomgleicher Pilotfisch, der mit ihm seine langsamen, großen Kreise zog. Ich setzte mich in meinem kleinen Bett auf und schob die verhedderten Decken zurück. Der Wecker zeigte drei Uhr vierzehn. Vier Stunden waren vergangen, seitdem ich zu Bett gegangen war, und ich fühlte mich, als wäre ich die ganze Zeit mit einem Klavier auf dem Rücken durch den Urwald gestapft. Ich war verschwitzt, verkrümmt und verblödet, unfähig, einen anderen Gedanken zu verfolgen, als die absolute Gewissheit, dass es dort draußen passierte, ohne mich. In dieser Nacht war an Schlaf zweifellos nicht mehr zu denken. Ich schaltete das Licht an. Meine Hände waren feucht und zitterten. Ich wischte sie an den Decken ab, aber es nützte nichts. Die Decken waren genauso klamm. Ich stolperte ins Bad, um mir die Hände zu waschen. Ich hielt sie unter das laufende Wasser. Der Hahn entließ einen warmen Strom, Raumtemperatur, und einen Moment lang wusch ich meine Hände in Blut. Und das Wasser färbte sich rot. Nur eine Sekunde verfärbte sich das Waschbecken im Dämmerlicht des Badezimmers blutrot. Ich schloss die Augen. Die Welt verschwamm. Ich hatte diesen Streich, den Beleuchtung und Halbschlaf mir spielten, beenden wollen. Schließe die Augen, öffne sie, und die Illusion wird sich verflüchtigt haben. Im Waschbecken wird sich nur klares Wasser befinden. Stattdessen schien es, als hätte das Schließen der Augen mir den Blick in eine andere Welt eröffnet. Ich träumte wieder, schwebte wie eine Messerklinge über den Lichtern des Biscayne Boulevard, schwebte eisig und schneidend meinem Ziel entgegen und... Ich schlug die Augen auf. Das Wasser war nur Wasser. Aber was war ich? Ich schüttelte wild den Kopf. Ruhig, alter Junge. Nein, Dexter, nicht ausrasten, bitte. Ich holte tief Luft und starrte mich an. Mein Spiegelbild sah vollkommen normal aus. Sorgfältig arrangierte Züge. Ruhige, spöttische blaue Augen. Eine perfekte Imitation menschlichen Lebens. Abgesehen davon, daß meine Haare hochstanden wie die von Stan Laurel, gab es keinerlei Anzeichen für das, was eben durch mein vom Schlaf betäubtes Hirn gerauscht war und mich geweckt hatte. Ich schloss vorsichtig wieder die Augen. Dunkelheit. Einfache, reine Dunkelheit. Kein Schweben, kein Blut, keine Lichter der Großstadt, nur der gute alte Dexter, der mit geschlossenen Augen vor dem Spiegel stand. Ich schlug sie wieder auf. Hallo, lieber Junge, wie schön, daß du wieder da bist, aber wo um Himmels Willen bist du gewesen? Das war natürlich die Frage. Die längste Zeit meines Lebens bin ich weder von Träumen noch, wo wir schon darüber reden, von Halluzinationen geplagt worden. Keine Vision der Apokalypse, keine beunruhigenden Jungschen-Ikonen, die aus meinem Unterbewusstsein an die Oberfläche trieben, keine geheimnisvollen Bilder, die durch meine Bewusstlosigkeit drifteten. Nichts störte jemals Dexters Nähe. Wenn ich schlafe, schläft alles in mir. Was war dann gerade passiert? Warum erschienen mir diese Bilder? Ich spritzte mir Wasser ins Gesicht und strich meine Haare glatt. Das beantwortete natürlich nicht die Frage, aber ich fühlte mich dadurch ein wenig besser. Wie schlimm konnte es kommen, wenn meine Haare ordentlich gekämmt waren? Wahrhaftig. Ich hatte keine Ahnung. Es konnte sehr schlimm kommen. Alle, zumindest viele meiner Schrauben konnten sich lockern. Was, falls ich seit Jahren Stück für Stück den Verstand verlor und dieser neue Mörder einfach der Auslöser für meinen finalen Kopfsprung in die vollkommene Verrücktheit war? Wie konnte ich hoffen, die relative geistige Gesundheit von jemandem an mir messen zu können? Die Bilder waren so real gewesen. Aber das konnten sie nicht sein. Ich hatte direkt hier in meinem Bett gelegen. Und doch hatte ich fast den Geruch des Salzwassers riechen können, die Abgase und das billige Parfum, die über dem Biscayne Boulevard waberten. Vollkommen real. War das nicht eines der Anzeichen für geistige Zerrüttung? Die Unfähigkeit, Einbildung und Realität zu unterscheiden? Ich wusste keine Antwort und sah keine Möglichkeit, eine zu finden. Mit einem Psychiater zu reden, verbot sich von selbst. Ich würde den armen Kerl zu Tode erschrecken, und er würde sich vielleicht verpflichtet fühlen, mich irgendwo einsperren zu lassen. Ich konnte natürlich die Weisheit dieser Entscheidung nicht in Frage stellen, aber es war ausschließlich mein Problem, wenn ich die geistige Gesundheit verlor, die ich mir aufgebaut hatte. Und ein Teil des Problems lag darin, dass ich keine Möglichkeit hatte, das festzustellen. Allerdings, wenn ich so darüber nachdachte, gab es doch einen Weg. Zehn Minuten später fuhr ich am Bayfront Park vorbei. Ich fuhr langsam, weil ich nicht genau wußte, wonach ich eigentlich Ausschau hielt. Dieses Viertel meiner Stadt schlief, wie es das immer tat. Ein paar Leute bevölkerten noch das Straßenbild Miamis. Touristen, die nicht schlafen konnten, weil sie zu viel kubanischen Kaffee getrunken hatten, Durchreisende aus Iowa auf der Suche nach einer Tankstelle, Fremde auf der Suche nach South Beach und natürlich die Raubtiere, Schlägertypen, Straßenräuber, Fixer, Vampire, Nachtmare und erlesene Ungeheuer wie ich. Aber in dieser Gegend um diese Uhrzeit insgesamt sehr wenig. Dieses Miami war verlassen, so verlassen wie nur möglich, ein Ort, den die Geister des geschäftigen Tages noch einsamer erscheinen ließen. Eine Stadt, die sich ohne den fröhlichen Deckmantel des Sonnenscheins und der leuchtenden T-Shirts auf ein reines Jagdrevier reduziert hatte. Und so jagte ich. Die Augen der Nacht folgten mir und verloren mich, während ich ohne abzubremsen an ihnen vorüberfuhr. Ich fuhr nach Norden, über die alte Zugbrücke durch Downtown Miami, immer noch nicht sicher, wonach ich eigentlich suchte und ohne es zu finden und doch aus irgendeinem beunruhigenden Grund absolut sicher, dass ich es finden würde, dass ich in die richtige Richtung fuhr, dass es dort auf mich wartete. Direkt hinter dem Omni wurde das Nachtleben aktiver. Es war mehr los, gab mehr zu sehen. Gedränge auf den Bürgersteigen, blechernde Musik, die durch die Wagenfenster strömte, die Nachtschwalben kamen heraus, standen in Horden an den Straßenecken, kicherten miteinander oder starrten dumpf auf vorüberfahrende Autos. Und die Fahrer bremsten ab, starrten zurück, begafften die Kostüme und das, was diese unbedeckt ließen. Zwei Blocks vor mir hielt ein neuer Kornisch und sofort löste sich ein Rudelmädchen aus den Schatten, lief vom Bürgersteig auf die Straße und versammelte sich um den Wagen. Der Verkehr kam beinahe zum Erliegen. Hupen schrillten, die meisten Fahrer blieben einen Moment stehen, zufrieden damit zu spannen, aber ein ungeduldiger Laster zog an dem Wagenbrück vorbei und auf die entgegenkommende Fahrbahn. Ein Kühltransporter. Das ist er nicht, sagte ich mir. Nächtliche Joghurtlieferung, Schweinewürstchen fürs Frühstück mit frischer Garantie. Eine ganze Reihe Laster fuhr in Richtung Norden oder zum Flughafen. In Miami fahren Kühltransporter rund um die Uhr, selbst jetzt, selbst zu dieser späten Stunde, das war alles weiter nichts. Aber trotzdem gab ich Gas. Ich beschleunigte, fädelte mich durch den Verkehr, ich näherte mich bis auf zwei, drei Wagenlängen dem Kornisch und seinem belagerten Fahrer. Der Verkehr kam zum Erliegen. Ich schaute nach vorn zu dem Transporter. Er fuhr den Biscayne hoch, einer Reihe von Ampeln entgegen. Ich würde ihn verlieren, wenn ich zu weit zurückblieb. Und plötzlich wünschte ich mir verzweifelt, ihn nicht zu verlieren. Ich wartete auf eine Lücke im Verkehr und zog rasch auf die Gegenfahrbahn. Ich war an dem Kornisch vorbei und gab Gas, schloss zu dem Transporter auf, versuchte nicht zu schnell zu fahren, keinen Verdacht zu erregen, schloss aber langsam die Lücke zwischen uns. Er war drei Ampeln vor mir, dann zwei. Dann schaltete seine Ampel auf rot und bevor ich mich darüber freuen und aufholen konnte, sprang meine ebenfalls um. Ich bemerkte mit einiger Überraschung, dass ich mir auf die Lippen biß. Ich war angespannt, ich, Dexter, der Eiswürfel. Ich spürte menschliche Furcht, Verzweiflung und emotionalen Stress. Ich wollte diesen Transporter einholen und hineinsehen. Oh, wie ich mich danach sehnte, meine Hand auf diesen Transporter zu legen, die Tür zum Fahrerhaus zu öffnen, hineinzuschauen. Und dann was? Ihn eigenständig verhaften? Ihn an der Hand zu lieben, Detective Laguerreta führen? Schau mal, was ich gefangen habe, darf ich ihn behalten? Es war ebenso wahrscheinlich, dass er mich behielt. Er befand sich im Jagdmodus. Und ich zockelte hinterher wie ein lästiger kleiner Bruder. Und warum zockelte ich hinterher? Wollte ich mir nur beweisen, dass er es war, der er, dass er hier draußen herumschlich und ich nicht verrückt war? Und falls ich nicht verrückt war, woher wußte ich dann Bescheid? Was ging in meinem Gehirn vor? Vielleicht war verrückt alles in allem doch die bessere Lösung. Ein alter Mann schlurfte vor meinem Auto her, überquerte die Straße mit unglaublich langsamen und schmerzhaften Schritten. Ich beobachtete ihn einen Augenblick und wandte meinen Blick dann wieder nach vorn zum Kühltransporter. Seine Ampel war auf grün umgesprungen, meine nicht. Der Transporter beschleunigte rasch, fuhr hart am Tempolimit nach Norden, seine Rücklichter schrumpften unter meinen Blicken, während ich darauf wartete, dass meine Ampel umsprang. Was sie sich zu tun weigerte, und so fuhr ich zähneknirschend, ruhigdecks, über die Ampel, wobei ich den alten Mann knapp verfehlte. Er schaute weder auf, noch kam er aus dem Tritt. Auf diesem Abschnitt des Biscayne-Boulevard war Tempo 50 vorgeschrieben. Was in Miami hieß, dass man auf keinen Fall unter 70 fahren durfte, wollte man nicht von der Straße gefegt werden. Ich beschleunigte auf 100, steuerte durch den schwachen Verkehr, verzweifelt bemüht, den Abstand zu verringern. Die Lichter des Transporters verschwanden, als er um eine Kurve fuhr und ... Oder war er abgebogen? Ich beschleunigte auf 120 und donnerte an der Abfahrt zum Causeway 79 vorbei, um die Kurve, am Public Market und auf die lange Gerade, wobei ich panisch nach dem Transporter Ausschau hielt. Und ihn entdeckte, dort, vor mir. Er kam mir entgegen. Der Bastard hatte gedreht. Hatte er mich im Nacken gespürt? Meine Abgase gerochen, die an ihm vorüberwehten? Egal, er war es. Zweifellos derselbe Transporter, und während ich an ihm vorbei raste, bog er auf den Causeway ab. Ich fuhr mit kreischenden Reifen auf einen kleinen Parkplatz, bremste, wendete und fuhr mit Vollgas zurück auf den Biscayne Boulevard, diesmal in Richtung Süden. Weniger als ein Block, und ich bog ebenfalls auf den Causeway ab. Weit, weit vor mir, fast an der ersten Brücke, sah ich die winzigen roten Lichter zwinken, mich verspotten. Mein Fuß stemmte sich auf das Gaspedal, und ich raste weiter. Mittlerweile war er auf der Auffahrt zur Brücke und wurde schneller, hielt den Abstand zwischen uns konstant. Was bedeutete, dass er Bescheid wusste, bemerkt hatte, dass er verfolgt wurde. Ich trat meinen Wagen noch heftiger, arbeitete mich voran, Meter um Meter. Und dann war er fort, über den höchsten Punkt der Brücke und auf der anderen Seite hinab, viel zu schnell in Richtung Nord Bay Village verschwindend. Das war eine stark von Streifenwagen kontrollierte Gegend. Wenn er zu schnell fuhr, würde man ihn bemerken und hinauswinken, und dann ... Jetzt war ich oben auf der Brücke und vor mir ... Nichts. Die leere Straße. Ich bremste ab und sah von meinem Aussichtspunkt oben auf der Brücke in alle Richtungen. Ein Wagen kam mir entgegen, nicht der Transporter, nur ein Mercury-Marquis mit verbeulter Stoßstange. Ich fuhr auf der anderen Seite die Brücke hinunter. Am Ende der Brücke teilte der Causeway North Bay Village in zwei Wohngebiete. Hinter einer Tankstelle zur linken beschrieb eine Reihe von Häuserblöcken mit Eigentumswohnungen und Apartments einen weiten Bogen. Auf der rechten standen kleine, aber kostspielige Häuser. Auf beiden Seiten bewegte sich nichts. Man sah keine Lichter, kein Anzeichen für irgendetwas, weder Verkehr noch Leben. Ich fuhr langsam durch das Village. Leer. Er war verschwunden. Auf einer Insel mitten einer Durchgangsstraße hatte er mich abgehängt. Aber wie? Ich parkte auf dem Seitenstreifen und schloss die Augen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hoffte ich wieder etwas zu sehen. Aber da war nichts. Nur Dunkelheit. Und kleine leuchtende Punkte, die auf der Innenseite meiner Lieder tanzten. Ich war müde. Ich kam mir dumm vor. Ja, ich, der dreiste Dexter, der versuchte, Superman zu spielen, indem er seine enormen psychischen Kräfte nutzte, um das Genie des Bösen aufzuspüren, ihn mit seinem hochgerüsteten Antiverbrecherfahrzeug verfolgte, aber aller Wahrscheinlichkeit nach war es nur ein gelangweilter Lieferbursche, der mit dem einzigen anderen Fahrer dieser Nacht Macho-Spielchen spielte. Eine Angelegenheit, die jedem Fahrer in dieser hübschen Stadt täglich wieder fuhr. Fang mich doch, du kriegst mich nicht. Dann der Stinkefinger, das Schwenken der Waffe und haio, zurück an die Arbeit. Nur ein Kühltransporter auf dem Weg nach Miami. Nichts weiter, dessen Radiolautsprecher vom eingestellten Heavy-Metal-Sender zerfetzt wurden. Und nicht mein Killer. Keine geheimnisvolle Bindung, die mich mitten in der Nacht aus dem Bett und auf die Straße trieb. Weil das einfach zu blöd war, um wahr zu sein, und zu blöd für den ausgeglichenen, kaltherzigen Dexter. Ich ließ meinen Kopf aufs Lenkrad sinken. Wie wundervoll! Eine so authentische menschliche Erfahrung zu durchleben. Nun wußte ich, was es bedeutete, sich wie ein kompletter Idiot vorzukommen. Aus der Nähe hörte ich die Glocke der Zugbrücke, deren Klingeln warnte, dass die Brücke hochgezogen wurde. Ding, 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 die Alarmglocke meines erschöpften Intellekts. Ich gähnte. Zeit, nach Hause zu fahren. Zurück ins Bett. Hinter mir sprang ein Motor an. Ich sah nach hinten. Er kam in hohem Tempo in einem engen Bogen hinter der Tankstelle am Fuß der Brücke hervorgeschossen. Er schleuderte an mir vorbei und beschleunigte weiter, und inmitten der Bewegung sah ich verschwommen, wie durch das Fahrerfenster etwas ballförmiges wild und heftig auf mich zuwirbelte. Ich duckte mich. Etwas knallte gegen die Seite meines Wagens und machte dabei ein Geräusch, das auf eine kostspielige Beule schließen ließ. Ich wartete einen Augenblick ab, nur um sicher zu gehen. Dann hob ich den Kopf und sah nach. Der Transporter raste davon, durchbrach die hölzerne Schranke der Zugbrücke und preschte weiter, sprang über die Brücke, als sie zu steigen begann, und schaffte es mühelos auf die andere Seite, während der Brückenwärter sich noch hinauslehnte und brüllte. Dann war er fort. Auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke, zurück in Miami, auf der anderen Seite des immer größer werdenden Zwischenraums. Verschwunden. Hoffnungslos verschwunden. Verschwunden, als hätte er nie existiert. Und ich würde nie erfahren, ob es mein Killer gewesen war oder nur ein anderer, ganz normaler Irrer aus Miami. Ich stieg aus und begutachtete die Beule. Sie war groß. Ich sah mich auf der Suche nach dem Gegenstand, um den er geworfen hatte. Er war fünf, sechs Meter weitergerollt und kam zitternd auf der Fahrbahn zur Ruhe. Selbst aus der Entfernung konnte man ihn unmöglich verwechseln. Aber wie, um mir absolute Sicherheit zu geben und sämtliche Zweifel auszuräumen, wurde er von den Scheinwerfern eines entgegenkommenden Fahrzeugs beleuchtet. Der Wagen schlingerte und krachte in einer Hecke, und durch das nun ununterbrochene Dröhnen der Hupe konnte ich den Fahrer kreischen hören. Ich ging hinüber zu dem Ding, um mich zu vergewissern. Ja, tatsächlich. Das war's. Der Kopf einer Frau. Ich beugte mich vor. Ein sehr sauberer Schnitt. Sehr gute Arbeit. An den Wundrändern fand sich fast kein Blut. Gott sei Dank, sagte ich, und mir wurde bewusst, dass ich lächelte. Und warum auch nicht? War das nicht schön? Ich war kein bisschen verrückt. Kapitel 10 Ich hockte auf dem Kofferraum meines Autos, als La Guerta früh um acht Uhr zu mir herüberkam. Sie lehnte sich mit ihrer maßgeschneiderten Hüfte gegen den Wagen und rutschte herüber, bis unsere Schenkel sich berührten. Ich wartete darauf, dass sie etwas sagte. Aber sie schien keine dem Anlass angemeißenen Worte zu finden. Ich auch nicht. So saß ich mehrere Minuten lang da, sah nach hinten auf die Brücke, spürte die Hitze ihres Beines an meinem und fragte mich, wohin mein schüchterner Freund mit dem Transporter entschwunden war. Aber ein Druck gegen meinen Schenkel rieß mich aus meinen stillen Tagträumen. Ich sah hinunter auf mein Hosenbein. La Guerta knetete meinen Schenkel, als wäre er ein Klumpen Teig. Ich schaute hoch in ihr Gesicht. Sie erwiderte den Blick. Sie haben die Leiche gefunden, sagte sie. Sie wissen schon, den Rest, der zu dem Kopf gehört. Ich stand auf. Wo? Sie sah mich an, wie ein Kopf jemanden ansieht, der körperlose Köpfe auf der Straße findet. Aber sie antwortete. Am Office Depot Center, sagte sie. Wo die Panthers spielen? fragte ich, und ein kleiner, eisiger Schauer durchrieselte mich. Auf der Eisfläche? La Guerta nickte, beobachtete mich noch immer. Die Hockeymannschaft, sagte sie. Sind das die Panthers? So nennt man sie, glaube ich, erwiderte ich. Ich konnte mich nicht beherrschen. Sie schürzte die Lippen. Sie wurde in das Eishockey-Tor gestopft. Gast oder Heimmannschaft? fragte ich. Sie zwinkerte. Macht das einen Unterschied? Ich schüttelte den Kopf. Nur ein Witzdetektiv. Weil ich nicht weiß, wie man sie unterscheidet. Ich sollte jemanden hinzuziehen, der sich mit Eishockey auskennt, sagte sie, während sie ihren Blick endlich von mir löste und auf der Suche nach jemandem, der einen Puck trug, über die Menge schweifen ließ. Ich bin erleichtert, dass sie Witze darüber machen können, fügte sie hinzu. Was ist ein, stirnrunzelnd, versuchte sie sich zu erinnern, ein Zamboli? Ein was? Sie zuckte die Achseln. Eine Art Maschine, sie wird auf dem Eis verwendet. Eine Zamboni? Was auch immer, der Typ, der sie fährt, hat sie heute Morgen auf die Fläche gefahren, um die Vorbereitungen fürs Training zu treffen. Einige Spieler fangen gern früh an, und sie mögen frisches Eis. Deshalb hat der Typ die ... Sie zögerte ein wenig. Die Zamboli-Maschine? An Trainingstagen kommt er sehr früh und fährt so also dieses Ding raus aufs Eis und entdeckt diese Päckchen. Im Netz des Tors. Deshalb geht er hin und sieht nach. Sie zuckt wieder die Achseln. Dux ist jetzt dort. Er sagt, der Typ wäre so aufgeregt, dass sie nichts Vernünftiges aus ihm herausbekommen können. Ich kenne mich ein bisschen mit Eishockey aus, merkte ich an. Sie sah mich irgendwie schwermütig an. Ich weiß so wenig über sie, Dexter. Spielen Sie Hockey? Nein, ich habe noch nie gespielt, sagte ich bescheiden. Ich war bei ein paar Spielen. Sie sagte nichts, und ich biß mir auf die Lippen, um mich nicht zu verquasseln. In Wahrheit besaß Rita Dauerkarten für die Florida Panthers, und ich hatte zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass mir Hockey gefiel. Es war nicht nur das panische, fröhliche, mordlüsternde Chaos, das ich genoss. In dieser riesigen, kühlen Halle zu sitzen, entspannte mich irgendwie, und ich wäre auch vergnügt, dorthin marschiert, um beim Golf zuzuschauen. Und in Wahrheit hätte ich alles behauptet, damit Laugerta mich zur Eisbahn mitnahm. Ich wollte unbedingt in die Arena. Ich wünschte mir mehr als alles andere, die in das Netz gestopften Körperteile zu sehen, wollte die ordentliche Verpackung abwickeln und das trockene weiße Fleisch betrachten. Ich wünschte es mir so sehr, dass ich mir vorkam wie die Karikatur eines bettelnden Hundes, wollte es so sehr, dass ich selbstgerecht und besitzergreifend empfand, wenn es um die Leiche ging. In Ordnung, sagte Laugerta endlich, als ich schon fast dabei war, mich aus meiner Haut zu vibrieren. Und sie lächelte irgendwie befremdlich, halb förmlich, halb, wie, vollkommen anders, irgendwie menschlich. Leider entzog es sich meinem Verständnis vollkommen. Das gibt uns Gelegenheit zu einem Gespräch. Aber nur zu gern, sagte ich vor Scham sprühend. Laugerta reagierte nicht. Vielleicht hatte sie mich nicht gehört. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre. Soweit es ihr Selbstbild betraf, fehlt es ihr an jeglichem Gespür für Sarkasmus. Es war möglich, ihr die grauenhafteste Schmeichelei der Welt um die Ohren zu schlagen, und sie würde sie als angemessenes Kompliment entgegennehmen. Es macht keinen Spaß, wenn man sich keine Mühe geben muss. Aber mir fiel nichts anderes ein. Worüber glaubte sie, mit mir reden zu müssen? Sie hatte mich bereits erbarmungslos ausgequetscht, nachdem sie als erste am Schauplatz angetroffen war. Wir hatten neben meinem schauderhaft verbeuten Wagen gestanden und den Sonnenaufgang betrachtet. Sie hatte über den Damm geblickt und mich siebenmal gefragt, ob ich den Fahrer des Transporters gesehen hatte, jedes Mal in einem leicht veränderten Tonfall, wobei sie zwischen den Fragen die Stirn runzelte. Sie hatte mich fünfmal gefragt, ob ich sicher wäre, dass es ein Kühltransporter gewesen war, aber ich bin überzeugt, dass es sich dabei um Raffinesse ihrerseits gehandelt hatte. Sie wollte mich noch viel mehr befragen, hielt sich aber zurück, weil das zu offensichtlich gewesen wäre. Einmal vergaß sie sich sogar und sprach Spanisch. Ich versicherte ihr, ich wäre seguro, und sie hatte mich angesehen und mich am Arm berührt, aber sie fragte nicht noch einmal. Und dreimal hatte sie das Gefälle der Brücke betrachtet, den Kopf geschüttelt und leise Puta geflucht. Das bezog sich eindeutig auf Officer Puta, meine liebe Schwester Deborah. Angesichts eines realen Kühltransporters, wie Deborah ihn vorhergesagt hatte, war eine erhebliche Menge Arbeit notwendig, um den ins Schleudern geratenen Fall wieder unter Kontrolle zu bringen, und an der Art, wie La Guerta an ihrer Unterlippe nagte, konnte ich erkennen, dass sie sich bereits intensiv mit diesem Problem beschäftigte. Ich war überzeugt, dass ihr Ergebnis für Depp sehr unangenehm sein würde. Das konnte sie schließlich am besten. Aber in der Zwischenzeit hoffte ich auf einen bescheidenen Anstieg der Aktien meiner Schwester. Natürlich nicht bei La Guerta, aber man konnte darauf hoffen, dass andere vielleicht bemerkten, wie ihr brillantes Stück Detektivarbeit aufgegangen war. Seltsamerweise fragte La Guerta mich nicht, warum ich zu dieser späten Stunde noch in der Gegend herumgefahren war. Selbstverständlich bin ich kein Detective, aber mir schien das eine äußerst offensichtliche Frage zu sein. Vielleicht wäre es unhöflich zu bemerken, dass diese Art etwas zu übersehen typisch für sie war, aber so war es nun einmal. Sie fragte einfach nicht. Und anscheinend gab es mittlerweile mehr, worüber wir reden mussten. Also folgte ich zu ihrem Wagen, einem zwei Jahre alten hellblauen Chevrolet, den sie im Dienst benutzte. In ihrer Freizeit fuhr sie einen kleinen BMW, von dem niemand etwas wissen sollte. »Steigen Sie ein«, sagte sie, und ich kletterte auf den sauberen blauen Vordersitz. La Guerta fuhr schnell, schlängelte sich durch den Verkehr und innerhalb weniger Minuten waren wir über den Causeway wieder auf der Miami-Seite, über den Biscayne und nur noch ungefähr eine halbe Meile vom 195 entfernt. Sie bog auf die Schnellstraße ab und schlängelte sich mit einer Geschwindigkeit durch den Verkehr Richtung Norden, die selbst für Miami ein wenig hoch schien. Bald schon erreichten wir die Abfahrt ins Inland nach Sunrise. Sie musterte mich dreimal aus den Augenwinkeln, bevor sie endlich sprach. »Das ist ein sehr hübsches Hemd«, meinte sie. Ich schaute an meinem hübschen Hemd hinunter. Ich hatte es übergeworfen, als ich aus meinem Apartment gerast war, und sah es nun zum ersten Mal. Ein Hawaii-Hemd aus Polyester, bedruckt mit leuchtend roten Drachen. Ich hatte es den Tag über bei der Arbeit getragen, und es war eine Spur überreif, aber doch, ja, es sah noch sauber aus. Irgendwie hübsch, natürlich, aber trotzdem. Machte La Guerta Smalltalk, damit ich mich genug entspannte, um mir verräterische Bemerkungen entschlüpfen zu lassen? Hegte sie den Verdacht, ich wüsste mehr, als ich zugab, und glaubte sie, mich dazu bringen zu können, in meiner Wachsamkeit nachzulassen und etwas zu sagen? »Sie tragen immer so hübsche Kleidung, Dexter«, sagte sie. Sie sah mit einem breiten, dümmlichen Lächeln zu mir herüber, ohne zu bemerken, dass sie drauf und dran war, mit ihrem Auto einen Tanklaster zu rammen. Sie wandte gerade noch rechtzeitig den Blick nach vorn, drehte das Lenkrad mit einem Finger, und wir glitten um den Tank herum und weiter westwärts auf der Seventy-Five. Ich dachte über die hübsche Kleidung nach, die ich immer trug. Ich lege großen Wert darauf, das bestgekleidete Ungeheuer von Date County zu sein. Ja, natürlich, er hat Mr. Dewart in Stücke gehackt, aber er war immer so gut angezogen, die richtige Kleidung für alle Anlässe. Apropos, was trägt man eigentlich zu einer Enthauptung in den frühen Morgenstunden? Selbstverständlich ein bereits einen Tag getragenes Hawaii-Hemd und Baumwollhosen. Ich ging mit der Mode. Aber abgesehen von der hastigen Kostümierung dieses Morgens kleidete ich mich sehr sorgfältig. Es war eine von Harrys Lektionen. Sei ordentlich, zieh dich nett an, vermeide Aufmerksamkeit. Aber warum sollte eine taktisch denkende Mordermittlerin das bemerken oder sich darum kümmern? Es war ja nicht so, als ob oder doch. Mir ging ein Licht auf. Etwas in dem seltsamen Lächeln, das über ihr Gesicht flackerte und wieder erlosch, verriet mir die Antwort. Es war lächerlich. Aber was sonst sollte es sein? La Guerta war nicht darauf aus, mich zu überrumpeln und mir weitere penetrante Fragen über das zu stellen, was ich gesehen hatte. Und in Wahrheit scherten meine Hockeykenntnisse sie einen feuchten Dreck. La Guerta war gesellig. Sie mochte mich. Hier saß ich, erholte mich noch immer von meinem grauenhaften Schock wegen meines bizarren, unkontrollierten, sabbernden Übergriffs auf Rita. Und jetzt das? La Guerta mochte mich? Hatten Terroristen etwas in die Wasserreservoirs von Miami geworfen? Verströmte ich den Geruch befremdlicher Pheromone? Hatten sämtliche Frauen Miamis plötzlich bemerkt, wie hoffnungslos alle Männer waren und hatte ich nun wegen Ausschluss der Konkurrenz gewonnen? Allen Ernstes, was ging hier vor? Selbstverständlich konnte ich mich irren. Ich verbiß mich in diese Vorstellung wie ein Barracuda in einen glänzenden Silberlöffel. Was für eine kolossale Ich-Bezogenheit bewies nur die Annahme, dass eine hochglanzlackierte, niveauvolle, karriereorientierte Frau wie La Guerta an mir interessiert sein könnte, war es nicht wesentlich wahrscheinlicher, dass das was? So unangenehm die Vorstellung auch war, sie ergab einen Sinn. Wir arbeiteten in derselben Branche und deshalb war es wahrscheinlich, dass wir einander verstanden und vergaben, wie es die allgemeine Polizistenweisheit verkündet. Unsere Beziehung würde ihre Kopparbeitszeiten und ihren anstrengenden Lebensstil verkraften und auch wenn ich mir nichts darauf einbilde, bin ich doch durchaus vorzeigbar. Ich kann mich sehen lassen, wie wir Einheimischen sagen. Und ich gab mir seit mehreren Jahren viel Mühe, sie mit meinem Charme zu bezaubern. Es war eine rein diplomatische Schleimerei gewesen, aber das musste sie ja nicht wissen. Ich konnte außerordentlich gut bezaubern, eine meiner wenigen Eitelkeiten. Ich hatte lange gelernt und viel geübt, und wenn ich mir Mühe gab, konnte niemand unterscheiden, ob es real war oder nicht. Ich war wirklich gut darin, meinen Charme wie Samenkörner in alle Richtungen zu versprühen. Vielleicht war es natürlich, dass der eine oder andere dieser Samen zu keimen begann. Aber mit diesem Ergebnis? Was jetzt? Würde sie mir ein gemeinsames Dinner an einem der nächsten Abende vorschlagen? Oder ein paar Stunden süßen Schweißvergießens im Motel El Cachique? Glücklicherweise erreichten wir die Arena, bevor Panik mich völlig überwältigte. La Guerta kreiste auf der Suche nach dem richtigen Eingang einmal um das Gebäude. Er war nicht schwer zu finden, eine Anzahl Polizeiwagen stand kreuz und quer geparkt vor einer Reihe von Doppeltüren. Sie stellte ihr großes Auto dazu. Ich sprang rasch heraus, bevor sie mir die Hand aufs Knie legen konnte. Sie stieg aus und sah mich einen Moment lang an. Ihr Mund zuckte. Ich schaue mich mal um, sagte ich. Ich rannte nicht direkt in die Arena, ich flüchtete vor La Guerta, stimmt. Aber ich wollte auch unbedingt hinein, um zu sehen, was mein verspielter Freund angerichtet hatte, um mich seinem Werk zu nähern, um seine Wunder zu bestaunen, um zu lernen. Das Innere halte von diesem organisierten Irrsinn wieder, der für einen Tatort so typisch ist. Und doch schien mir, als vibrierte die Luft von einer besonderen Elektrizität, einem angedeuteten Gefühl von Aufregung und Spannung, das ich bei einem gewöhnlichen Mord nicht fand. Eine Ahnung, dass dieser hier irgendwie anders war, dass neue, wundersame Dinger geschehen mochten, weil wir hier draußen auf des Messers Schneide standen. Aber vielleicht ging es nur mir so. Eine Gruppe von Leuten ballte sich um das nähergelegene Tor. Einige von ihnen trugen Brovert-Uniformen. Sie standen mit verschränkten Armen dort und beobachteten, wie Captain Matthews mit einem anderen Mann im Maßanzug über die Zuständigkeit diskutierte. Als ich näher kam, fiel mir die unnatürliche Haltung von Angel keine Verwandtschaft auf. Er stand über einem knienden Mann mit schütterem Haar, der in dem Stapel sorgfältig eingewickelter Päckchen herumstocherte. Ich blieb auf der Galerie stehen, um durch das Glas zu spähen. Dort war es, nur drei Meter von mir entfernt. Es sah in der kalten Klarheit der soeben von der Samboni geglätteten Eisfläche einfach vollkommen aus. Jeder Juwelier würde ihnen versichern, dass die richtige Umgebung absolut lebenswichtig ist, und dies, dies war atemberaubend. Einfach vollkommen. Ich war nur ein wenig benommen, fragte mich, ob die Galerie mein Gewicht tragen würde, als könnte ich wie ein Nebelstreif durch das harte Holz nach unten gleiten. Selbst von der Galerie aus wusste ich Bescheid. Er hatte sich die Zeit genommen, hatte es richtig gemacht, obwohl es auf dem Korsweh so gewirkt hatte, als wäre er nur knapp entkommen. Oder hatte er irgendwie gewusst, dass ich ihm nichts Böses wollte? Und wo ich das Thema sowieso schon zur Sprache bringe, wollte ich ihm wirklich nichts Böses? Wollte ich ihn wirklich in seinen Bau verfolgen und zur Sache kommen, einzig begierig, Deborahs Karriere zu beschleunigen? Selbstverständlich glaube ich, dass ich das tun wollte, aber war ich auch stark genug, es durchzuziehen, falls sich die Sache weiterhin so interessant gestaltete? Hier standen wir auf der Eisfläche, an der ich schon so viele vergnügliche und kontemplative Stunden verbracht hatte. War das nicht ein weiterer Beweis dafür, dass dieser Künstler, Entschuldigung, ich meine natürlich Killer, sich auf einer Bahn parallel zu meiner bewegte? Man sehe sich nur das reizende Werk an, das er hier vollbracht hatte. Und der Kopf? Das war der Schlüssel. Er war mit Sicherheit zu wichtig für das, was er tat, um einfach fortgeworfen zu werden. Hatte er ihn geworfen, um mir Angst einzujagen, damit ich mich vor lauter Grauen, Schrecken und Furcht in Krämpfen wand, oder hatte er irgendwie gespürt, dass ich genauso empfand wie er? Spürte er vielleicht auch diese Verbindung zwischen uns, oder war es einfach aus einer Laune herausgeschehen? Neckte er mich? Er musste gewichtige Gründe dafür haben, mir diese Trophäe zu hinterlassen. Mich durchströmten so mächtige, betäubende Gefühle. Wie konnte er da nichts empfinden? La Guerta tauchte neben mir auf. Sie haben es ja so eilig, sagte sie mit leichtem Vorwurf in der Stimme. Haben Sie Angst, Sie könnten ihnen fortlaufen? Sie wies mit dem Kopf auf die Leichenteile. Ich wußte, irgendwo in meinem Innern verbarg sich eine schlagfertige Antwort, die sie zum Lächeln bringen, ihr noch ein wenig mehr schmeicheln, mein unbeholfenes Fliehen vor ihrer Umklammerung ausbügeln würde. Aber wie ich dort so am Geländer stand und auf die Leiche auf dem Eis im Netz des Tores starrte, in Gegenwart der Größe, könnte man sagen, brachte ich nichts heraus. Ich schaffte es gerade noch, sie nicht anzubrillen, sie solle die Klappe halten, aber ich war kurz davor. Ich mußte es sehen, sagte ich ehrlich und erholte mich dann weit genug, um hinzuzufügen, es ist das Tor der Heimmannschaft. Sie versetzte mir einen spielerischen Klaps auf den Arm. Sie seien schrecklich, sagte sie. Glücklicherweise kam Sergeant Dux zu uns herüber, und ihr blieb keine Zeit für ein mädchenhaftes Glucksen, was mehr gewesen wäre, als ich hätte ertragen können. Wie immer schien Dux mehr als an allem anderen an dem besten Griff interessiert zu sein, mit dem er mich packen und aufschlitzen konnte, und er bedachte mich mit einem so glühenden und durchdringenden Willkommensblick, dass ich mich rasch verdrückte und ihn La Guerta überließ. Er starrte mir mit einem Ausdruck hinterher, als glaubte er, ich müsse wegen irgendwas schuldig sein, und als wollte er sehr gern meine Eingeweide näher betrachten, um herauszufinden, was es war. Ich bin sicher, dass er in einem Land, in dem es der Polizei gestattet war, gelegentlich einen Oberschenkel oder ein Schienbein zu brechen, viel glücklicher gewesen wäre. Ich machte mich davon und umkreiste auf der Suche nach einem Zutritt die Eisbahn. Ich hatte ihn gerade entdeckt, als ich mir jemand im toten Winkel näherte und mir hart gegen den Brustkorb schlug. Ich richtete mich auf, um meinen Attentäter mit Bluterguss und angestrengtem Lächeln zu begegnen. »Hallo, Schwesterherz«, grüßte ich. »Wie schön, ein freundliches Gesicht zu sehen.« »Bastard«, zischte sie mich an. »Ziemlich wahrscheinlich«, erwiderte ich. »Aber warum kommst du gerade jetzt darauf zu sprechen?« »Weil du, elender Hurensohn, eine Spur hattest und mich nicht angerufen hast.« »Eine Spur?« Ich stotterte beinahe. »Wieso nimmst du an?« »Lass den Blödsinn, Dexter«, knurrte Deborah. »Du bist nicht morgens um vier herumgefahren, um Nutten aufzugrabeln. Du wusstest, wo er war, verdammt noch mal.« Mir ging ein Licht auf. Ich war so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt gewesen, angefangen bei meinem Traum und der Tatsache, dass er offensichtlich mehr als das gewesen war, und in der Folge mit meiner albtraumhaften Begegnung mit La Guerta, dass mir nicht aufgefallen war, wie sehr ich Deborah Unrecht getan hatte. Ich hatte nicht geteilt. Natürlich war sie wütend. »Keine Spur, Depp«, sagte ich in dem Versuch, ihre Gefühle ein wenig zu besänftigen. »Nichts so Solides, nur ein Gefühl, ein Gedanke. Es war wirklich nichts.« Sie schubste mich wieder. »Aber da war etwas«, knurrte sie. »Du hast ihn gefunden?« »Da bin ich mir gar nicht so sicher«, sagte ich. »Ich glaube, er, er hat mich gefunden.« »Hör auf, so oberschlau zu tun«, sagte sie, und ich spreizte meine Hände, um ihr zu zeigen, wie unmöglich das war. »Du hast es versprochen, verdammt!« Ich konnte mich an kein Versprechen erinnern, das beinhaltete, sie mitten in der Nacht anzurufen und ihr von meinen Träumen zu berichten, aber das schien keine besonders höfliche Antwort zu sein. Deshalb sagte ich es nicht. »Es tut mir leid, Depp«, entschuldigte ich mich stattdessen. »Ich habe wirklich nicht angenommen, dass etwas dabei herauskommen würde. Es war nur eine, eine Ahnung, ehrlich. Ich würde mit Sicherheit nicht versuchen, irgendjemandem die parapsychologischen Umstände zu erklären, nicht einmal Depp. Oder vielleicht gerade ihr nicht. Aber mir kam ein anderer Gedanke. Ich senkte die Stimme. »Vielleicht könntest du mir helfen.« »Was soll ich sagen, falls sie sich jemals entschließen sollten, mich zu fragen, warum ich um vier Uhr morgens dort herumgefahren bin?« »Hat LaGuerda dich schon vernommen?« »Bis zur Erschöpfung«, sagte ich und erdrückte ein Schaudern. Depp zog ein angewidertes Gesicht. Und sie hat nicht gefragt. Es war eine Feststellung. »Ich bin sicher, dass dem Detektiv ziemlich viel durch den Kopf geht«, sagte ich. »Dass ich anscheinend ein Teil davon war, erwähnte ich nicht. Aber früher oder später wird jemand fragen.« Ich sah hinüber, wo sie die Ermittlungen leitete. »Vermutlich Sergeant Doakes«, sagte ich mit echter Besorgnis. Sie nickte. »Er ist ein guter Kopf, wenn er nur sein Auftreten mal ändern könnte.« »Vielleicht ist sein Auftreten alles, was er hat«, meinte ich. »Aber aus irgendeinem Grund mag er mich nicht. Er wird sich nach allem erkundigen, von dem er annimmt, dass ich mich deswegen rühre.« »Dann sag ihm die Wahrheit«, erwiderte Deborah trocken. »Aber erst sagst du sie mir.« Und sie boxte mich wieder in dieselbe Stelle. »Bitte, Depp«, mahnte ich. »Du weißt doch, wie leicht ich blaue Flecken bekomme.« »Weiß ich nicht«, sagte sie. »Aber mir ist danach, es herauszufinden.« »Es wird nicht wieder vorkommen«, versprach ich. »Es war nur eine von diesen Eingebungen, die man morgens um drei hat. Was hättest du gesagt, wenn ich dich angerufen hätte und nichts dabei herausgekommen wäre?« »Aber so war es nicht. Es ist etwas dabei herausgekommen«, sagte sie und stieß mich wieder. »Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, und ich wäre mir blöd vorgekommen, dich damit hineinzuziehen. Stell dir vor, wie es mir gegangen wäre, wenn er dich getötet hätte«, sagte sie. Das überraschte mich. Ich konnte mir nicht im Geringsten vorstellen, was sie gefühlt hätte. Bedauern? Enttäuschung? Wut? Solche Dinge liegen mir völlig fern, fürchte ich. Deshalb wiederholte ich nur, »Es tut mir wirklich leid, Depp.« Und weil ich eine Frohnatur bin, die immer das Positive sieht, fügte ich hinzu. Aber immerhin war der Kühltransporter dort. Sie zwinkerte. »Der Transporter war dort?« »Oh, Depp«, sagte ich, »hat man dir das nicht gesagt?« Sie schlug mich noch härter, auf dieselbe Stelle. »Gottverdammt Dexter«, zischte sie, »was ist mit dem Laster?« »Er war dort, Depp«, erwiderte ich irgendwie verlegen, wegen ihrer unverhohlenen emotionalen Reaktion, und natürlich wegen der Tatsache, dass eine gutaussehende Frau mich zu Brei schlug. Er fuhr einen Kühltransporter, als er den Kopf warf. Sie packte mich bei den Armen und starrte mich an. »Du willst mich verarschen«, sagte sie schließlich. »Ich verarsch dich nicht! Großer Gott«, sagte sie und starrte ins Leere, wo sie zweifellos irgendwo über meinem Kopf ihre Beförderung schweben sah. Sie wollte vermutlich weitermachen, aber in diesem Moment hob Angel keine Verwandtschaft seine Stimme über das Getöse der Echos in der Arena. »Detektiv«, rief er und sah hinüber zu La Guerta. Es war ein seltsamer, unbewusster Klang, der halb erstickte Schrei eines Mannes, der in der Öffentlichkeit nie Lärm veranstaltete, und etwas darin brachte unvermittelt die ganze Halle zum Schweigen. Der Tonfall war halb erschrocken, halb triumphierend. »Ich habe etwas Wichtiges entdeckt, aber oh mein Gott!« Alle Blicke richteten sich auf Angel, und er wies mit dem Kopf auf den kauernden, glatzköpfigen Mann, der bedächtig und vorsichtig etwas aus dem obersten Päckchen entfernte. Endlich zog er das Ding heraus, fummelte herum und ließ es fallen, so dass es über das Eis schlitterte. Er griff danach, rutschte aus, glitt hinter dem hellglänzenden Ding aus der Verpackung her, bis sie an der Bande zum Halt kamen. Angel griff mit zitternden Händen danach, nahm es und hielt es hoch, damit wir alle es sehen konnten. Die plötzliche Stille im Gebäude war ehrfurchtgebietend, atemberaubend, schön, wie das überwältigende Tosen des Beifalls bei der Enthüllung eines Meisterwerks. Es war der Rückspiegel des Transporters. Kapitel 11 Das betäubende, atemberaubende Schweigen dauerte nur einen Moment. Dann nahm das Summen der Gespräche in der Arena eine neue Qualität an, während die Menschen die Hälse reckten, spekulierten, nach Erklärungen suchten. Ein Spiegel, was zum Teufel bedeutete das? Gute Frage. Obwohl mich dieses Ding geradezu aufwühlte, hatte ich nicht sofort eine Theorie über seine Bedeutung zur Hand. Große Kunst wirkt manchmal so. Sie berührt einen, aber man kann den Grund nicht nennen. War es tiefer Symbolismus? Eine rätselhafte Botschaft? Eine flehentliche Bitte um Hilfe und Verständnis? Unmöglich zu beurteilen und für mich auch nicht so wichtig. Ich wollte es nur in mich aufnehmen. Sollten sich doch die anderen Gedanken darüber machen, wie der Spiegel hierher gelangt war. Vielleicht war er einfach abgebrochen und er hatte beschlossen, ihn in den nächsten Müllbeutel zu werfen. Selbstverständlich unmöglich. Und trotzdem konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Der Spiegel war aus einem wichtigen Grund dort. Das waren für ihn keine Müllbeutel. Wie er jetzt mit seinem Eisflächenarrangement so elegant bewies, war die Präsentation ein wichtiger Teil dessen, was er tat. Er vernachlässigte keine Einzelheit. Und darum begann ich darüber nachzudenken, was der Spiegel bedeuten mochte. Ich musste annehmen, dass er ihn, ob nun improvisiert oder nicht, vollkommen bewusst zu den Leichenteilen gelegt hatte. Und des Weiteren stieg von irgendwo hinter meinen Lungen das intime Gefühl in mir auf, dass es sich um eine sehr sorgfältige private Botschaft handelte. Für mich? Wenn nicht für mich, für wen dann? Der Rest des Schauspiels verkündete der Welt lauthals, seht, was ich bin. Seht, was wir alle sind. Seht, was ich damit mache. Der Rückspiegel eines Lasters gehört nicht zu dieser Aussage. Das Zerteilen der Körper, das Ausbluten, es war notwendig und elegant. Aber der Spiegel? Ganz besonders, wenn sich herausstellte, dass er aus dem Transporter stammte, den ich verfolgt hatte. Das war etwas anderes. Elegant, ja. Aber was sagte er darüber aus, wie die Dinge in Wahrheit waren? Nichts. Er war aus einem anderen Grund hinzugefügt worden. Und dieser Grund musste eine neue, andere Aussage sein. Der Gedanke elektrisierte mich. Wenn er aus dem Transporter stammte, konnte er nur für mich gedacht sein. Aber was bedeutete er? Was zum Teufel soll das bedeuten? fragte Depp neben mir. Ein Spiegel, warum? Ich weiß es nicht, sagte ich. Ich spürte noch immer, wie seine Macht mich durchpulste. Aber ich wette mit dir um mein Abendessen in Joe's Stone Crabs, dass er aus dem Transporter stammt. Ich wette nicht, sagte sie. Aber das löst zumindest eine wichtige Frage. Ich schaute sie überrascht an. Konnte sie wirklich intuitiv einen Schluss gezogen haben, der mir entgangen war? Welche Frage, Schwester? Sie wies mit dem Kopf auf das Grüppchen hochrangiger Kops, die in einer Ecke der Eisfläche immer noch diskutierten. Die der Zuständigkeit. Der Fall gehört uns, komm. An der Oberfläche zeigte sich Detektiv LaGuerta von dem neuen Beweisstück nicht beeindruckt. Vielleicht verbarg sie unter der sorgfältig aufgebauten Fassade der Gleichgültigkeit eine tiefe, nagende Sorge wegen des Symbolismus des Spiegels und allem, was damit verbunden war. Entweder das, oder sie war wirklich so stumpf wie ein Sack Steine. Sie stand immer noch bei Dux. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass er beunruhigt wirkte, aber vielleicht war sein Gesicht von seinem permanenten gemeinen Glotzen auch nur ausgelaugt, und er versuchte etwas Neues. »Morgan«, grüßte LaGuerta meine Schwester, »bekleidet habe ich sie gar nicht erkannt.« »Ich schätze, es gibt eine Menge Offensichtliches, das einem entgehen kann, Detektiv«, erwiderte Deborah, bevor ich sie aufhalten konnte. »So ist es«, sagte LaGuerta. »Deshalb schaffen es einige von uns auch nie bis zum Detektiv.« Es war ein kompletter, müheloser Sieg, und LaGuerta wartete nicht einmal, ob der Schuss gesessen hatte. Sie wandte sich von Depp ab und sprach mit Dux. »Finden Sie heraus, wer Schlüssel für die Arena hat, wer hier nach Belieben ein- und ausgehen konnte.« »Ähm«, räusperte sich Dux, »soll ich alle Schlösser überprüfen, um zu sehen, ob eingebrochen wurde?« »Nein«, beschied ihn LaGuerta mit einem reizenden kleinen Stirnrunzeln. »Wir haben mittlerweile unsere Eisverbindung.« Sie warf Deborah einen Seitenblick zu. »Dieser Kühltransporter soll uns nur verwirren.« »Wieder zu Dux.« »Die Schäden am Gewebe müssen vom Eis stammen, von hier. Das ist die Verbindung des Killers zu diesem Ort.« Sie sah Deborah ein letztes Mal an. »Nicht der Transporter.« »Ähm«, räusperte sich Dux. »Er wirkte nicht überzeugt, aber er trug auch nicht die Verantwortung.« »LaGuerta« sah zu mir herüber. »Ich denke, Sie können nach Hause fahren, Dexter«, sagte sie. »Ich weiß, wo ich Sie finde, wenn ich Sie brauche.« Wenigstens zwinkerte sie nicht. Deborah brachte mich zu den großen Doppeltüren der Arena. »Wenn das so weitergeht, regle ich in einem Jahr den Verkehr an einer Kreuzung«, murrte sie. »Unsinn, Depp«, sagte ich. »Zwei Monate höchstens.« »Danke.« »Also wirklich. Du kannst sie doch nicht so öffentlich herausfordern. Hast du nicht gesehen, wie Sergeant Dux es macht? Sei doch um Himmels Willen mal ein bisschen subtil.« »Subtil«, sie blieb abrupt stehen und riß mich zu sich herum. »Hör zu, Dexter«, sagte sie, »das hier ist kein Spiel.« »Natürlich ist es das, Deborah. Ein taktisches Spiel, und du spielst es nicht richtig.« »Ich spiele überhaupt nicht«, knurrte sie. »Menschenleben stehen auf dem Spiel. Ein schlechter läuft frei herum, und er wird weiter frei herumlaufen, solange diese minderbemittelte LaGuerta die Sache leitet.« Ich kämpfte einen Anflug von Hoffnung nieder. »Das mag sein.« »Es ist so«, beharrte Depp. »Aber du wirst nichts daran ändern, wenn du dich zur Verkehrspolizei von Coconut Grove ins Exil buxierst.« »Nein«, sagte sie, »aber ich kann es ändern, indem ich den Mörder finde.« »Gut.« »Das war's. Einige Menschen haben keine Ahnung davon, wie das Leben funktioniert. Auf anderen Gebieten war sie eine kluge Frau, wirklich, das war sie. Sie hatte einfach Harrys erdverbundene Direktheit geerbt, seine geradlinige Art, mit Dingen umzugehen, ohne gleichzeitig etwas von seiner Weisheit mitzubekommen. Für Harry war Barscheid ein Mittel, fäkale Sachverhalte aufzuklären. Für Deborah war sie ein Weg, so zu tun, als ob es diese nicht gäbe.« Einer der Streifenwagen draußen vor der Arena brachte mich zu meinem Auto zurück. Ich fuhr nach Hause, wobei ich mir vorstellte, ich hätte den Kopf behalten, ihn sorgfältig in Küchenpapier eingewickelt und auf den Rücksitz gelegt, um ihn mit in mein trautes Heim zu nehmen. Schrecklich und dumm, ich weiß. Zum ersten Mal verstand ich diese elenden Menschen, meist Necrophile, die mit Damenschuhen schmusten oder schmutzige Unterwäsche mit sich herumtrugen. Ein ekliges Gefühl, das in mir ein fast ebenso starkes Verlangen nach einer Dusche auslöste, wie es mich verlangte, den Kopf zu streicheln. Aber ich hatte ihn nicht. Mir blieb nur, nach Hause zu fahren. Ich fuhr langsam, ein paar Stundenkilometer unterhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. In Miami ist das so, als trüge man ein Trittmich-Schild auf dem Rücken. Natürlich trat mich niemand wirklich, dafür hätten sie ja bremsen müssen. Aber ich wurde siebenmal angehubt, achtmal abgedrängt und fünf Autos preschten einfach um mich herum, entweder auf dem Bürgersteig oder durch den Gegenverkehr. Aber heute konnte mich nicht einmal der energische Elan der anderen Fahrer aufheitern. Ich war todmüde und ratlos, und ich musste nachdenken, jenseits des Getoses der Arena und des geistlosen Gesabbels von La Guerta. Langsam zu fahren, verschaffte mir Zeit zum Grübeln, die Bedeutung dessen, was geschehen war, zu überdenken. Und ich stellte fest, dass eine dumme Bemerkung in meinem Kopf herumspukte, wo sie den Kalk und die Gerinnsel aus meinem erschöpften Gehirn sprengte. Sie machte sich selbstständig, und ohne jeden Sinn wurde sie zu einer Art verführerischem Mantra. Sie wurde zum Schlüssel des Nachdenkens über den Killer, über den Kopf, der auf die Straße gerollt war, den Rückspiegel, der unter den wunderbar trockenen Leichenteilen verborgen war. Wenn ich es gewesen wäre. Wie in »Wenn ich es gewesen wäre, was hätte ich mit dem Spiegel ausdrücken wollen?« Und die Frage »Wenn ich es gewesen wäre, was hätte ich mit dem Transporter gemacht?« Selbstverständlich war ich es nicht, und diese Art von Neid ist nicht gut für die Seele. Aber da ich meines Wissens keine hatte, war das auch egal. Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich den Transporter in ein Versteck unweit der Arena gefahren, und dann hätte ich mich sehr schnell aus dem Staube gemacht. In einem nicht registrierten Wagen, einem gestohlenen, das hing davon ab. Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich von vornherein geplant, die Leichenteile in der Arena zu arrangieren, oder wäre das eine Reaktion auf die Jagd über den Causeway gewesen. Aber das ergab keinen Sinn. Er konnte sich nicht darauf verlassen, dass ihn jemand nach North Bay Village verfolgte, oder? Aber warum hatte er den Kopf dann wurfbereit neben sich liegen? Und warum dann den Rest in die Arena bringen? Es schien eine seltsame Wahl. Ja, es gab dort eine Menge Eis, und die Kälte war auch nicht schlecht. Aber die weite, klirrende Fläche war meiner Art intimer Begegnung wirklich nicht angemessen, wenn ich es gewesen wäre. Dort herrschte eine schreckliche Weite, die wirklicher Kreativität absolut nicht förderlich war. Ein Besuch war lustig, aber das Atelier eines Künstlers war es nicht. Ein Ablade, aber kein Arbeitsplatz. Sie hatte einfach nicht die richtige Atmosphäre. Vorausgesetzt, ich wäre es gewesen. Die Arena bedeutete einen kühnen Vorstoß in unerforschtes Gelände. Die Polizei würde der Schlag treffen, und er würde sie vermutlich in die Irre führen, falls sie jemals herausfanden, dass es eine Spur gab, der sie folgen konnten, was äußerst unwahrscheinlich schien. Um dem Ganzen mit dem Spiegel die Krone aufzusetzen, wenn ich Recht hatte mit meinen Motiven für die Auswahl der Arena, dann würde der Spiegel dies selbstverständlich reflektieren. Er wäre ein Kommentar zu dem, was eben passiert war, zu dem Zurücklassen des Kopfes. Er wäre eine Aussage, in der alle Fäden zusammenliefen, säuberlich verpackt wie die aufgestapelten Leichenteile, der elegante Federstrich unter ein großes Werk. Wie lautete denn nun die Aussage, wenn ich es gewesen wäre? Ich sehe dich. Genau. Selbstverständlich. Obwohl es ziemlich offensichtlich war. Ich sehe dich. Ich weiß, dass du hinter mir her bist, und ich beobachte dich. Aber ich bin dir auch weit voraus, kontrolliere deinen Kurs, lege deine Geschwindigkeit fest und beobachte, wie du mir folgst. Ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist und wo du bist, und alles, was du von mir weißt, ist, dass ich dich beobachte. Ich sehe dich. Das fühlt sich richtig an. Warum ging es mir da nicht besser? Wie viel davon sollte ich außerdem der armen, lieben Deborah erzählen? Das Ganze wurde so intensiv persönlich, dass es ein steter Kampf war, sich daran zu erinnern, dass es auch eine öffentliche Seite gab, eine Seite, die für meine Schwester und ihre Karriere wichtig war. Ich konnte ihr nicht, und ebenso wenig jemand anderem, von meiner Überzeugung erzählen, dass der Killer versuchte, mir etwas zu vermitteln, wenn ich gewitzt genug war, es zu hören und zu reagieren. Aber der Rest? Gab es etwas, das ich ihr erzählen mußte? Und wollte ich das eigentlich? Es war zu viel. Ich brauchte Schlaf, bevor ich mich damit befassen konnte. Ich wimmerte nicht gerade, als ich in mein Bett kroch, aber es fehlte nicht viel. Ich ließ mich rasch vom Schlaf übermannen, ließ mich in die Dunkelheit fallen, und ich bekam tatsächlich volle zweieinhalb Stunden Schlaf, bevor das Telefon klingelte. Ich bin's, sagte die Stimme am anderen Ende. Selbstverständlich bist du das, sagte ich. Deborah, nicht wahr? Und natürlich war sie es. Ich habe den Kühltransporter gefunden. Nun, herzlichen Glückwunsch, das ist eine gute Nachricht. Am anderen Ende herrschte Schweigen. Depp? fragte ich schließlich. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Nein, antwortete sie. Oh. Ich spürte, wie das Schlafbedürfnis in meinem Schädel pochte, wie ein Teppichklopfer auf einem Gebetsteppich, aber ich versuchte, mich zu konzentrieren. Ähm, Depp, was hast du? Was ist passiert? Ich habe das Spiel gewonnen, sagte sie. Alles vollkommen abgesichert. Fotos und Fahrgestellnummern, alles. Dann habe ich La Guerta wie eine gute Pfadfinderin Bericht erstattet. Und sie hat er nicht geglaubt? fragte ich unglaublich. Vermutlich hat sie das. Ich versuchte zu zwinkern, aber meine Augen wollten weiter zukleben, deshalb gab ich auf. Es tut mir leid, Depp, einer von uns redet Unsinn. Ich oder du? Ich habe versucht, es ihr zu erzählen, sagte Depp mit sehr leiser, sehr erschöpfter Stimme, die mir das furchtbare Gefühl gab, ohne Schöpfeimer unter den Wellen zu versinken. Ich habe nichts ausgelassen, ich war sogar höflich. Das ist sehr gut, lobte ich. Was hat sie gesagt? Nichts, erwiderte Depp. Überhaupt nichts? Überhaupt nichts, wiederholte Depp. Außer einer Art Danke, wie man es dem Typen hinwirft, der den Wagen einparkt, und dann hat sie mich komisch angelächelt und sich abgewendet. Ja, aber Depp, sagte ich, du kannst von ihr wirklich nicht erwarten, dass... Und dann habe ich herausgefunden, warum sie so gelächelt hat, fuhr Depp fort. Als wäre ich eine ungewaschene Halbblöde und sie hätte endlich herausgefunden, wo man mich einbuchten könnte. Oh nein, stöhnte ich. Willst du damit sagen, du bist raus aus dem Fall? Wir sind alle raus aus dem Fall, Dexter, sagte Depp so müde, wie ich mich fühlte. La Guerta hat eine Verhaftung vorgenommen. Mit einem Mal herrschte viel zu viel Schweigen in der Leitung. Ich konnte plötzlich nicht mehr denken, aber wenigstens war ich jetzt hellwach. Was? sagte ich. La Guerta hat jemanden verhaftet. Einen Typ, der in der Arena arbeitet. Sie hat ihn in Gewahrsam und ist vollkommen überzeugt, dass er der Killer ist. Das ist nicht möglich, wehrte ich mich, obwohl ich wusste, dass es durchaus möglich war bei dieser hirntoten Hure. La Guerta, nicht Depp. Ich weiß, Dexter, aber sag das mal La Guerta. Sie ist sicher, den richtigen erwischt zu haben. Wie sicher? fragte ich. Mein Kopf drehte sich und mir war ein wenig übel. Ich konnte wirklich nicht sagen, warum. Depp schnaubte. In einer Stunde gibt sie eine Pressekonferenz, sagte sie. Was sie betrifft, ist er es definitiv. Das Hämmern in meinem Schädel wurde zu laut, um Depps nächste Worte zu verstehen. La Guerta hatte eine Verhaftung vorgenommen? Wen? Wen konnte sie nur festgenagelt haben? Konnte sie wirklich alle Anhaltspunkte, den Geruch, das Gefühl, den Geschmack dieser Morde ignoriert und jemanden verhaftet haben? Niemand, der diese Morde begangen hatte, noch beging, würde einer Null wie La Guerta gestatten, ihn zu fassen. Niemals. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Nein, Deborah, sagte ich. Nein, unmöglich, sie hat den falschen Mann. Deborah lachte. Ein müdes mir stets bis hier Kopf lachen. Klar, sagte sie. Ich weiß das, du weißt das, aber sie weiß es nicht. Und soll ich dir mal was komisches verraten? Er weiß es auch nicht. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Was willst du damit sagen, Deborah? Wer weiß es nicht? Sie lachte wieder dieses schreckliche, leise Lachen. Der Typ, den sie verhaftet hat. Ich schätze, er ist fast so durcheinander wie La Guerta, Decks. Er hat nämlich gestanden. Was? Er hat gestanden, Dexter. Der Bastard hat gestanden. Kapitel 12 Sein Name war Daryl Earl McHale. Und er war, was wir gerne einen doppelten Verlierer nannten. Von den letzten zwanzig Jahren hatte er zwölf als Gast des Staates Florida verbracht. Der teure Sergeant Doakes hatte seinen Namen aus den Personalakten der Arena ausgegraben, bei einem Computerdurchlauf nach Angestellten, die wegen Gewalttätigkeit oder anderen schweren Vergehen vorbestraft waren, war McHales Name gleich zweimal aufgetaucht. Daryl Earl war ein Trinker, und er schlug seine Frau. Anscheinend überfiel er, nur wegen des Unterhaltungswerts, auch Tankstellen. Man konnte darauf vertrauen, dass er einen Aushilfsjob ein oder zwei Monate hielt, aber irgendeines schönen Freitagabends spülte er dann ein paar Sechserpacks hinunter und begann sich für den Zorn Gottes zu halten. Dann fuhr er herum, bis er eine Tankstelle fand, die ihn hinaus warf. Seine Antwort bestand darin, seine Waffe zu schwenken, das Geld abzukassieren und davonzufahren. Mit der imposanten Beute von achtzig oder neunzig Dollar kaufte er sich noch mehr Bier, bis er so gut draufkam, dass er einfach jemanden zusammenschlagen musste. Daryl Earl war kein großer Mann, knapp eins achtundsechzig und knochig. Da er die Gefahr scheute, handelte es sich bei dem jemand gewöhnlich um seine Frau. Wie die Dinge lagen, war er einige Male damit durchgekommen. Aber eines Abends ging er ein bisschen zu weit und verpasste seiner Frau einen Monat Streckverband. Sie zeigte ihn an, und Daryl Earl, der bereits einschlägig vorbestraft war, mußte längere Zeit absitzen. Er trank immer noch, aber offensichtlich hatten ihn die Schrecken von Rayford ein wenig zur Vernunft gebracht. Er hatte eine Stelle als Wächter bei der Arena gefunden und bis heute behalten. Soweit wir das beurteilen konnten, hat er seine Frau seit Ewigkeiten nicht mehr geschlagen. Mehr noch, unser Goldjunge hatte wenige Augenblicke des Ruhms erlebt, als die Panthers die Ausscheidungsrunde um den Stanley Cup erreichten. Es gehörte zu seinem Job, auf das Eis zu laufen und die Gegenstände zu entfernen, die Fans während des Spiels auf die Fläche warfen. In jenem Stanley Cup Jahr war das eine schwere Arbeit gewesen, da jedes Mal, wenn die Panthers ein Tor schossen, die Fans drei oder viertausend Plastikratten aufs Eis geworfen hatten. Daryl Earl mußte hinausgleiten und sie aufsammeln. Ein langweiliger Job, keine Frage. Und so hatte er eines Abends, ermutigt von ein paar Schlückchen Wodka, eine der Ratten genommen und so etwas wie einen kleinen Rattentanz aufgeführt. Die Menge schluckte es und brüllte nach mehr. Sie begann danach zu rufen, sobald Daryl Earl auf das Eis glitt. Daryl Earl hatte den Rest der Saison getanzt. Heutzutage waren Plastikratten verboten. Selbst wenn die Gesetze des Bundesstaates es vorgeschrieben hätten, wären sie nicht mehr geworfen worden. Das letzte Tor der Panthers war in jenen Tagen gefallen, da Miami noch einen ehrlichen Bürgermeister hatte, irgendwann im letzten Jahrhundert. Aber McHale ließ sich in der Hoffnung auf einen Stepptanz vor laufender Kamera nach wie vor bei den Spielen sehen. Diesen Teil handhabte La Guerta während der Pressekonferenz ganz großartig. Sie stellte es so dar, als hätte die Erinnerung an seinen kurzen Ruhm Daryl in den Wahnsinn zum Mord getrieben. Und selbstverständlich war er dank seines Alkoholismus und seiner Vorstrafen wegen Gewalt gegen Frauen der perfekte Verdächtige für diese brutalen, dumpfen Serienmorde. Aber Miamis Nutten könnten wieder ruhig schlafen, das Morden sei vorüber. Unter dem überwältigenden Druck einer gründlichen, gnadenlosen Untersuchung habe Daryl Earl gestanden. Der Fall sei abgeschlossen. Zurück an die Arbeit, Mädels. Die Presse schluckte es. Man konnte ihr nicht wirklich einen Vorwurf daraus machen, nehme ich an. La Guerta leistete bei der Darstellung der von hochglanzlackiertem Wunschdenken eingefärbten spärlichen Fakten so meisterlicher Arbeit, dass fast jeder überzeugt gewesen wäre. Und natürlich muss man keinen Intelligenztest bestehen, um Reporter werden zu dürfen. Aber selbst unter solchen Umständen hoffe ich immer noch auf den schmalsten Lichtstreif und werde jedes Mal enttäuscht. Vielleicht habe ich als Kind zu viele Schwarz-Weiß-Filme gesehen. Ich glaubte nach wie vor, der zynische, weltmüde Trinker vom Großstadtblatt sollte eine unbequeme Frage stellen und die Ermittler zwingen, die Beweise noch einmal sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. Aber leider imitiert das Leben nicht immer die Kunst. Bei La Guertas Pressekonferenz wurde die Rolle Spencer Tracys von einer Reihe männlicher und weiblicher Models mit perfekten Frisuren und tropisch leichter Kleidung gespielt. Ihre bohrenden Fragen erschöpften sich in »Was haben Sie empfunden, als der Kopf entdeckt wurde?« »Können wir Fotos bekommen?« Ein einsamer Reporter, Nick so und so vom lokalen NBC-Ableger, fragte La Guerta, ob sie sicher sei, dass es sich bei McHale um den Killer handelte. Aber als sie erwiderte, die überwältigende Fülle der Beweise weise darauf hin, dass dies der Fall war und das Geständnis sei ohnehin eindeutig, gab er auf. Entweder gab er sich damit zufrieden oder die Wörter waren zu schwer für ihn. Und so war es denn. Der Fall war abgeschlossen, der Gerechtigkeit Genüge getan. Die mächtige Maschinerie des Verbrechensbekämpfungsapparates der Metropole Miami hatte einmal mehr über die dunklen Mächte triumphiert, die unsere kleine Stadt belagerten. Es war eine hinreißende Show. La Guerta überreichte ein paar wirklich bösartig aussehende Verbrecherfotos von Daryl Earle zusammen mit den Hochglanzaufnahmen von sich selbst, die sie während der Ermittlungen bei einem 250 Dollar die Stunde kostenden Modephotografen in South Beach zeigten. Es war eine wunderbar ironische Zusammenstellung, das Bild der Bedrohung und die tödliche Realität, so gegensätzlich. Denn wie brutal und derb Daryl auch immer wirkte, die wahre Bedrohung für die Gesellschaft war la Guerta. Sie hatte die Hunde zurückgepfiffen, das Zeta und Mordio beendet und die Leute zum Schlafen zurück in ein brennendes Haus geschickt. Erkannte ich als einziger, dass Daryl Earle McHale unmöglich der Killer sein konnte? Dass die Vorgehensweise einen Stil und Esprit verriet, den ein Betonkopf wie McHale nicht einmal erkennen konnte? Ich war nie einsamer gewesen als in meiner Bewunderung für das Werk des wahren Mörders. Mir schienen die Leichenteile ein Gesang, einer Rhapsodie blutleeren Wundes, die mein Herz wärmte und meine Adern mit berauschender Ehrfurcht erfüllte. Aber das stand natürlich nicht im Widerspruch zu meinem Eifer, den wahren Mörder zu fangen, den kalten und schamlosen Henker der Unschuldigen, der unbedingt der Gerechtigkeit übergeben werden musste. Stimmt's, Dexter? Stimmt's? Hallo? Ich saß in meinem Apartment, rieb mir die vom Schlaf verklebten Augen und dachte über die Show nach, die ich soeben gesehen hatte. Sie war so perfekt gewesen, wie eine Pressekonferenz ohne Gratisessen und Nackte nur sein konnte. La Guerta hatte offensichtlich jede Strippe gezogen, die sie jemals in die Hand bekommen hatte, um daraus die größte, spritzigste Pressekonferenz zu machen, die möglich war. Und vielleicht zum ersten Mal in ihrer Gucci-leckenden Karriere war La Guerta wirklich und wahrhaftig überzeugt, den richtigen Mann zu haben. Sie mußte es glauben. Eigentlich wirklich traurig. Dieses Mal war sie sicher, alles richtig gemacht zu haben. Sie fuhr nicht einfach taktische Manöver. Ihrer Überzeugung nach nahm sie die gebührende Anerkennung für saubere und übersichtliche Arbeit entgegen. Sie hatte das Verbrechen auf ihre Weise aufgeklärt, den bösen Buben geschnappt, das Morden beendet. Wohlverdienter Beifall für gut gemachte Arbeit. Was für eine reizende Überraschung sie erwartete, wenn die nächste Leiche auftauchte. Denn ich wußte, ohne den Schatten eines Zweifels, dass der Killer noch dort draußen lauerte. Er sah vermutlich die Pressekonferenz auf Channel 7, der Kanal der Wahl für Menschen mit einer Vorliebe für Blutbäder. Im Moment konnte er vor Lachen vermutlich keine Klinge halten, aber das würde sich geben. Und wenn das eintrat, würde sein Sinn für Humor ihn mit Sicherheit veranlassen, einen Kommentar zu der Situation abzugeben. Aus irgendeinem Grund erfüllte diese Vorstellung mich nicht mit Furcht und Abscheu und der grimmigen Entschlossenheit, diesen Verrückten aufzuhalten, bevor es zu spät war. Stattdessen spürte ich eine gewisse Vorfreude. Ich wußte, wie verkehrt das war. Aber das machte es noch schöner. Oh, ich wollte, dass der Killer aufgehalten, vor Gericht gebracht wurde. Ja, selbstverständlich, aber mußte es schon so bald sein? Auch stand noch ein kleiner Handel aus. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen sollte, den wahren Mörder aufzuhalten, wollte ich zumindest dafür sorgen, dass gleichzeitig etwas Positives dabei heraussprang. Und während ich noch darüber nachdachte, klingelte das Telefon. Ja, ich habe es gesehen, sagte ich in den Hörer. Meine Güte, antwortete Deborah am anderen Ende. Ich glaube, mir wird schlecht. Na ja, ich werde dir nicht die fiebernde Stirn kühlen, Schwester. Eine Menge Arbeit wartet. Meine Güte, wiederholte sie. Doch dann, was für Arbeit? Sag mal, fragte ich sie, bist du schlecht angeschrieben, Schwester? Ich bin müde, Dexter. Und ich bin noch nie in meinem Leben so stinkig gewesen. Sprich doch einfach Klartext. Ich frage, ob du dich in etwas befindest, was Dad immer die Hundehütte zu nennen pflegte. Ist dein Name im Department ein Schimpfwort? Wurde dein berufliches Ansehen in den Dreck gezogen, beschädigt, besudelt, runtergemacht, infrage gestellt? Abgesehen von La Guertas Dolch in meinem Rücken und der Einsteinsache? Mein berufliches Ansehen ist im Arsch, sagte sie mit größerer Verbitterung, als ich bei jemandem ihres Alters für möglich gehalten hätte. Gut. Es ist wichtig, dass du nichts mehr zu verlieren hast. Sie schnaubte. War mir ein Vergnügen. Ich stecke drin, Dexter. Wenn ich noch tiefer sinke, koche ich demnächst Kaffee in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Worauf willst du hinaus, Dex? Ich schloss die Augen und lehnte mich in meinem Sessel zurück. Du wirst vor dem Captain und der gesamten Abteilung zu Protokoll geben, dass du Daryl Earl für den falschen Mann hältst und überzeugt bist, dass sich ein weiterer Mord ereignen wird. Du wirst ein paar zwingende Gründe dafür anführen, die sich aus deinen eigenen Ermittlungen herleiten und dich für kurze Zeit zum gespötter Polizei von Miami machen. Das bin ich bereits, erwiderte sie. Das wird nicht weiter schwierig, aber gibt es irgendeinen Grund dafür? Ich schüttelte den Kopf. Manchmal konnte ich kaum glauben, wie naiv sie war. »Schwesterherz«, sagte ich, »du hältst Daryl Earl doch nicht wirklich für schuldig.« Sie antwortete nicht. Ich konnte sie atmen hören, und mir ging auf, wie müde sie sein musste, genauso müde wie ich, aber ohne den Energiestoß, den ich aus meinem Wissen recht zu haben bezog. »Deb?« »Der Typ hat gestanden, Dex«, sagte sie schließlich, und ich hörte die völlige Erschöpfung in ihrer Stimme. »Ich, ich habe mich auch vorher schon geirrt, selbst wenn, ich meine, er hat gestanden. Heißt das nicht, dass...« »Scheiße, vielleicht sollten wir aufgeben, Dex.« »Oh, ihr, die ihr schwachen Glaubens seid«, erwiderte ich, »sie hat den falschen Mann, Deborah, und du wirst jetzt die ganze Sache wieder aufrollen.« »Klar.« »Daryl Earl McHale ist unschuldig«, sagte ich. »Darin besteht nicht der geringste Zweifel.« »Selbst wenn du recht hättest, na und?« sagte sie. Jetzt war die Reihe an mir zu zwinkern und zu staunen. »Bitte?« »Gut. Sieh mal, wenn ich dieser Killer bin, dann begreife ich doch, dass ich jetzt vom Haken bin, oder? Seit der andere Mann verhaftet wurde, ist die Gefahr für mich vorüber. Warum höre ich nicht einfach auf, oder ziehe irgendwo anders hin und fange dort neu an?« »Unmöglich«, sagte ich. »Du begreifst nicht, wie dieser Typ tickt.« »Ja, logisch«, sagte sie. »Wie kommt's, dass du es weißt?« Ich zog es vor, das zu ignorieren. »Er wird hier vor Ort bleiben. Und er wird wieder morden. Er muss uns allen zeigen, was er von uns hält.« »Und das wäre?« »Nichts Gutes«, gab ich zu. »Mit der Verhaftung eines so offensichtlichen Blödmanns wie Daryl Earl haben wir etwas sehr Dummes getan. Das ist komisch.« »Ha, ha«, machte Depp humorlos. »Wir haben ihn beleidigt. Wir haben sein Werk diesem flachschädeligen, hirntoten Bauerntrampel zugeschrieben. Das ist, als sagte man Jackson Pollock, eine Sechsjährige könne genauso gut malen.« »Jackson Pollock, der Maler? Dexter, dieser Typ ist ein Schlechter.« »Debora.« »Auf seine Weise ist er ein Künstler. Und so sieht er sich auch.« »Um Himmels Willen, das ist das Dümmste.« »Vertrau mir, Depp.« »Sicher vertraue ich dir. Warum sollte ich dir nicht vertrauen? Dir zufolge haben wir einen verärgerten Künstler, der nirgendwo anders hinzieht. Richtig?« »Richtig«, bestätigt dich. »Er muss es wieder tun. Und es muss unter unserer Nase stattfinden. Und vermutlich wird es diesmal ein wenig größer ausfallen.« »Willst du damit sagen, dass er als nächstes eine dicke Hure umbringt?« »Größer in der Anlage, Deborah. Ein verbessertes Konzept. Spritziger.« »Oh, spritziger.« »Sicher.« »Wie mit einem Häcksler.« »Die Anforderungen sind gestiegen, Depp.« »Wir haben ihn gereizt und ein wenig gekränkt. Und der nächste Mord wird das widerspiegeln.« »Oho«, sagte sie. »Und wie wird das aussehen?« »Ich weiß es wirklich nicht,« gab ich zu. »Aber du bist dir sicher.« »Das ist richtig,« bestätigte ich. »Toll«, sagte sie. »Nun weiß ich, wonach ich Ausschau halten muss.« Kapitel 13. Ich wusste augenblicklich, dass etwas nicht stimmte, als ich am nächsten Tag nach der Arbeit durch meine Wohnungstür trat. Jemand war in meinem Apartment gewesen. Die Tür war nicht aufgebrochen, die Fenster waren nicht aufgestemmt und ich konnte keine Anzeichen von Vandalismus erkennen, aber ich wusste es. Nennen Sie es den sechsten Sinn oder wie Sie wollen, jemand war hier gewesen. Vielleicht roch ich die Pheromone, die der Eindringling in den Luftmolekülen zurückgelassen hatte. Oder die Aura meines verstellbaren Ohrensessels war gestört. Es spielte keine Rolle, warum ich Bescheid wusste. Ich wusste es. Jemand hatte sich in meinem Apartment aufgehalten, während ich bei der Arbeit gewesen war. Man könnte meinen, das wäre nicht so schlimm. Immerhin befanden wir uns in Miami. Täglich kamen Leute nach Hause und stellten fest, dass ihr Fernseher fehlte und ihr Schmuck und alle elektronischen Geräte gestohlen worden waren. Dass man ihre Privatsphäre zerstört, ihre Besitztümer durchwühlt hatte und ihr Hund schwanger war. Aber hier handelte es sich um etwas anderes. Während ich mir noch einen raschen Überblick verschaffte, war ich bereits sicher, dass nichts fehlen würde. Und ich behielt recht, nichts fehlte. Aber es war etwas hinzugekommen. Ich brauchte ein paar Minuten, um es zu finden. Ich vermute, es war ein durch meine Arbeit erzeugter Reflex, zunächst alle offensichtlichen Stellen zu prüfen. Wenn ein Einbrecher ihnen einen Besuch abstattet, ist es der natürliche Lauf der Dinge, dass ihre Sachen verschwinden. Spielzeuge, Wertsachen, private Erinnerungsstücke, die letzten Schokoladenkekse. Deshalb sah ich nach. Aber alle meine Besitztümer waren unberührt. Der PC, das Lautsprechersystem, Fernseher und Videorekorder, alles befand sich dort, wo ich es zurückgelassen hatte. Sogar meine erlesene kleine Sammlung von Reagenzträgern lag immer noch ordentlich im Bücherschrank. Jeder getrocknete Blutstropfen war an seinem Platz. Alles war genau so, wie ich es zurückgelassen hatte. Als nächstes sah ich mich in den privateren Bereichen um, nur um mich zu vergewissern. Schlafzimmer, Bad, Medizinschränkchen. Auch hier alles in Ordnung, nichts durcheinander. Und doch konnte man beinahe in der Luft spüren, dass jedes Objekt untersucht, berührt und zurückgestellt worden war, mit so ausgesuchter Sorgfalt, dass sich selbst die Staubflocken an ihrem Platz befanden. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, sank in meinen Sessel und sah mich plötzlich verunsichert um. Ich war so absolut sicher, dass jemand hier gewesen war. Aber warum? Und wer sollte meiner Meinung nach an meinem Kleinen selbst so interessiert sein, dass er in meine bescheidene Wohnung eindrang und sie vollkommen unverändert zurückließ? Nichts fehlte, nichts war durcheinander. Der Stapel Zeitungen im Altpapier mochte sich ein wenig zu stark nach links neigen. Aber bildete ich mir das nur ein? Konnte es auch der Luftstrom aus der Klimaanlage gewesen sein? Nichts war wirklich anders, nichts hatte sich geändert oder fehlte nichts. Und warum sollte überhaupt jemand in meine Wohnung einbrechen? Hier gab es nichts Besonderes. Dafür hatte ich gesorgt, das war ein Teil des Harry-Profils, das ich mir zulegte. Verschmelze, verhalte dich normal, sogar langweilig. Das hatte ich getan. Abgesehen von meiner Stereoanlage und dem PC besaß ich nichts wirklich Wertvolles. In der direkten Nachbarschaft gab es ganz andere, wesentlich reizvollere Ziele. Und überhaupt, warum sollte jemand einbrechen und dann nichts mitnehmen? Nichts tun, kein Zeichen zurücklassen? Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen, beinahe überzeugt, dass ich mir das Ganze nur einbildete. Es lag sicher nur an meinen überreizten Nerven. Eine Auswirkung des Schlafmangels, unterständigen Sorge um Deborahs ernsthaft gefährdete Karriere. Nur ein weiteres winziges Anzeichen dafür, dass der arme alte Dexter langsam ins tiefe Wasser abglitt. Die letzte schmerzlose Wandlung vom Soziopathen zum Psychopathen vollzog sich. In Miami zeugte die Annahme, von Feinden umgeben zu sein, nicht unbedingt von Verrücktheit. Aber sich so zu verhalten, ist gesellschaftlich inakzeptabel. Zu guter Letzt würden sie mich doch noch einsperren müssen. Und doch war das Gefühl außerordentlich stark. Ich versuchte es abzuschütteln. Nur eine Laune, reine Nervensache, ein vorübergehendes Unwohlsein. Ich stand auf, streckte mich, atmete tief durch und versuchte, an angenehme Dinge zu denken. Mir fiel nichts ein. Ich schüttelte den Kopf, ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Und da war es. Da war es. Ich stand vor dem Kühlschrank und sah einfach hin. Ich weiß nicht, wie lange. Starte einfältig darauf. An meinem Kühlschrank, mit einem meiner kleinen Südfruchtmagneten an den Haaren befestigt, hing der Kopf einer Barbie-Puppe. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ihn dort befestigt zu haben. Ich konnte mich nicht einmal erinnern, dass ich ihn besaß. Aber ganz bestimmt war er eines jener Dinge, an die ich mich erinnern würde. Ich streckte die Hand aus, um den kleinen Kunststoffkopf zu berühren. Er schwang sanft hin und her. Wenn er gegen die Kühlschranktür prallte, machte er leise füpp. Er beschrieb einen Viertelkreis, bis Barbie mich mit wachen Augen wie ein aufmerksamer Schäferhund anschaute. Ich erwiderte den Blick. Ohne wirklich zu wissen, was oder warum ich es tat, öffnete ich die Tür des Gefrierfachs. Darin lag, sorgfältig, oben auf den Eiswürfelbehältern drapiert, Barbies Leiche. Arme und Beine waren herausgerissen worden, der Körper in Hüfthöhe zerteilt, die Teile waren säuberlich aufgeschichtet, jedes einzeln eingewickelt und mit einem rosa Band verschnürt. Und in einer von Barbies winzigen Händen steckte ein wichtiges Accessoire. Barbies Schminkspiegel. Nach einem langen Augenblick schloss ich die Tür des Gefrierfachs. Ich wollte mich auf den Boden legen und meine Wange gegen das kühle Linoleumpressen. Stattdessen streckte ich den kleinen Finger aus und schnippte gegen Barbies Kopf. Er prallte fumpfump gegen die Tür. Ich schnippte wieder fumpfump. Juhu, ich hatte ein neues Hobby. Ich ließ die Puppe Puppe sein und ging zurück zu meinem Sessel, ließ mich tief in die Polster sinken und schloss die Augen. Mir war bewusst, dass ich aufgeregt sein sollte, wütend, ängstlich, verletzt, erfüllt von paranoider Feindseligkeit und gerechtem Zorn, aber nichts dergleichen. Stattdessen fühlte ich... Was? Mich mehr als nur ein bisschen schwindelig? Vielleicht ängstlich? Oder war es ein Hochgefühl? Es bestand natürlich nicht der geringste Zweifel, wer in mein Apartment eingebrochen war. Es sei denn, ich würde die Vorstellung akzeptieren, dass ein Fremder aus unbekannten Motiven zufällig meine Wohnung als idealen Ort auserkoren hatte, um seine enthauptete Barbie auszustellen. Nein. Mein Lieblingskünstler hatte mich besucht. Wie er mich gefunden hatte, war nicht von Bedeutung. Es wäre ihm in jener Nacht ein leichtes gewesen, die Nummer meines Wagens zu notieren. In seinem Versteck hinter der Tankstelle hatte er mehr als genug Zeit gehabt, mich zu beobachten. Und anschließend hätte jeder, der nicht gerade ein Computeranalphabet war, meine Adresse daraus finden können. Und hatte er sie erst, war es einfach, hineinzuschleichen, sich gründlich umzuschauen und eine Nachricht zu hinterlassen. Und das war die Nachricht. Der Kopf hing einzeln, die Leichenteile lagen auf meinem Eisbehälter und wieder der verdammte Spiegel. Kombiniert mit dem völligen Desinteresse an allem anderen in meiner Wohnung fügte es sich zu einer einzigen Aussage zusammen. Aber zu welcher? Was sagte er mir? Er hätte alles und nichts hier lassen können. Er hätte ein blutiges Fleischmesser durch ein Rinderherz jagen und auf meinem Linoleum aufspießen können. Ich war dankbar, dass er diese Sauerei unterlassen hatte. Aber warum Barbie? Abgesehen von der Tatsache, dass die offensichtliche Puppe seinen letzten Mord widerspiegelte, warum mir davon erzählen? Und war diese bösartiger als eine andere, schleimigere Botschaft? Oder nicht? Lautete sie, ich beobachte dich und ich kriege dich? Oder sagte er, hallo, möchtest du spielen? Das wollte ich, selbstverständlich wollte ich das. Aber was war mit dem Spiegel? Ihn dieses Mal hinzuzufügen verlieh ihm eine Bedeutung, die weit über den Transporter und die Jagd auf dem Kursweh hinausreichte. Nun musste er viel mehr bedeuten. Alles, was mir einfiel, war, schau dich an. Aber was für einen Sinn ergab das? Warum sollte ich mich anschauen? Ich bin nicht eitel genug, um mich an mir selbst zu erfreuen. Zumindest auf meine körperliche Erscheinung bilde ich mir nichts ein. Und warum sollte ich mich überhaupt ansehen, wenn ich einzig und allein den Mörder sehen wollte? Also musste der Spiegel doch eine andere Bedeutung haben, die ich nicht erkannte. Aber selbst dessen konnte ich nicht gewiss sein. Möglicherweise gab es gar keine tiefere Bedeutung. Ich mochte das von einem so eleganten Künstler zwar nicht glauben, aber möglich war es. Und die Botschaft konnte ebenso gut intim, geistesgestört oder bösartig sein. Es gab absolut keine Möglichkeit, das herauszufinden. Und genau so gab es keine Möglichkeit für mich herauszufinden, was ich deswegen unternehmen sollte, falls ich etwas unternehmen sollte. Ich traf eine menschliche Entscheidung. Komisch, wenn man darüber nachdenkt. Ich eine menschliche Entscheidung treffend. Harry wäre stolz auf mich gewesen. Ich beschloss, vollkommen menschlich, gar nichts zu tun. Abwarten und Tee trinken. Ich würde den Vorfall nicht melden. Was hätte ich melden sollen? Nichts fehlte. Es gab absolut nichts, was offiziell weitergeleitet werden musste. Es sei denn, ach, Captain Matthews, ich glaube, Sie sollten wissen, dass anscheinend jemand in meine Wohnung eingebrochen ist und eine Barbie-Puppe in meinem Eisfach hat liegen lassen. Das besaß das gewisse Etwas. Ich war sicher, dass die Abteilung sich sehr darüber freuen würde. Vielleicht würde Sergeant Dux persönlich ermitteln und am Ende die Erlaubnis erhalten, seine verborgenen Talente zum schrankenlosen Verhör zu entfalten. Aber vielleicht würden Sie mich auch einfach auf die Liste der geistig Minderbemittelten setzen, zusammen mit der armen Depp, da der Fall ja offiziell als abgeschlossen galt und rein gar nichts mit Barbie-Puppen zu tun hatte, selbst als noch ermittelt wurde. Nein, es gab wirklich nichts zu erzählen, zumindest nichts, was ich hätte erklären können. Deshalb würde ich das Risiko einer weiteren heftigen Ellbogenattacke eingehen und Depp nichts davon sagen. Aus Gründen, die ich nicht erklären konnte, nicht einmal mir selbst, war es eine persönliche Angelegenheit. Und wenn ich es dabei beließ, erhöhten sich meine Chancen, meinem Besucher näher zu kommen, um ihn der Gerechtigkeit zu überantworten natürlich, selbstverständlich. Nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, war ich erleichtert, fast leicht fertig. Ich hatte keine Vorstellung, was dabei herauskommen würde, aber ich war bereit, mir alles anzuschauen. Dieses Gefühl hielt die ganze Nacht an und sogar noch am nächsten Tag bei der Arbeit, wo ich einen Laborbericht anfertigte, Depp tröstete und Vince Masuoka einen Donut klaute. Es begleitete mich während meiner Fahrt nach Hause durch den angenehmen mörderischen Feierabendverkehr. Ich befand mich in einer Art Zehnbereitschaft, auf jede Überraschung gefasst. Das dachte ich wenigstens. Ich war gerade in meine Wohnung zurückgekehrt, hatte mich in meinen Sessel geworfen und entspannt, als das Telefon schrillte. Ich ließ es klingeln. Ich wollte ein paar Minuten durchatmen und über nichts nachdenken, das nicht warten konnte. Außerdem hatte ich fast 50 Dollar für einen Anrufbeantworter ausgegeben, sollte der erst einmal sich bezahlt machen. Das zweite Klingeln. Ich schloss die Augen, atmete ein. Entspann dich, alter Junge. Drittes Klingeln. Ausatmen. Der Anrufbeantworter klickte und meine wundervoll großstädtische Nachricht wurde abgespielt. Hallo, ich bin gerade nicht da, aber falls Sie nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen, rufe ich Sie umgehend zurück. Danke. Was für eine fabelhafte Stimme. Welch ätzender Witz. Insgesamt eine großartige Ansage. Sie klang fast menschlich. Ich war sehr stolz. Ich atmete wieder ein und lauschte dem melodischen Beep, das folgte. Hi, ich bin's. Eine weibliche Stimme. Nicht Deborah. Ich spürte, wie mein Augenlid irritiert zuckte. Warum beginnen so viele Menschen ihre Nachricht mit Ich bin's? Natürlich sind Sie es, wir alle wissen das, aber wer zum Teufel sind Sie? In meinem Fall war die Auswahl sehr begrenzt. Ich wusste, dass es nicht Deborah war. Es klang nicht wie La Guerta, obwohl nichts unmöglich war. Übrig blieb demnach. Rita? Entschuldige, ich. Ein tiefes Säufzen. Hör mal, Dexter, es tut mir leid. Ich dachte, du würdest mich anrufen, und als du es nicht getan hast, habe ich... Ein weiterer Säufzer. Egal, ich muss mit dir reden. Mir ist klar geworden, ich meine... Oh, zum Teufel, könntest du er mich anrufen? Falls... Du weißt schon. Ich wusste nicht, überhaupt nichts. Ich wusste nicht einmal genau, wer sprach. Konnte das wirklich Rita sein? Wieder ein tiefer Säufzer. Es tut mir leid, falls... Eine sehr lange Pause. Zwei Atemzüge, tief ein, aus, tief ein, dann abruptes Ausatmen. Bitte ruf mich an, Dexter, nur... Lange Pause. Ein weiterer Säufzer, dann legte sie auf. Ich habe häufig im Leben das Gefühl gehabt, mir fehle etwas. Ein entscheidendes Stück des Puzzles, das jeder andere gedankenlos mit sich herumträgt. Gewöhnlich stört mich das nicht, zumal es sich meistens als ein erstaunlich unnötiges Stück Menschsein herausstellt, wie zum Beispiel die Abseitsregel beim Fußball zu verstehen oder bei der ersten Verabredung nicht gleich aufs Ganze zu gehen. Aber bei anderen Gelegenheiten habe ich das Gefühl, von einem großen Reservoir wohltuender Weisheit ausgeschlossen zu sein, einem überlieferten Sinn, den ich nicht besitze, den Menschen so tief in sich spüren, dass sie nicht darüber reden, ihn nicht einmal in Worte fassen können. Dies war eine jener Gelegenheiten. Mir war bewusst, dass Rita eigentlich etwas ganz Bestimmtes ausdrücken wollte, dass ihre Pausen und ihr Gestotter eine großartige, wundervolle Sache zusammenfassten, die ein menschlicher Mann intuitiv begreifen würde. Aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, worum es sich da behandeln mochte, noch wie ich dahinter kommen konnte. Musste ich die Atemzüge zählen? Die Länge der Pausen messen, das Ergebnis in Bibelverse umrechnen und so den geheimen Code entschlüsseln? Was versuchte sie mir zu sagen, und warum versuchte sie eigentlich überhaupt mir etwas zu sagen? Wie ich die Dinge sah, hatte ich, indem ich Rita aus einem befremdlichen und blödsinnigen Impuls heraus küßte, eine Grenze überschritten, die ich nach beiderseitigem Einverständnis nicht hätte überschreiten dürfen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Das konnte man nicht ungeschehen machen. Auf eine gewisse Art war der Kuss ein Akt des Tötens gewesen. Auf jeden Fall war dieser Gedanke sehr tröstlich. Ich hatte unsere vorsichtige Beziehung getötet, indem ich meine Zunge durch ihr Herz trieb und sie von einer Klippe stieß. Bumm. Eine tote Angelegenheit. Ich hatte seitdem nicht einmal an Rita gedacht. Sie war fort. Durch eine unfassbare Laune aus meinem Leben verschwunden. Und jetzt rief sie mich an und zeichnete ihre Säufzer zu meinem Vergnügen auf. Warum? Wollte sie mich züchtigen? Mich beschimpfen? Mich mit der Nase auf meine Idiotie stoßen? Mich zwingen, das Ausmaß meines Übergriffs einzusehen? Das Ganze begann mich über allemaßen zu verärgern. Ich lief in meinem Apartment auf und ab. Warum sollte ich über Rita nachdenken müssen? Im Moment hatte ich ganz andere Sorgen. Rita war nur mein falscher Bart, ein albernes Kinderkostüm, das ich an den Wochenenden trug, um die Tatsache zu verbergen, dass ich eine Person war, die ähnliche Dinge tat, wie sie der interessante Kamerad im Augenblick vorführte. Ich jedoch nicht. War das Eifersucht? Mit Sicherheit. Ich tat jene Dinge nicht. Ich hatte gerade erst damit aufgehört. In der nächsten Zeit würde ich sicherlich nichts unternehmen. Zu riskant. Ich hatte nichts vorbereitet. Und doch. Ich ging in die Küche und schnippte gegen den Barbie-Kopf. Fump, Fump, Fump. Ich schien etwas dabei zu empfinden. Spielfreude? Tiefe, nagende Sorge? Professionelle Eifersucht? Ich konnte es nicht sagen. Und Barbie redete nicht. Es war einfach zu viel. Das offensichtlich falsche Geständnis, das Eindringen in mein Heiligtum und jetzt auch noch Rita? Ein Mann kann nur bis zu einer gewissen Grenze einstecken. Selbst ein Heuchler wie ich. Ich begann, unruhig zu werden, fühlte mich benommen, verwirrt, gleichzeitig hyperaktiv und lethargisch. Ich trat zum Fenster und sah hinaus. Mittlerweile war es dunkel geworden. Weit draußen über dem Wasser stieg ein Licht zum Himmel empor, und bei diesem Anblick erhob sich irgendwo tief in meinem Innern eine leise, böse Stimme. Mond? Ein Flüstern in meinem Ohr. Nicht einmal ein Klang. Nur die leise Wahrnehmung von jemandem, der deinen Namen ausspricht. Fast hörbar. Irgendwo in der Nähe. Sehr nah. Vielleicht kommt er näher. Keine Worte. Nur ein trockenes, stimmloses Rascheln. Ein tonloser Klang, ein gehauchter Gedanke. Mein Gesicht brannte und plötzlich konnte ich meinen Atem hören. Die Stimme erklang erneut. Ein weicher Klang klopft in meinem Ohr. Ich drehte mich um, obwohl ich wußte, dass dort niemand stand und es nicht mein Gehör war, sondern mein lieber Freund im Innern, der von was auch immer und dem Mond geweckt worden war. So ein feister, glücklicher, plappernder Mond. Und wie viel er zu sagen hatte. Und was ich auch versuchte, um ihm beizubringen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt war, viel zu früh, dass jetzt andere Dinge zu tun waren, bedeutende Dinge. Der Mond wußte eine Entgegnung auf alles und mehr als das. Und obwohl ich länger als eine Viertelstunde dort stand und tapfer widersprach, war es nie eine echte Frage gewesen. Ich wurde immer verzweifelter, kämpfte mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, und als das versagte, tat ich etwas, das mich bis in mein Innerstes erschütterte. Ich rief Rita an. »O Dexter«, sagte sie, »ich hatte einfach nur Angst. Danke für deinen Anruf. Ich...« »Ich verstehe«, sagte ich, obwohl ich natürlich gar nichts verstand. »Könnten wir... Ich weiß nicht, was du... Könnten wir uns nachher treffen und einfach... Ich würde wirklich gerne mit dir reden.« »Selbstverständlich«, versicherte ich ihr. Und während wir uns zu einem Treffen in ihrem Haus verabredeten, fragte ich mich, was sie wohl im Sinne haben mochte. Gewalt? Tränenreiche Beschuldigungen? Lautstarke Beschimpfungen? Ich befand mich auf fremdem Terrain. Es konnte alles sein. Aber nachdem ich aufgelegt hatte, lenkte mich die Angelegenheit für ungefähr eine halbe Stunde ganz wunderbar ab, bevor die weiche innere Stimme sich wieder in meinen Verstand schlich und unaufdringlich darauf beharrte, dass der heutige Abend etwas Besonderes werden sollte. Ich spürte, wie mich etwas zum Fenster trieb, und da war es wieder, dieses riesige, glückliche Gesicht am Himmel, der kichernde Mond. Ich zog den Vorhang zu und wandte mich ab, kreiste von Raum zu Raum durch meine Wohnung, berührte Gegenstände, redete mir ein, ich prüfte noch einmal mehr, ob etwas fehlte, in dem Wissen, dass alles da war, in dem Wissen, warum ich es tat. Und bei jeder Runde durch die Wohnung näherte ich mich mehr und mehr dem kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer, auf dem mein PC stand, wußte, was ich wollte, wollte es nicht, bis nach einer Dreiviertelstunde der Drang endlich zu stark war. Ich war zu benommen zum stehen und ließ mich einfach auf den Stuhl fallen, der neben mir stand, und da ich ohnehin dort saß, schaltete ich den PC ein, und da er sowieso lief, aber es wird nicht gemacht, dachte ich. Ich bin nicht bereit, aber selbstverständlich spielte das keine Rolle. Ob ich bereit war oder nicht, war vollkommen gleichgültig. Es war bereit. Kapitel 14 Ich war fast überzeugt, dass er es war, aber nur fast. Und ich war niemals zuvor nur fast überzeugt gewesen. Ich fühlte mich schwach, benommen, halb krank in meiner Kombination aus Aufregung, Unsicherheit und möglichem Irrtum. Aber selbstverständlich hatte der dunkle Passagier vom Rücksitz aus das Steuer übernommen, und was ich fühlte, war nicht länger von Belang, weil er stark war, kühl, begierig und bereit. Ich spürte, wie er in mir schwoll, aus den Decks der dunklen Windungen meines Echsengehirns strömte, ein Wachsen und Schwellen, das nur auf eine Weise enden konnte, und da dies der Fall war, mußte es mit diesem sein. Ich hatte ihn vor einigen Monaten entdeckt, aber nach kurzer Beobachtung entschieden, dass der Priester eine sichere Angelegenheit war, und dieser noch ein wenig länger warten konnte, bis ich mich vergewissert hatte. Was für ein Irrtum. Jetzt fand ich, dass es keinen Moment länger Zeit hatte. Er wohnte in einer kleinen Straße in Coconut Grove. Die Nachbarschaft seines kleinen krummen Hauses bestand aus Blöcken, Grillstuben und bröckelnden Kirchen, die von Schwarzen mit niedrigem Einkommen bewohnt wurden. Eine halbe Meile weiter bauten Millionäre Welle um ihre übergroßen Häuser, um Leute wie ihn draußen zu halten. Aber Jamie Jaworski wohnte genau dazwischen. In einer Haushälfte, die er mit einer halben Million Kakerlaken und dem hässlichsten Hund teilte, den ich jemals gesehen hatte. Trotzdem hätte er sich dieses Haus eigentlich nicht leisten dürfen. Jaworski war Teilzeithausmeister der Ponce de Leon Junior High School, und soweit ich das beurteilen konnte, besaß er keine andere Einkommensquelle. Er arbeitete drei Tage die Woche, was gerade ausreichen mochte, um davon zu leben, aber mehr auch nicht. Selbstverständlich hatte ich kein Interesse an seinen Finanzen. Mich interessierte die Tatsache, dass die Anzahl der vermissten Kinder leicht, aber unübersehbar gestiegen war, seit Jaworski an der Ponce zu arbeiten begonnen hatte. Bei allen handelte es sich um zwölf bis dreizehn Jahre alte, hellhaarige Mädchen. Hellhaarig, das war wichtig. Aus irgendeinem Grund gehörte dies zu den Details, die von der Polizei häufig übersehen werden, jemandem wie mir aber direkt ins Auge sprangen. Vielleicht schien es politisch nicht korrekt. Finden Sie nicht auch, dass dunkelhaarige Mädchen und dunkelhäutige Mädchen die gleiche Chance haben sollten, entführt, vergewaltigt und vorlaufender Kamera ermordet zu werden? Jaworski schien zu oft der letzte Zeuge gewesen zu sein, der die Mädchen gesehen hatte. Die Polizei hatte mit ihm gesprochen, ihn über Nacht festgehalten, ihn verhört, war aber nicht in der Lage gewesen, ihm etwas nachzuweisen. Selbstverständlich waren sie gezwungen, gewisse gesetzliche Vorschriften zu beachten. In letzter Zeit wurde zum Beispiel Folter größtenteils eher stirnrunzelnd betrachtet, und ohne sehr nachdrückliche Überredung würde Jamie Jaworski niemals freimütig über sein Hobby reden. Würde ich ja auch nicht. Aber ich wusste, dass er es tat. Er verhalf diesen Mädchen zu einer sehr raschen und endgültigen Filmkarriere. Ich war mir fast sicher. Ich hatte keine Leichenteile entdeckt und ihn auch nicht bei der Tat beobachtet, aber es passte alles zusammen. Und im Internet hatte ich einige besonders einfallsreiche Bilder von dreien der vermissten Mädchen aufgestöbert. Auf diesen Bildern wirkten sie nicht besonders glücklich, obwohl einige der Dinge, die sie taten, doch Freude bereiten sollten, wie ich gehört habe. Ich konnte Jaworski nicht hundertprozentig mit den Bildern in Verbindung bringen, aber die Mailboxadresse lag in South Miami, nur wenige Minuten von der Schule entfernt, und er lebte über seine Verhältnisse. Auf jeden Fall wurde ich vom dunklen Rücksitz mit zunehmender Dringlichkeit daran erinnert, dass ich keine Zeit mehr hatte, dass dies kein Fall war, bei dem Gewissheit eine bedeutende Rolle spielte. Aber der hässliche Hund bereitete mir Sorgen. Hunde stellten immer ein Problem dar, sie mögen mich nicht und sind sehr oft nicht einverstanden mit dem, was ich mit ihren Besitzern anstelle. Unter anderem, weil ich ihnen nichts von den guten Teilen abgebe. Ich musste irgendwie an dem Hund vorbei zu Jaworski vordringen. Vielleicht würde er herauskommen. Falls nicht, musste ich einen Weg hineinfinden. Ich fuhr dreimal an Jaworskis Haus vorüber, aber mir fiel nichts ein. Ich brauchte ein wenig Glück, und ich brauchte es, bevor mich der dunkle Passagier dazu brachte, etwas Überstürztes zu tun. Und gerade als mein lieber Freund begann mir flüsternd unzüchtige Vorschläge zu unterbreiten, lachte mir das Glück. Jaworski kam aus dem Haus und stieg in seinen verbeulten, roten Toyota Pick-up, während ich vorüberfuhr. Ich bremste so stark wie möglich ab, und innerhalb eines Augenblicks stieß er zurück und steuerte seinen kleinen Laster in Richtung Douglas Road. Ich wendete und folgte ihm. Ich hatte keine Ahnung, wie ich es anfangen sollte. Ich war nicht vorbereitet. Ich hatte keinen sicheren Raum, keine sauberen Overalls, nichts außer einer Rolle Paketband und einem Filetiermesser unter dem Sitz. Ich musste unsichtbar bleiben, unbemerkt und perfekt. Und ich hatte keine Ahnung, wie. Ich hasste es zu improvisieren, aber mir blieb keine Wahl. Wieder einmal hatte ich Glück. Der Verkehr war dünn, als Jaworski in Richtung Süden zur Old Cutler Road fuhr und nach ungefähr einer Meile links zum Wasser abbog. Dort wurde gerade ein weiterer riesiger Komplex errichtet, um unser aller Leben schöner zu machen, indem man Bäume, Tiere und alte Menschen aus New Jersey in Zement goss. Jaworski durchquerte das Gelände langsam, fuhr über einen halbfertigen Golfplatz, auf dem schon die Flaggen standen, aber kein Rasen wuchs, bis er fast am Rand des Wassers angelangt war. Das Skelett eines großen, halbvollendeten Blocks mit Eigentumswohnungen versperrte die Sicht auf den Mond. Ich ließ mich weit zurückfallen, schaltete die Scheinwerfer aus und schlich mich dann zentimeterweise heran, um herauszufinden, was mein Goldjunge im Sinn hatte. Jaworski war an die Seite der zukünftigen Eigentumswohnungen gefahren und parkte dort. Er stieg aus und stand zwischen seinem kleinen Laster und einem riesigen Sandhaufen. Einen Augenblick lang sah er sich um, und ich steuerte auf den Randstreifen und stellte den Motor ab. Jaworski startete den Rohbau an und dann die Straße hinunter zum Wasser. Dann schien er zufrieden und ging in das Gebäude. Ich war ganz sicher, dass er nach einem Wächter suchte, ich auch. Ich hoffte, dass er seine Hausaufgaben gemacht hatte. In diesen riesigen Superkomplexen fuhr sehr oft ein Wächter in einem Golfwagen herum und sah nach dem Rechten. Das spart Geld. Und außerdem sind wir hier in Miami. Bei jedem Projekt wird eine gewisse Materialmenge von vornherein als Schwund eingerechnet. Auf mich wirkte es, als wollte Jaworski dem Bauherrn behilflich sein, diese Quote zu erfüllen. Ich stieg aus dem Wagen und warf Paketband und Filetiermesser in eine billige Einkaufstasche, die ich mitgebracht hatte. Ich hatte bereits vorher ein paar Gartenhandschuhe aus Gummi hineingepackt, außerdem einige Bilder, nichts Besonderes. Nur Lapalien, die ich aus dem Internet heruntergeladen hatte. Ich warf die Tasche über die Schulter und bewegte mich leise durch die Nacht, bis ich zu seinem schmierigen kleinen Laster kam. Die Ladefläche war genauso leer wie das Führerhaus. Haufenweise Becher und Behälter von Burger King, leere Kammelschachteln auf dem Boden. Alles war genauso klein und schmutzig wie Jaworski selbst. Ich sah hoch. Über dem Rand des halbfertigen Gebäudes konnte man gerade noch den Mond erkennen. Eine nächtliche Brise wehte über mein Gesicht, die all die verzauberten Düfte eines tropischen Paradieses mit sich führte. Dieselöl, verrottende Vegetation und Zement. Ich atmete tief ein und richtete meine Gedanken dann wieder auf Jaworski. Er befand sich irgendwo im Innern des Gebäudes. Ich wußte nicht, wie viel Zeit mir blieb, und ein gewisses leises Stimmchen drängte mich zur Eile. Ich ließ den Laster stehen und ging hinein. Als ich durch den Eingang trat, hörte ich ihn, oder besser gesagt, ich hörte ein seltsames, surrendes, ratterndes Geräusch, das von ihm stammen mußte, oder... Ich zögerte. Der Klang kam von der Seite, und ich schlich auf Zehenspitzen hinüber. An der Wand entlang, nach oben, führte ein Rohr für elektrische Leitungen. Ich legte eine Hand an das Rohr und spürte, wie es vibrierte, als ob sich in seinem Innern etwas bewegte. Mir ging ein kleines Licht auf. Jaworski zog den Leitungsdraht heraus. Kupfer war sehr teuer, und für Kupfer in jeglicher Form existierte ein blühender Schwarzmarkt. Es war eine weitere kleine Möglichkeit, sein mageres Hausmeistergehalt in den langen, von Armut geprägten Wartezeiten zwischen zwei Ausreißerinnen aufzubessern. Eine Ladung Kupfer konnte ihm mehrere hundert Dollar einbringen. Jetzt, da ich wußte, was er vorhatte, begann die Andeutung einer Idee in meinem Verstand Wurzeln zu schlagen. Dem Klang nach befand er sich irgendwo über mir. Ich konnte ihn mühelos aufspüren, bis zum richtigen Zeitpunkt beschatten und dann zuschlagen. Aber ich war praktisch nackt, ohne jede Deckung und unvorbereitet. Ich war es gewohnt, diese Dinge auf eine gewisse Weise zu erledigen, meine selbst gesetzten Grenzen zu überschreiten, war mir äußerst unangenehm. Mir lief ein kleiner Schauer über den Rücken. Warum tat ich das? Die schnelle Antwort lautete selbstverständlich, dass ich überhaupt nichts tat. Mein lieber Freund auf dem dunklen Rücksitz tat es. Ich war nur dabei, weil ich den Führerschein besaß. Aber wir hatten uns geeinigt, er und ich. Wir hatten eine Art sorgfältig ausbalancierter Koexistenz erreicht, eine Form des Zusammenlebens, in dem wir uns an Harrys Lösungen hielten. Und nun? Randalierte er außerhalb von Harrys sorgfältigen, schönen Kreidelinien. Warum? Aus Zorn? War die Invasion meines Zuhauses tatsächlich so eine Herausforderung, dass er erwachte, um einen Gegenschlag zu landen? Für mich fühlte er sich nicht zornig an. Wie immer schien er kühl, still, vergnügt, begierig auf die Beute, und ich war auch nicht wütend. Ich war, halb betrunken, total abgehoben, jonglierte am Rande der Euphorie, schaukelte durch eine Reihe innerer Wellen, die sich komischerweise so anfühlten, wie ich es immer von Gefühlen angenommen hatte.